Hermann Löns, der Wehrwolf, eine Bauernchronik, vorgelesen für Unglaublichkeiten.com im Kalenderjahr 2009. Die Heidbauern Im Anfange war es wüst und leer in der Heide. Der Adler führte über Tage das große Wort und bei Nacht hatte es der Uhu. Bär und Wolf waren Herren im Lande und hatten Macht über jegliches Getier. Kein Mensch wehrte es ihnen, denn die paar armseligen Wilden, die dort von Jagen und Fischen lebten, waren froh, wenn sie das Leben hatten und gingen den Untieren liebend gern aus der Kehr. Da kamen eines Abends andere Menschen zugereist, die blanke Gesichter und gelbes Haar hatten, mit Pferd und Wagen, Kind und Kegel kamen sie an und mit Hunden und Federvieh. Es gefiel ihnen gut in der Heide, denn sie kamen daher, wo das Eis noch bis in den Mai auf den Pümpen stand und im Oktober schon wieder Schnee fiel. Ein Jüder suchte sich einen Platz und baute sich darauf ein breites Haus mit spitzem Dach, das mit Reet und Plaggen gedeckt war und am Giebel ein paar bunte Pferdeköpfe aus Holz aufwies. Jeglicher Hof lag für sich. Ganz zuhinterst in der Heide wohnte Reinecke. Sein Nachbar war Hingst, auf ihn folgte Martin, darauf Hennig, dahinter Horst und dann Bock und Bolle und Otto und Katz und Duf und Specht und Petz und Uhl und wie sie alle hießen, und zuletzt Wulf, ein langer Mann mit lustigen Augen und einer hellen Stimme, der sich da angebaut hatte, wo das Bruch anfing. Der Wulfshof hatte das beste Weideland von allen Höfen, aber der Bauer hatte auch am meisten mit den Wölfen und Bären zu tun und mit den schwarzbraunen Leuten, die hinten im Bruche lebten. Doch das war ihm gerade recht und seinen Jungen nicht minder, je bunter es herging, umso lieber war es ihnen, und so wurden es Kerle wie Bäume, mit Händen wie Bärenpfoten, aber dennoch konnte sie ein jeder gern leiden, die, weil sie so krall in die Welt sahen und alle Wege lachten. Das kam ihnen und ihren Kindern und Kindeskindern auch gut zu Passe, und es ging zu Zeiten wild genug her in der Heide, fremde Völker zogen durch, und die Heidbauern mussten mächtig aufpassen, dass sie nicht umgerannt wurden. Aber es waren ihrer von Jahrhundert zu Jahrhundert in Oedringen, wie das Dorf hieß, immer mehr geworden. Sie hielten Stand, schmissen die Feinde zurück oder bargen die Weibsleute, die Kinder und das Vieh in der Wallburg im Bruche und setzten den Fremden durch Überfällen und ablauern so lange zu, bis sie sich wieder dünne machten. In dem Flet standen neben dem Herde ein Dutzend schwerer silberner Teller auf dem Börd an der Feuerwand. Als die Bergbauern ihre Boten schickten und die Heidbauern baten, ihnen beizustehen, die Römer aus dem Land zu jagen, war auch ein Sohn vom Wolfshofe mit ausgezogen. Als er schon ein alter Mann war, lachte er noch, wenn er darauf zu sprechen kam, wie Varus mitsamt seinen Leuten vor die Hunde ging. Junge, sagte der alte Mann, das war ein Spaß. Was haben wir die krummen Hunde geweift? So Stücker zwanzig habe ich allein von den Brägen geschlagen, dass es nur so ballerte, denn sie hatten alle Kappen aus Blech auf. Na, und dann habe ich zum Andenken die blanken Küpe mitgebracht. Machen sie sich da nicht fein? Mit den Römern waren die Bauern bald fertig geworden, aber dann kam der Franke, und der war zähe wie Aalleder. Holte er sich heute auch eine Jacke voll Schläge, morgen war er wieder da. Ein Wulf war dabei gewesen, als Weg ging, das fränkische Heer am Sündel zur Ruh mithackte, aber zwei von den Wulfsbauern waren auch unter den Männern, die Karl an der Halsbeke bei der großen Fähre wie Vieh abschlachten ließ. Als darauf alles, was ein Messer halten konnte, ihm an den Hals sprang, waren auch drei Wulfs dabei, sie waren nicht zurückgekommen. Schließlich aber sagten die Heidscher sich, gegen ein Fudermist kann einer allein nicht anstinken. So zahlten sie den Zins, sagten dem Wode und der Frigge ab, ließen sich taufen und wurden mit der Zeit ganz ordentliche Christen, vorzüglich, als einer von ihnen, der nach der Väterbrauch den alten Göttern einen Schimmel auf dem Hingsberg geschlachtet hatte, dafür unter das Beil musste. Ganz zahm wurden sie nach außen hin, und sie ließen sich sogar einen fränkischen Ritter vor die Nase setzen. Aber von innen blieben sie die Alten. Wenn im Heiligen Römischen Reich einmal wieder alles kopheister ging, dann kamen sie vor Tau und Tag über die Heide geritten, steckten die Burg an allen vier Ecken an und schlugen alles, was einen Bart hatte, vor dem Kopf. Das half ihnen auf die Dauer aber doch nichts. Die fremden Herren nahmen ihnen mit Gewalt und List ein Recht nach dem Anderen, und schließlich wurden sie alle zinspflichtige Lehnsmänner, bis auf den Wolfsbauern, denn der hatte einen Freibrief als Sattelmeier, weil ein Wulf einmal den Herzog Billung vor seinen Feinden gerettet hatte. Wenn sich nun auch heute das Kloster und morgen der Ritter alle Mühe gab, den Wolfshof anzumeiern, die Wolfsbauern wussten sich davor zu wahren. Sie hatten ja auch sonst ihre liebe Not, denn bald war Kriege im Land, bald rührten sich die Raubritter. Wenn der Bauer pflügte, hatte er währenddem den Speer und die Armbrust bei seiner Jacke liegen, und mehr als einmal fing er mit seinen Leuten ein paar Schnapphähne ab und brachte sie über die Seite. Da das aber einmal so war, so machte er sich weiter keine Gedanken darüber. Seine Augen blieben hell und das Lachen verlernte er auch nicht. Als die Bauern die neue Lehre annahmen und dem Pater aufsagten, musste der Wolfsbauer zu ihm gehen und ihm das klar machen, weil der Pater ein guter alter Mann war und die Bauern glaubten, kein anderer könne ihm die Sache so gelinde beibringen wie Harmwulf, dessen Hauptredensart es war, es ist alles Mann ein Übergang. Und dabei schlug er den Wolf in der Kuhle tot und lachte dazu. Hinterher kamen ja wohl einmal Zeiten, dass auch der Wolfsbauer eine krause Stirn und dunkle Augen kriegte und nicht mehr so laut lachte. Das war anno 1519, als Hans Magerkohl, der Bischof von Hildesheim, sich mit dem Braunschweiger Herzog kämmte und die Bauern dabei Haare lassen mussten. In Burgdorf krähte der Rote Hahn lauthals und ein Wulf, der dort in eine Ackerbürgerstelle hineingeheiratet hatte, kam mit dem weißen Stocke wieder nach dem Wulfshofe und starb bald vor Herzeleid, denn die Braunschweigischen Kriegsvölker hatten seine junge Frau zu Schanden gemacht. Ein Trupp von dem Gesindel kam auch bis vor den Wulfshof, aber da es nur bei 20 waren, fanden sie nicht wieder zurück. Der Bauer schlug sie mit seinen Söhnen und Knechten tot, fuhr sie in das Bruch und rodete sie bei. Auch sein Sohn verlernte später auf einige Zeit das Lachen, denn als man den 9. Juli des Jahres 1553 schrieb, kam es auf dem Vogelherde bei Sivershausen zu dem großen Treffen zwischen dem Braunschweiger und dem Sachsen auf der einen und dem Karlenberger und dem Brandenburger auf der anderen Seite. Schrecklich ging es vor und nach der Schlacht in der Heide zu. Doch der Wulfsbauer hatte bei Zeiten Wind gekriegt und die Frauensleute, die Kinder und das Vieh und alles, was Geldeswerte hatte, im Bruche verborgen, er selber aber und seine Leute hatten sich mit den anderen Bauern zusammengetan, und wo sie einen Haufen Fußvolk oder Reiter trafen, denen ging es schlecht. Über 200 von ihnen schossen und schlugen die Bauern tot. Wenn sie sie eingruben, lachte der Wulfsbauer und sagte, man soll alle Arbeit mit Freuden tun, vorzüglich, wenn sie sich lohnt. Damit meinte er dann die Waffen und das wahre Geld, das die Kriegsleute bei sich hatten. Wenn es auch noch so hart herging, ihre grallen Augen und ihr helles Lachen verloren die Wulfsbauern so leicht nicht. Es musste schon sehr schlimm kommen, dass es anders mit ihnen wurde. Das tat es dann auch. Es gingen im Jahre 1623 allerlei Gerüchte von einem Kriege um, den der Kaiser mit den Böhmen wegen der neuen Lehre führte und der immer weiter fraß. Zudem hatten es sehr viele wunderliche Zeiten gegeben. Es waren Rosen gewachsen, aus denen wieder Rosen kamen. Das Brot hatte geblutet, auf den Koppelwegen lagen Sternschnuppen. Drei Tage hintereinander im Juli kamen Unmassen von Schillebolden über die Heide geflogen und hinterher ebenso viele Buttervögel. Es gab mehr Missgeburten beim Vieh denn je zuvor. Die Mäuse heckten unmäßig, Pest und Sterbevögel ließen sich sehen. Am Himmel zeigten sich feurige Männer und ein Stern, der wie ein Schwert aussah, fiel herunter. Daraus sagten manche Leute Krieg, Hunger, Brand und Pest an. Es dauerte auch nicht lange, dass ein großes Sterben anging, vorzüglich in den Städten, wo die Menschen eng aufeinander saßen und allerlei fremdes Volk zusammenkam. Um den Herrgott wieder um Gutwetter zu bitten, zogen ganze Haufen von halbnackten Männern und Weibern mit Ketten um den Hälsen hinter einem Kreuz her, heulten und schrien wie unklug, schlugen sich mit Stricken die Rücken, dass das Blut nur so spritzte und sangen zum Gott erbarmen. Als Harmwulf, der Anerbe vom Wolfshofetorf, nach der Stadt fuhr, war er einem solchen Zuge begegnet und sehr falsch geworden, denn er hatte junge Pferde vor dem Wagen und die wollten mit Gewalt vom Wege, als die verrückten Völker angebrüllt kamen. Hinterher musste er aber darüber lachen. Es hatte zu albern ausgesehen, wie sie alle auf einmal die Arme in die Luft schmissen und los sangen »Hui, halt auf eure Hände, dass Gott dies Sterben wende! Hui, streckt aus eure Arme, dass Gott sich euer Erbarme!« »Was für ein dummerhaftes Lied«, dachte er und pfiff das Brummelbärlied. Die Mannsfelder Als er am anderen Morgen durch die Heide ging, lachte er auch vor sich hin, aber nicht mehr über die Geißler, denn die hatte er längst vergessen. Er dachte daran, was sein Vater ihm gesagt hatte, dass es nämlich an der Zeit wäre, dass er freien müsse und den Hof übernehmen solle. Und er dachte an Rose Uhl, denn das sollte seine Frau werden, das glatteste Mädchen weit und breit und Uhlenvaters einziges Kind, mit der er immer am liebsten beim Erntebiere getanzt hatte. Darum lachte er vor sich hin. Er drehte eine Maiblume, die er an der alten Wallburg im Holze abgerissen hatte, zwischen den Zähnen und sah über die Heide, die ganz grün von dem jungen Birkenlaube war und ganz blank von der Sonne. Vom Bruche her kam zwischen den hohen Machangelbüschen ein Mann angegangen. Er blieb stehen, zeigte mit dem Finger auf die Blume, die Harm im Munde hielt und griente und sagte, »Frägeblumen, wer die bricht, Junggeselle bleibt er länger nicht.« Harm lachte und gab ihm die Hand. Immer musste er sich wundern, wenn er Uhlenvater sah, denn er war so ganz anders als alle Leute, die er kannte. Jedes Wort, das er sprach, hatte einen doppelten Sinn. Er hatte den ganzen Kopf voller Dummheiten, aber auch voller Klugheit und man sagte von ihm, dass er mehr könne als Brot essen. Aber das war man ein Altweiberschnack. Er war drei Jahre auf die hohe Schule in Helmstedt gegangen und hatte da fleißig gelernt, sowohl geistliche Sachen wie denn auch, was gegen Krankheiten bei Mensch und Vieh gut war. Dann aber war der Hoferbe abgestorben und weil weiter kein Sohn da war, musste er den Hof annehmen und nun hieß er zum Spaß der Papenbuhr. Er wurde jedoch ein Bauer wie nur einer, bloß, dass er in vielen seinen eigenen Weg ging. So konnte er niemals nach der Kirche hinfinden, denn er sagte, »Wer da weiß, wie man Würste macht, der isst schon keine.« Dann hatte er die Gabe, alles, was er sagte, im Reime zu bringen, wenn er gerade wollte. »Es wurde keine Hochzeit abgehalten, bei der Uhlenvater nicht seinen Vers sagte und jedes Mal einen anderen.« Er hatte Augen, die hatten gar keine Farbe, wie Wasser sahen sie aus. Die wenigsten Menschen hielten ihnen stand und wenn er einen Hund ansah und war der auch noch so böse, er machte, dass er fortkam. Nun stand er da, als wenn er nicht bis drei zählen könnte, griente und sagte, indem er auf das Schießgewehr wies, das Harm auf dem Rücken hatte, »All wieder nach dem Saufank!« Und dann lachte er lauthals, denn der Saufank war dicht beim Uhlenhofe und wenn Harm am Saufank war, dann dauerte es nicht lange und Rose hatte vor dem Hofe zu tun. Das war auch jetzt so. Als Wolf dort angekommen war und gesehen hatte, dass der Fang noch aufstand, steckte er drei Finger in den Mund und pfiff wie der Schwarzspecht. Es dauerte eine Weile, da hörte er hinter sich ein Geräusch. Als er sich umdrehte, sah er bei einer Eiche etwas feuerrotes und das war ein roter Rock und nun gab es ein Jagen um den Baum, dann ein Quieken. »Ach, Junge«, pustete das Mädchen und ihre Brust ging auf und ab, »Du bringst mich da rein von Atem!« »Und schickt sich das wohl?« Aber dann ließ sie sich doch dahin ziehen, wo das Moos ganz eben und trocken war und ließ sich küssen und küßte wieder und zählte, wie oft der Kuckuck rief, denn so lange sollte sie leben. Aber er rief bloß zweimal und da sagte sie, »So ein fauler Hund!« und lachte dabei. Vom Hof rief es, das Mädchen sprang in die Höhe, »Bis heute Abend, Mutter ruft schon, komm aber nicht vor der Vesper, denn bis dahin habe ich alle Hände voll zu tun.« Sie machte sich los und Harm sah ihr lachend nach, wie sie so flink dahin ging, dass der rote Rock wie eine Flamme hin und her wehte und ihr Haar, das leuchtete wie Eitelgold unter der kleinen Mütze, um die die Bindebänder nur so flogen. Ehe sie über das Stegel stieg, sah sie sich noch einmal um. Dann war sie fort und Harm war zumute, als wenn die Sonne nicht mehr so schön schien und als ob die Vögel lange nicht mehr so lustig sängen. Aber dann pfiff er das Brummelbeerlied durch die Zähne und lachte wieder vor sich hin, als er über die Heide ging und seine Augen waren so blau wie der Himmel über ihm. Das blieben sie auch bis zur Hochzeit und auf ihr erst recht. Es war eine große Hochzeit und lustig ging es dabei her, ob zwar kein einziger Mann betrunken war. Einige Bauern redeten zwar davon, dass es immer gefährlicher im Reich aussehe, aber was fragte Harmwulf danach, als er mit seiner jungen Frau unter Lachen und Juchzen in die Dünze geschoben wurde und nach den feurigen Männern am Himmel und dem blutenden Brot und dem Pest- und Sterbevögeln. Er nahm seine Rose in den Arm und sagte, eine Uhle habe ich gefangen, aber was für eine glatte Uhle auch. Und dann lachte er über seinen Witz. Er blieb am Lachen bis auf den Tag, dass seine Rose zu liegen kam, aber dann lachte er noch mehr, bloß nicht so laut, mehr mit den Augen, denn ein Junge lag neben ihr, ein Junge, ein Staat von einem Jungen, ein wahrer Bär von einem Jungen, einer von zehn wohlwichtigen Pfunden und ein hübscher Junge von vornherein. Ja, sagte er am dritten Tage zu seiner Frau, die schon wieder Farbe auf dem Backen hatte, was ist das nun eigentlich, ein Uhlenküken oder ein Wolfslamm? Und dann lachte er laut über seinen Schnack, er lachte, er lachte, wenn er zur Arbeit ging, er lachte, wenn er von ihr kam. Er hatte früher auch ein schönes Leben gehabt, aber so wie es jetzt war, mit solcher glatten Frau und so einem gesunden Jungen, das war doch ganz etwas anderes. Er konnte sich vor Freude gar nicht bergen, so wählig war ihm zumute. Und wenn ab und zu Reinecke oder Martin oder einer von den anderen Ödringern sich so anstellte wie eine Krähe, wenn der Fuchs kommt und erzählte, was er in Celle oder Burgdorf oder Beine gehört hatte, dass nämlich Krieg in der Welt war und es nicht mehr lange dauern werde, bis es auch in der Heide zu stinken anfange, der Wolfsbauer pfiff, wenn er säte oder pflügte, das Brummelbärlied, dachte an seine Rose und an seinen Lütchen Hermke und daran, wie gut er es doch getroffen hatte. Hermke konnte ihn schon an der Hand seiner Mutter entgegentappeln und Vater rufen, wenn Harm vom Felde kam und es war so weit, dass er bald einen Bruder oder eine Schwester bekommen sollte, da ritt der Bauer eines Morgens nach der Stadt, um seinen Hofzins beim Amte zu bezahlen. Es war ein schöner Morgen, die Birken an den Straßen waren eben aufgebrachen, alle Finken schlugen, die Dullerchen sangen und das Bruch war von oben bis unten rot, denn der Post war am Blühen. Harm setzte sich in einen schlacken Trab, dass der Sand hinter ihm nur so möhmte, denn er dachte, je eher du in der Stadt bist, desto früher bist du wieder auf dem Hofe. Er kam aber erst am späten Abend nach Hause und er kam zu Fuße an. Als er nämlich seine Steuern bezahlt hatte und nach dem Kruge vor der Stadt ging, wo er seinen Falben eingestellt hatte, um das Torgeld zu sparen, da war dort ein wildes Leben. Ein Mansfelder Feldhauptmann mit einem Trupp Kriegsvolk war angekommen und es ging hoch her. Die Kerle hatten alle rote Köpfe vom Bier und Schnaps und nun schrien sie und bölkten und krejölten und machten sich mit den verlaufenden Frauensleuten, die sie bei sich hatten, allerlei Kurzweil, dass es eine Schande war, das anzusehen. Die Töchter des Wirts und die Mägde waren übel dran. Sogar die Wirtsfrau, die doch gewiss kein Ansehen mehr hatte, konnte sich vor den Lümmeln nicht bergen. Als der Wulfbauer um das Haus nach dem Stalle gehen wollte, kam ihm ein Kerl entgegen, der eine rote Feder auf dem Hute und einen gefährlichen, pechschwarzen Schnurrbart unter seiner langen Nase hatte. Als er den Bauern sah, juchte er laut auf, nahm ihn in den Arm und küßte ihn auf beide Backen, das Haum der Schnapsgeruch um die Ohren schlug, fasste ihn an den Schultern, hielt ihn von sich ab, lachte über das ganze gelbe Gesicht, nahm ihn wieder in den Arm und brüllte, Bruderherz meiniges, wie lange haben wir uns nicht gesehen? Aber die Freude, die Freude, auf das wir wollen aber einen trinken. Er zog den Bauern, der gar nicht wusste, was er davon halten sollte, unter das Fenster und schrie, Frau Wirtin, zwei Bier von meinem Freund und mich, wo ich so lange nicht gesehen habe. Die Großmagd brachte das Bier, aber als der fremde Kerl sie in den Arm kniff, machte sie Wolf mit den Augen ein Zeichen, denn sie war eine Häuslingstochter aus Oedringen und als der Reiter das Bier hinnehmen wollte, juchte sie auf und ließ beide Krüge fallen. Der fremde Mann schimpfte Mord und Brand, aber da rief der Hauptmann und er musste fort. Als Harm schnell machte, dass er weiterkam, winkte ihn Trine Reinicke auf die Diele. Wolfsbauer, sagte sie, um Christi Blut und Wunden, dass du bloß den Ludervölkern nicht Bescheid tust. Wer Bescheid tut, der ist angeworben. Kiek, da ist Christian Bolle, den haben sie schon eingeseift, den Döllmer. Mit Jedwedem hat er auf Bruderschaft angestoßen und nun hat er den bunten Lappen um den Arm und kann sich morgen für Gott und den Deibel tot schießen lassen. Ängstlich sah ihn das hübsche Mädchen, das auf dem Wolfsrufer als Lütjenmarkt angefangen hatte, in die Augen. Sieh man bloß zu, dass du weiterkommst. Je eher du fortkommst, desto besser für dich. Das sind ja keine Menschen, nicht? Das ist das reine Vieh, oh Gott! Sie schlug die Schürze vor das Gesicht und weinte los. Na, der Beruhigte haben sie, indem er ihr auf die Schulter schlug, das ist alles, mann, ein Übergang. Aber recht hast du, wer hier nichts verloren hat, soll sich nicht weiter aufhalten. Er bezahlte die beiden Krüge Bier, gab dem Mädchen ein Bringegeld und ging nach den Stellen. Da war es noch toller als vor dem Haus. Sieben Rostknechte, einer noch schlimmer aussehend als der andere, hielten einen alten Trödeljuden zum Besten, spuckten ihm in die Hände, warfen ihm seine Waren durcheinander und wollten ihn zwingen, Schweinewurst zu essen. Drei andere stachen eine Sau ab, einer machte sich mit einem Taternmädchen, das knapp zwölf Jahre alt sein konnte, zu schaffen, ein anderer lag besoffen auf dem Mist und noch einer hatte einen Hahn in den Händen und drehte ihm den Hals ab. Gottes Wunder, dachte der Bauer, was ist das für eine Zucht und Wirtschaft? Er drückte sich an den betrunkenen Völkern vorbei und ging in den Pferdestall. Sein Falbe war da, hatte aber ein herrschaftliches Geschirr um und zwei Mantelsäcke aufgeschnallt. Er schirrte ihn ab, machte sich einen Halfter aus einem Endestrick und führte das Pferd aus dem Stalle. Schon war er meist vom Hofe, da kam ihm ein Reiter, der einen roten Bart hatte, der ihm bis über den Kragen hing, entgegen und schnauzte ihn an, wo er mit dem Pferd hin wolle. Das ist doch von jeher mein Falber gewesen, gab ihm der Bauer zurück. Pferdel, Tonio, Pitta, Waldslav, daher, daher, schrie der rotbärtige Mann. Wem ist das Pferd hier? Diesem Mann da oder Korporal Tillmann Ansbach? Hä? Ruft ihn mal her. Wollen doch mal sehen, wessen Wort mehr gilt. Das von einem ehrlichen Kriegsmann, der für die reine Lehre fechten tut oder von so einem Bauern, der zu Fuße kommt und zu Pferde weiter will. Harm bekam einen roten Kopf, fasste nach der Hosennaht, wo er das Messer stecken hatte, aber er besann sich, denn er war einer gegen anderthalb Dutzend und nun kam auch der Korporal an, ein Mensch so dürr wie ein Bohnenstiefel und mit einer Narbe vom Auge bis zum Kinn und hinter ihm noch ein Dutzend Reiter, die alle Gesichter hatten, wie dem Gott sei bei uns seine Vetternschaft. Als der Korporal hörte, wovon die Rede war, schüttelte er den Kopf, hob zwei Finger hoch und schwur, so wahr ich hier auf zwei Beinen stehe und dabei hob er den einen Fuß auf, verdammt will ich sein, wenn das nicht der Falbe ist, den ich zu Martini vom Schmule Schmul zu Kölle am Ring für dreißig schwere Thaler und einen guten Weinkauf erstanden habe. Darauf will ich leben und sterben, so wahr ich ein getreuer Christenmensch und kein papistischer Hundsfot bin. Harmwulf sah sich um. Er stand zwischen dreißig oder mehr verwegenen Kerlen, denen es auf eine Handvoll Menschenblut weiter nicht ankam. Betrunken waren sie ja alle und wenn er erst auf dem Falben saß und er gab ihnen die Eisen in die Zähne, aber der Gaul war schließlich nicht wert, dass er sich dafür in Not und Gefahr begab und das Tier habe eine dumme Gewohnheit. Es stand auf dem Pfiff. Sollte es also einem von den Kerlen in den Kopf kommen zu Flötchen, dann war er der Dumme und seine Frau konnte auf ihn lauern, bis sie alt und grau war, denn drei, viere von den Koppelknechten machten schon ihre Messer locker und das Frauensmensch da mit dem schwarzen Haare, von dem die Butter nur so herunterlief, stieß den Kerl, der neben ihr stand, den Schäleugigen mit den Blatternarben in einem Fort in die Rippen und machte Augen wie ein Wolf, der Luder wittert. Harm Wolf lachte mit eins auf. Kinder und Leute, juchte er, das ist ja hier ein Leben, noch toller als beim Martensmarkt auf der Burg. Dann wird so ein Heidbauer, als wie ich es bin, der man alle halbe Jahr einen fremden Menschen zu sehen kriegt, ganz dösig in Koppel. Ist ja auch wahr, ich habe ja meinen Falben in der Burg. Ja, ja, man soll vor dem Mittagbrot den Schnaps aus dem Ball gelassen. Naja, denn nichts für ungut, Irren ist menschlich, sagte der Hahn, da gab er sich mit der Ente ab. Und nun wollen wir einen nehmen, bis die Heide wackelt. Kik sieh, schrie er lauthals, da ist ja auch mein alter Freund. Und damit nahm er den Mann mit dem schwarzen Schnauzbart, der die rote Feder auf dem Hute stecken hatte, unter den Arm, und schrie über den Hof, Hohwing, Vater, Trine, Dern, Hille, Hille, Bier her. Als die Reiter ihm lachend folgten, warf er einen Reichsthaler auf das Fensterbörd und sank, ich hab noch einen Thaler, der soll versoffen sein, stieß mit jedwedem an und machte seine Witze, aber dabei wahrte er sich den Rücken, behielt seine Lippen trocken und goss das Bier und den Schnaps über seine Schulter gegen die Wand. Die hübsche Trine wusste nicht, wo sie so schnell Bier herkriegen sollte, so lustig ging es zu. Aber als sie zum achten Male wiederkam, war der Wulfsbauer nicht mehr da. Er hatte einen Witz von Uhlenvaters quantester Sorte zum Besten gegeben, und als die betrunkene Bande vor Lachen nicht wusste, wo sie bleiben sollte, und einer den anderen, der sich auf die Landessprache nicht verstand, verklarte, was der Bauer gesagt hatte, und sich auf die Reithosen schlug und wie ein Ochse brüllte, da gab Wulf der Wirtin etwas ins Ohr und auf einmal schrie die, Essen ist da, zum Essen! Da standen alle auf und Wulf drückte sich hinter die Bäume. Er kam glücklich davon. Einen Koppelknecht, der ihm in die Möte kam, stieß er die Faust unter das Herz, das der Mensch ohne ein Wort in die Jauche schlug. Der Rotbart fragte ihn, Brüder, lieber Brüder, trinken wir noch eins. Aber er gab ihm einen Puff, das der Kerl mit dem Kopf in die Hecke schoss, und als das Taternmädchen Hallo schreien wollte, machte er ein paar Augen und hielt ihr das Messer vor das Gesicht, das sie erst so weiß wie ein Betttuch wurde, ihn dann anlachte und sagte, »Ei, Assua, starker Mann, hübschies Mann!« Er aber trat sie von sich weg und sprang in den Busch. Und als er erst dort war, da verholte er sich, bis die Zähne durcheinander, machte eine Faust und fluchte, »Ich sollte Mann bloß! Ich sollte Mann! Wenn ich noch ein lediger Kerl wäre, dann solltet ihr mir den Falben bezahlen, was er wert ist, ihr Schweinepack!« Aber als er dann in der Heide war, beruhigte er sich, und als er meist beim Hofe war und seine Frau ihm entgegenkam, ganz weiß im Gesicht und ordentlich blau unter den Augen, denn noch kein Mal war er so lange ausgeblieben, da konnte er schon wieder mit dem Munde lachen und ihr das, was ihm zugestoßen war, so erzählen, als wenn das bloß ein dummer Spaß gewesen wäre. Doch als er hinterher in der Butze lag und überdachte, wie es ihm ergangen war, machte er die Finger an beiden Händen krumm. Wenn er nicht an seine Frau gedacht hätte, die daneben ihm lag und so ruhig schlief, als wenn es auf der Welt nichts und weiter nichts als lauter Engel gäbe, dann hätte er am liebsten geflucht wie sein Schwiegervater, wenn der ganz falsch war und loslegte, das tote Pferd soll dich schlagen, hätte er geflucht. Aber so lag er da, ohne sich zu rühren, obzwar ihm stickend heiß war. Den Morgen hatte er noch das Brummelbeerlied durch die Zähne geflötet, als er nach der Stadt ritt, und jetzt? Jetzt lag er da und dachte an das Lied, das der rotbäckige, dicke Kerl ihm in das Gesicht gebrüllt hatte, derselbe Kerl, dem er nachher den Heckenstößer gezeigt hatte. Wie ein unkluges Stück Vieh hatte er gebrüllt, Der Mannsfeld kommt, der Mannsfeld kommt, der Mannsfeld ist schon da, Trudiridi rallala, jetzt ist der Mannsfeld da. Die Braunschweiger Am folgenden Tage aber, als der kleine Hermke auf seinen Knien Hop-Hop-Reiter machte, ihm die Ohren lang zog und lustig krähte, bekam er wieder helle Augen. Doch als er nachher säte, wollte ihm das, was er im Krugel belebt hatte, nicht aus dem Sinne. Das soll doch mit dem Deibel zugehen, dachte er, dass sich dem hergelaufenen Kerl das Pferd für nichts und wieder nichts lassen soll und obendrein noch einen ausgeben muss. Er dachte lange über die Sache nach und weil er doch auf dem Ulmenhofe zu tun hatte, besprach er sich mit seinem Schwiegervater. Tja, sagte der Uhlenvater und spuckte in das Feuer. Tja, das ist eine dummerhaftige Sache. Du kannst den Schaden wohl hören, aber ein Pferd ist doch kein Hühnerei und reichlich gut zu verschenken. Weißt du was? Ich habe sowieso in Celle zu tun und da wollten die Völker ja hin, wie du sagst. Ich will mal sehen, was sich machen lässt. Ich komme mit dem Herrn vom Hofe ganz gut aus, seitdem sich unser Herzog damals hier auf der Jagd über das wilde Schweinelied halb ungesund gelacht hat. Vielleicht ist es gut, wenn du mitfährst. Heute kann ich nicht, aber morgen. Sie fuhren dann auch am anderen Morgen los. Es war wieder ein schöner Tag. Die Lärchen sangen über der Heide und im Bruche flötete der Kolüt. Die beiden Bauern aber sahen brummig vor sich hin und als sie vor sich drei Reiter zu Gesicht bekamen, fasste Harm die Zügel fester und Uhlenvater legte die Pistole, die er mitgenommen hatte, neben sich in das Wagenstroh. Die Reiter aber ritten vorbei, indem sie ihnen nur eben dankten, als sie ihnen die Tageszeit boten. Es waren drei Kerle mit Gesichtern, wie sie der Teufel nicht besser haben kann. Der eine konnte seine Augen gar nicht von dem Gespanne wegkriegen und als Harm sich umdrehte, sah er, dass sie Halt gemacht hatten und miteinander redeten. Aber dann setzten sie sich in Trab und ritten quer in die Heide hinein. Noch allerlei Volk begegnete ihnen, zuerst zwei Landstreicher, dann drei, dann Tatern, die mit ihren Planwagen dahergezogen kamen und in dem es von nackigten Kindern wimmelte. Eins davon, ein Mädchen, das wohl schon an die 13 Jahre alt war, aber so bloß war wie ein Fisch, sprang aus dem Wagen und ehe Harm es sich versah, saß es bei ihm auf dem Sattelpferd und bettelte ihn an und drei, vier andere machten sich bei Uhlenvater im Wagen zu schaffen. Das Takelzeug ist noch zäher als die Hirschläuse, meinte der Wolfsbauer, als sie die nackte Gesellschaft abgeschüttelt hatten und er setzte hinzu, was für Völker jetzt im Lande herumstromen. Eine Schande ist es, dass da nichts getan wird. Gaudiebe und Vagabunden sind beinahe die Herren jetzt. Wenn das so bleibt, kann es noch gut werden. Indem er sich nach drei Zigeunern umsah, wurde er gewahr, dass die drei Reiter umgedreht hatten und hinter ihnen herkamen. Das schien ihm verdächtig und deshalb ließ er die Pferde ordentlich laufen. So kam er früher vor der Stadt an als die Reiter. Bei dem Tore sah es bunt aus. Eine Menge fremden Kriegsvolkes lag dort und als die Bauern den Wächter fragten, was das für eine Bewandtnis habe, hörten sie, dass das allerlei Gesendel war, das der Halberstädter Bistumsverwalter Christian von Braunschweig gegen die Kaiserlichen angeworben hatte. Die Leute hielten sich ziemlich anständig, denn sie lagen unter den Kanonen der Stadt und eine Abteilung herzoglicher Kriegsknechte unter einem Hauptmann passte auf, dass sie keinen Unfug anstellten. Aber Harm dachte sich, als er sie besah, der Mehrsten sehen aus, als wenn sie mit einem Strick um den Hals weggelaufen sind. In Celle spannten sie in der Wirtschaft zur goldenen Sonne aus, wo sie gut bekannt waren und frühstückten mit vier Bauern aus dem Gau Flottwede. Wir werden bald allerlei gewahr werden, meinte der Wartlinger Burgvogt. Die Wienhäuser Nönnekens haben sie schon dünne gemacht, denn sonst könnten sie wohl bald ihr Nonnenfleisch losgeworden sein. In alten Celle haben die Halunken von Kriegsleuten den Bauern mit Gewalt die Würste und Schinken genommen und sie obendrein mit Schlägen zugedeckt. Der Vollmeierpieper in der Burg liegt auf den Tod. Er wollte es nicht leiden, dass sie sich an seinen Töchtern vergriffen und da hat ihm ein Kerl mit dem Säbel über den Kopf geschlagen, dass der Brägen herauskam. Er sah sich um und flüsterte dann, der Kerl, der das getan hat, ist aber auch verschwunden. Es wird gesagt, die Knechte haben ihm um die Ecke gebracht. In Wartlingen sind auch zwei von den Brüdern fortgekommen. Meinen Segen haben sie. Das ist das eine, sagte der Bauer aus Aiklingen. Das ist das eine. Seines Lebens ist man nicht mehr sicher und dazu kommen noch die Steuern. Der Landtag hat die dreifache Schatzung ausgeschrieben und es heißt, dass das nicht das letzte Mal sein soll, denn das Land braucht jetzt Geld für Soldaten. Ja, das ist wohl so und das wäre wohl noch auszuhalten, aber dann kommen die fremden Volker und legen uns auch noch allerlei Lasten auf, das heißt, wenn sie nicht überhaupt nehmen, was sie kriegen können. Prohlmanns Ludien haben sie eine milchende Kuh von der Weide genommen und als er wenigstens Geld wollte, haben sie ihn ausgelacht. Und als Hallen Reimers vom Felde kam, ist er zwei gute Pferde auf die Art losgeworden. Wenn das so weitergeht, gibt es kein Recht und Gesetz mehr. Nun erzählten die Ödringer, weswegen sie nach Zelle gekommen waren. Aber alle meinten, sie sollten den Falben ruhig in den Rauchfang schreiben, denn wenn die Obrigkeit hinter alle solche Sachen hinterfassen sollte, dann hätten sie viel zu tun. Ull aber meinte, versuchen wollte er es doch und ging los. Nach zwei Stunden kam er wieder und ließ den Kopf hängen wie ein krankes Huhn. Ganz begossen sah er aus. Tja, Junge, meinte er, das ist ein Betrieb. Angeschnauzt haben sie mich. Ich sollte sie mit solchen Dummheiten in Ruhe lassen, denn sie hätten Notwendigeres zu tun, als hinter deinem Pferde herzulaufen. Na, so Unrecht haben sie ja nicht, denn wie mir der zweite Koch erzählte, geht es ja jetzt in der Welt her, wie in einem Ameisenhaufen, bei dem der Specht zugange ist. Die Kaiserlichen kommen von der einen, der Braunschweiger und der Durlacher von der anderen Seite und was unser regierender Herzog ist, der muss zusehen, dass er sich nicht dabei die Finger klemmt. Na, Mertens meinte, Herzog Georg, den sie doch zum Kreis Oberst gemacht haben und der an die 20.000 Mann unter sich hat, der wird schon dafür sorgen, dass sie uns nicht lebendig schinden. Aber den Falben bist du darum doch quitt. Thors Pferd soll der Kerl schlagen. Er schlug sich Feuer über seine Pfeife, spuckte vor sich hin und sah den Eidam an. Ich weiß nicht, ich glaube, es geht nicht anders. Wir müssen daran denken, was dein Großvater immer sagte. Hilf dir selber, dann helf dir auch unser Herrgott. Denn warum? Die Obrigkeit, die wird alle Hände voll zu tun haben, dass sie im Allgemeinen für Ordnung sorgt, soweit das angeht. Der einzelne Mann muss sich selber wahren. Ich weiß mal nicht, wie wir es anstellen sollen. Denn was sollen wir zum Beispiel machen, wenn solche Galgenvögel, wie sie vor dem Tore liegen, hundert Stück und mehr nach Ödringen verschlagen werden? Komm, meinte er dann, wollen weg. Wir haben hier ja nichts mehr zu holen. Er rief den Wirt und bezahlte. Na nu, schrie er auf einmal. Harm, Junge, was ist denn das? Und schnell lief er zur Türe. Als Harm ihm in den Hof nachging, sah er, dass einer der drei Reiter, die ihnen am Morgen begegnet waren, das Sattelpferd aus dem Stalle zog. Ho, ho, rief er und machte das Messer locker. Was soll denn das heißen? Der fremde Mann sah ihn an und lachte. Na, ich kann doch wohl das Pferd mal ansehen. Ich habe dem Knecht das ja gesagt und ihn gefragt, wem es gehörte. Ich bin nämlich Pferdehändler und dein Pferd hat mir gleich in die Augen gestochen, denn es passt ganz zu einem, auf das ich handele und das würde ein feines, herrliches Gespann geben. Was soll es gelten? Der Wolfsbauer schüttelte den Kopf. Es ist mir nicht feil, sagte er und führte es vor den Wagen. Na denn nicht, was nicht ist, kann auch werden, vielleicht besinnst du sich. Damit ging der Händler ab. Die Ödringer sahen ihm mit schiefen Augen nach und der Wirt schnippte mit den Fingern. Tja, der knurrte er, der und Pferdehändler. Wer so billig einkauft, kann es zu was bringen in der Welt. Er kehrt öfter bei mir ein und verzehren tut er gut, aber ich sehe ihn lieber gehen als kommen. Zum Ersten, weil mir seine Augen nicht gefallen können und dann, weil ich ihn mit den Völkern von der Marsch zusammen gesehen habe, denen jeder Kerl, der was auf sich hält, aus dem Wege geht. Hanebut heißt er, Jasper Hanebut und aus Bootfeld bei Hannover soll er sein und die er meist bei sich hat, Hänschen von Roden und Kasper Reusche, denen Brüdern traue ich auch nicht über den Weg. Gerade als sie losfahren wollen, gab es von der Stechbahn her ein großes Geschrei. Ein Bauer kam zwischen zwei Stadtknechten daher und hinter ihm ging seine Tochter, ein blasses Mädchen von siebzehn Jahren, das in ihre Schürze weinte. Der Bauer schimpfte gewaltig. Verfluchte Zucht, schrie er, totschlagen sollte man die Hunde. Ich bin wahrhaftig keiner, der nicht einen Spaß verträgt. Aber was zu viel ist, das ist zu viel. Ist denn meine Tochter dazu da, dass jeder lause Pelz seinen Harnjückel damit treiben kann? Na, so bald tut der Lümmel das nicht wieder. Sein eines Auge passt ihm in vier Wochen nicht wieder in den Kopf und es tut mir bloß leid, dass es nicht ganz herausgekommen ist. Und ich will doch sehen, ob noch Recht und Gerechtigkeit im Lande ist und ob wir in einem christlichen Staate leben oder unter Türken und Heiden. Ein Handwerkmeister, den der Wirt kannte, erzählte, was los war. Der Bauern, der aus der Beue war und mit seiner Tochter, die es auf der Brust hatte, zum Doktor wollte, war zwischen das Halberstädter Kriegsvolk geraten und die hatten das Mädchen hergekriegt und abgedrückt, als wenn es ein Tatan-Frauenzimmer war. Ihr Vater hatte dann dem einen Kerl eins mit der Faust ins Gesicht gegeben, dass das Auge gleich vor dem Kopf stand. Na, und der Ordnung halber musste die Sache untersucht werden. Aber, setzte ihr Mann hinzu, sie werden ihn wohl gleich laufen lassen. Vom Schlosse aus ist den Braunschweigern angesagt worden, wenn sie nicht in einer Stunde unterwegs sind, dann würden die Leute des Herzogs sie auf den Trab bringen. Er sah die Bauern an, ich würde an eurer Stelle noch etwas warten, ehe ich losfahre, sie ziehen gerade ab und gute Laune haben sie just nicht. Das schien den Oedringern ein guter Rat zu sein und so gingen sie mit dem Manne wieder in die Gaststube. Gerade als die Kastenuhr ausholte, um die zweite Stunde anzumelden, riss Uhl die Augen auf, machte ein Gesicht, als ob er etwas Schreckliches sah und sprang auf. Komm, rief er, jetzt ist es aber Zeit. Wir brauchen ja nicht die Heerstraße zu fahren, wir können den Dietweg durch die Heide nehmen. Ich habe eine Unruhe auf dem Leibe, ich weiß nicht, was das mit mir ist. Vielleicht, dass ich mich habe allzu viel ärgern müssen. Sie fuhren also los. Vor dem Tore war es still, bloß, dass da noch allerlei Zigeunerfolg lag. Als sie in die Heide einbiegen wollten, rief es hinter ihnen, drei Bauern aus Engelsen kamen angeritten, Tag, rief der Älteste, nehmt uns mit, wie es heutzutage hergeht, reist man zu fünft besser als zu dreien und zweien. Vorhin sind hier drei Männer vorbeigeritten, die sahen aus, als wenn sie der Deibel aus dem Holster verloren hat. Es ist Zeit, dass Herzog Georg mal mit den engen Kammen über das Land geht, es hat sich allerlei Ungeziefer angesammelt. Er drehte sich um und winkte einem jungen Bauern zu, der die Heerstraße entlang ritt. Hinnerk, komm lieber hier, denn so hast du keine Langeweile unterwegs. So waren sie selbst Sechse und da jeder eine Pistole und das große Messer bei sich hatte, brauchten sie sich nicht zu sorgen. Wolfsbauer, sagte der Engelser, wir können jetzt die Oren steif halten, wir gemeinen Bauern. Bei uns haben wir das schon abgemacht. Tatern und anderes fremdes Volk, das sich bei uns sehen lässt, das wird ohne weiteres mit der Peitsche begrüßt, denn die Bande zeigt den Räubern, denn was anderes sind doch diese Kriegsknechte nicht, bloß den Weg, wo es was zu holen gibt. In Elashausen haben sie vorige Woche zwei von diesen Kerlen, die ein Pferd von der Weide geholt hatten, in aller Heimlichkeit aufgehängt und beigerodet. Und das ist ganz recht so. Denn erstens sind es keine richtigen Menschen und außerdem, warum bleiben sie nicht, wo sie hingehören? Die anderen Bauern nickten, bloß Uhlenvater nicht, denn der saß da, sah mit großen Augen über die Heide, machte einen Mund wie ein Untier, murmelte ab und zu etwas vor sich hin und als Harm ebenfalls über die Heide sah, denn er dachte, da wäre etwas, da war ihm als Sprenge ein Mann hinter die Krüppel fuhren. Er sagte, es Dreves und der Engenser achtete auf den Weg und rief mit einem Male, kann schon stimmen, hier sind eins, zwei, drei Reiter hergekommen. Es soll mich wundern, wenn das nicht die verdächtigen Kerle von vorhin sind. Na, lass sie mal kommen, wir sind unserer Sechser und Dreschen eine gute Nummer. Sie taten nun, als ob die Heide ein Garten Gottes war, obprallten und lachten, hatten aber die Hände an den Pistolen und hielten scharf Umschau. Sie sahen aber nichts Verdächtiges, bloß, dass mit einem Male aus dem Fuhren drei Hirsche herauspolterten, als wenn die Wölfe dahinter waren. Und als sie an der Stelle vorbeikamen, hörten sie im Busche einen Hengst wieren, denn die Oedringer hatten eine Stute als Handpferd und die schien rossig werden zu wollen. Sie sahen sich an, prallten dann aber bloß noch lauter los und lachten wie unklug, bis auf den Papenbohr, denn der saß ganz still bis an seinen Lippen herum und sah dahin, wo Oedringen liegen musste. Als sie eine Viertelstunde weiter waren, hörten sie den Hengst wieder wieren und mit eins winkte Drewes die anderen zurück, jagte in die Heide hinein und es war ihnen, als wenn da etwas lief. Ob das nun aber ein Mensch oder ein Tier war, das konnten sie nicht sehen. Mit einem Male hörten sie etwas wie einen Schrei und dann kam Drewes wieder angeritten und sagte, ich dachte, es wäre ein Wolf. Harm, neben dem er ritt, sah ihn sich genau an und da fand er, dass an dem dicken Krückstock, den der Engenser am Sattel hängen hatte, denn er hatte rechts ein kurzes Bein, frisches Blut war. Drewes fing den Blick auf, ein Zigeuner, der schon seit einer Stunde neben uns her gestunken ist. Er hat wohl den Spion für die drei Buschklepper machen wollen, aber ich habe ihm ordentlich eins ausgewischt, einer weniger, anders geht es nun mal nicht. Wulf gefiel der Engenser nicht mehr so gut. Gewiss, die Tatern waren ja nur halbe Menschen und Christen waren sie erst recht nicht, wenn sie ihre Kinder auch in einem Weg taufen ließen, der Patengulden halber, aber gleich darauf loszuschlagen wie auf ein wildes Tier, das wollte Harm denn doch nicht in den Kopf. Aber er musste Drewes recht geben, als er leise zu ihm sagte, wenn in jedem Dorf ein tüchtiger Kerl ist und der holt alles zusammen, was sich wehren kann und ein Dorf hilft dem anderen, denn so würde das schon gehen. Den Donner auch, wir sind doch nicht dazu da, dass Hans Hunger, Darm und Jans Schmachtlapp mit uns Schindluder spielen. Das sage ich dir und so sollte es ein jeder halten. Ehe, dass ich mir und meinen Leuten einen Finger ritzen lasse, lieber will ich bis über die Enkel im Blute gehen. Na, denn adjus auch. Er ritt mit den drei anderen nach links ab. Wulf und Ul waren kaum ein Ende allein weitergefahren, da hörten sie wieder den Hengst wieren und als sie Halt machen, kamen die drei fremden Reiter langsam hinter ihnen her. Was die Kerls wohl von uns wollen, meinte Ultenvater, wollen so tun, als wenn sie an den Strängen, was vertottert ist, denn was sie uns an den Balk wollen, so können wir uns hinter dem Wagen bergen und sie mit einem guten Schuss begrüßen. Sie stiegen also ab und machten sich an dem Geschirr zu tun, während die Reiter langsam näher kamen. Als sie meist bei ihnen waren, rief der eine, von dem der Wirt in Zelle gesagt hatte, dass er Hanebut hieß, Na, willst du das Pferd jetzt verkaufen? und dabei hatte er das Gewehr vor sich auf dem Sattel. Wulf schüttelte den Kopf und sagte, Es ist mir nicht feil. Und währenddem stellte er sich hinter das Gespann und hatte die Pistole zur Hand und Ul machte es ebenso. Ich muss das Pferd aber haben, zum Donner noch einmal, schrie der Kerl. Also, wie ist es damit? Er machte runde Augen und hielt das Gewehr mehr nach Wulf hin. In demselben Augenblicke hörte Wulf, dass die Engenser wieder angeritten kamen, denn Drewes Sattel piepte auf ganz absonderliche Weise. Und da wollten die Buschlepper fort, aber nun krachte es schon. Der eine, der hinter Hanebut hielt, fiel mit dem Kopf vornüber, hielt sich aber noch und jagte hinter den beiden anderen, die die Hasen machten, in die Heide, stürzte aber bald aus dem Sattel, wurde jedoch von Hanebut aufgegriffen und hinter sich gezogen, während sein Pferd wie wild hin und her lief. Hinter ihnen her jagten die Engenser und schossen noch zweimal. Das sind wir ja noch gerade rechtzeitig gekommen, Kinder, lachte Drewes, als er zurückkam. Ich drehe mich noch einmal um und sehe die Lümmel hinter euch her reiten. Na, der eine soll wohl ein schönes Prägenschöpen haben. Ein Schade, dass ich mir gerade so eine vermuckte Fliege auf das Korn setzen musste, als ich losdrückte. Dadurch bin ich ein bisschen zu hoch abgekommen. Aber ein Hauptspaß war es doch und eine schöne Hose voll Angst wird das Gesindel wohl mitgenommen haben. Und den Braunen sind sie auch los. Er klappte mit der Zunge und ritt auf das Pferd los. Na Hans, komm doch mal her. So, schön. Er hielt es am Halfter fest und besah es von allen Seiten. Das dachte ich mir doch gleich, meinte er dann. Seht mal her, ist das nicht Tietke Rundes, Marke? Damit wies er auf das Zeichen, das der Hengst auf der Schulter hatte. Na, gekauft hat er das bestimmt nicht, denn als ich vorige Woche von ihm einen Vierjährigen haben wollte, sagte er, er hätte selbst keinen über, da ihm einer an der Kolik gefallen ist. Da haben wir uns eine Runde Bier verdient und die wollen wir gleich in Ehlershausen im Voraus trinken. Hasenjagen macht eine trockene Leber. Im Kruge gab es einen großen Aufstand, als die sechs Bauern mit dem Hengste ankamen, denn Runde aus Wettmar war schon da gewesen und hatte erzählt, dass ihm in der Nacht der Braune aus dem Grasgarten gestohlen war. Es waren eine ganze Menge Bauern aus dem Orte und aus der Umgebung da, die über die Braunschweiger sprachen. Wo sie hingekommen waren, hatten sie sich unnütz gemacht, aber da sie bloß hundert Mann stark waren und die Bauern keine freundlichen Gesichter machten, war es noch halbwegs gut abgegangen, zu dem viele davon angetrunken waren und kaum auf den Beinen stehen konnten. Die letzten waren eben erst abgezogen, man konnte, da der Wind nach dem Dorf stand, noch hören, wie sie brüllten. Lustige Braunschweiger seint hier, sangen sie. Aus der einen Runde sollten zwei werden, aber die Ödringer hatten keine Ruhe. Uhl bekam immer gläunigere Augen und auch Harm waren nicht gut zumute. Je näher er bei seinem Hofe war, umso unheimlicher wurde es ihm. Als er den Hofmeist sehen konnte, kam ihm der Knecht entgegengelaufen. Na, was ist los? rief er ihm zu. Denn das nicht alles in der Reihe war, merkte man gleich. Ach, Bauer, stotterte der Knecht, die Frau, es waren von den Biestern welche auf dem Hofe und die haben die Hühner, die haben sie greifen wollen und da kam die Frau und wollte ihnen das verwehren und da hat sie der eine Kerl mit dem Gewehr vor den Leib geschlagen und da liegt sie nun und ist von sich und das Kind, es war ein Mädchen, das ist tot. Junge, brüllte der Bauer, und die Bäuerin, wie ist das mit der? Der Knecht fuhr zurück und stotterte noch mehr. Das soll wohl nicht auf Leben und Tod gehen, sagt Mutter Kripsch. Sie sagt, es wäre bloß die Allmacht von dem Schreck. Er ging neben dem Bauer her, bei Uhre zwei, da war das, da kamen die Schinder an, erst wollten sie Bier und dann Schnaps und dann ging einer bei die Hühner und da ist das denn so gekommen. Duvenmutter kam den Bauern in der Halbtüre entgegen. Mann, ruhig, sie schläft jetzt. Vorhin hat sie das Fieber gehabt und immer nach dir gerufen, aber nachher, da ist sie eingeschlafen und hat gut geschwitzt. Sie weinte los, so nütliches Mädchen, das Lütje, dass das sterben musste, ehe das es auf der Welt war. Diese Hunde, diese gottverfluchten Hunde, bei lebendigem Leibe könnte ich sie brennen sehen und die Frau hat dem Kerl kaum ein böses Wort gesagt. Sie rief mal bloß, doch nicht die Legehenne, ich will dir ja gern eine Wurst geben und dafür liegt sie jetzt da und das Kind ist tot. Sie hob ein Laken auf, das über zwei zusammengestellten Stühlen lang. Ki, da ist es, als wäre ein so schönes und gesundes Kind geworden. Harm sah kaum danach hin. Er hatte die Schuhe ausgezogen und ging nach der Dünze. Seine Frau schlief, er hörte, dass sie ruhig atmete. Er holte sich ein Glas Wasser und ein Stück Trockenbrot, setzte sich in den Backenstuhl neben dem Ofen. Die Gedanken gingen ihm in den Kopf hin und her wie die Schwalben über die Wiese. Mit der Zeit wurde er ruhiger, aber an Schlafen konnte er nicht denken. Ja, Dreeves hat recht, dachte er, jeder ist sich selber der Nächste, besser fremdes Blut am Messer als ein fremdes Messer im eigenen Blut. Ihm war zu Sinne, als müsste er verrückt werden vor Ingrim. Seine Frau hatte einer von diesen Kerlen den Leib geschlagen, seine Frau, die keiner Flieger ein Leid antun konnte. Am liebsten hätte er sich wieder auf das Pferd gesetzt und wäre hinter dem Kerle dreingeritten. Aber das war ja Unsinn. Es hatte keinen Zweck daran zu denken, wie schön es wäre, den Menschen so lange zu würgen und zu schlagen, bis kein Leben mehr in ihm war. So saß er die ganze Nacht mit offenen Augen da und sah nach der Butze, in der seine Frau schlief. Als die Eule laut zu prahlen, Fink rührte die Bäuerin sich und rief leise, Harm, Mann! Da ging er schnell vor das Bett und nahm ihre Hand in die Seine und so blieb er stehen, bis es Tag wurde. Dann setzte er sich wieder in den großen Stuhl und sah vor sich hin, bis ihm die Augen zufielen. Aber er fuhr sofort wieder in die Höhe und sah sich wild um. Dann seufzte er und setzte sich wieder. Er hatte geträumt, er war hinter den Kerlen hergeritten und hatte den einen, gerade den, den er meinte, angetroffen, wie er daher wankte und das Braunschweiger Lied sank, und da hatte er ihn von hinten gepackt und gedümmt, bis er blau im Gesicht wurde und keinen Finger mehr rührte. Leise ging er aus der Dünse und wusch sich draußen in einem Eimer. Ihm war, als wollte ihm das Blut aus den Ohren springen und jedes Haar auf dem Kopf bekribbelte ihm. Solch böse Augen hatte er, das Griebto den Schwanz einzog, als er ihn sah. Aber war es nicht auch zum Verrücktwerden? Da lag nun seine Frau und wer weiß, ob sie am Leben blieb und der Kerl, der Hund, saß vielleicht wieder mit dem Bierkrunk in der Hand da und sang, Herzog Christian hat uns wohl bedacht, Bier und Brandwein uns mitgebracht, Musikanten zum Spielen, schöne Mädchen zum Vergnügen bei Bier und Wein, Lustgebraunschweiger wollen wir sein. Die Weimaraner Es war von da ab sehr still auf dem Wulfshofe. Die Bäuerin kam langsam wieder zu Kräften, aber sie wurde lange nicht mehr die lustige Frau von ehedem. Sie blieb blass und in sich gekehrt und verjagte sich bei jeder Kleinigkeit. Der Bauer war auch anders geworden. Die Wut und der Ingrimm fraßen ihm das Herz ab. Er hatte es verlernt bei der Arbeit zu flöten und wenn er lachte so war das als ob die Herbstsonne einen Augenblick durch die Wolken kam. Es war auch keine Zeit zum Flöten und Lachen. Die Steuern nahmen immer mehr zu, Bettelvolk aller Art zog im Lande umher, Westfalen, Friedländer, Lipper, die bis dahin in Ruhe und Frieden gelebt hatten, aber jetzt mit dem Weißen Stocke gehen mussten, weil ihnen die Mannsfelder oder die Braunschweiger alles genommen und ihnen noch dazu das Dach über dem Kopf angesteckt hatten. Schrecklich war es, was die Leute zu erzählen hatten. Mehr als ein Mensch aushalten kann, ohne verrückt zu werden. Harm traf mitten in der Heide eine Frau an, die sank und betete und lobte Gott für seine Güte. Er hatte das nicht mit ansehen können und sie mit auf den Hof genommen, wo sie halbwege wieder zu sich kam. Sie hatte auf einem guten Hofe gesessen, ihr Mann war zu Tode gequält, ihre drei Töchter und der kleine Junge auch. Da war sie übergeschnappt und in die Welt hineingelaufen. Sie aß wie ein Wolf und erzählte dazwischen. Es war grässlich anzusehen, wie sie dabei trockene Augen behielt, in einem Fort lachte und wieder betete und Gott zum Lobe sank. Der Bauer war froh, als sie ging, ob zwar sie ihm von Herzen dauerte, aber die Bäuerin war ganz krank von dem geworden, was die fremde Frau erzählte und dreimal fuhr sie in der Nacht in die Höhe und schrie und beruhigte sich erst wieder, als Harm ihre Hand nahm und ihr zusprach. Am anderen Tage war sie so elend, dass sie nicht aus dem Bette konnte und jedes Mal, wenn eine Tür zuschlug, verjagte sie sich. Seit der Zeit verbot der Bauer es seinen Leuten von dem zu reden, was in der Welt vorging. Soweit es sich machen ließ, blieb er auf dem Hofe und ließ die Feldarbeit den Knechten. So sauer es ihm auch ankam, er zwang sich zum Lachen und Flöten, denn er merkte, dass das der Frau gut tat und bei Kleinem wurde es mit ihr besser. Wenn sie dann abends den Jungen zu Bett brachte und der redete Korn und Kaff durcheinander und quiekte und lachte, dann konnte sie auch wieder mitlachen. Aber es war doch nicht mehr das Lachen, das sie früher hatte und bei dem es dem Bauern immer ganz heiß unter dem Brusttuche wurde. Ihr Vater, der sich jetzt viel auf dem Wolfshofe blicken ließ, gab sich alle Mühe, sie mit seinen Dummheiten aufzumuntern, aber es war und blieb doch nur ein halbes Werk. Da das Auspressen und Plündern und das Quälen und Martern kein Ende nahm, hatten die Bauern rund um das Bruch miteinander abgemacht, sich gegenseitig Bescheid zu geben, damit das Vieh und die Frauensleute geborgen werden konnten. Alle paar Wochen musste einer der Knechte losjagen, wenn von irgendwo schlimme Post kam oder die Oetringer trieben Hals über Kopf ihr Vieh in dem Burgwall mitten im Buche und ließen ihre Frauen und Mägde so lange in den Plaggenhütten, bis die Luft wieder sauber war. Seinen besten Knecht hatte der Wolfsbauer dabei eingebüßt. Er war zum nächsten Dorfe geritten, um anzusagen, dass ein Haufen Weimarer Kriegsknechter auf dem Weg war. Am anderen Tage war der Schimmel wieder da, aber mit Blut auf dem Rücken und einem Streifschuss am Halse. Katz aber kam nicht wieder. Bis dahin hatte der Wolfshof unter dem Krieg weniger ausgestanden als die anderen Höfe in Oedringen, weil er zu sehr abseits lag. Auch Landstreicher fanden sich selten deshalb ein. Da kam an einem Herbstmorgen, als es über Nacht zum ersten Male gefroren hatte, ein Zigeunerweib angebettelt, das ein halbnacktes Kind an der Brust hatte. Uhlenvater wollte den Hund auf sie loslassen, aber seine Tochter und der Bauer wehrten es ihm. Vater, sagte die Bäuerin, sie hat ein Kind an der Brust und sieht halb verhungert aus. Der Alte brummte, als sie der Frau warme Milchbrot und getragene Kleider gab, und der Altvater Wulf, der nicht mehr viel sagte, seitdem er sich auf die Leibzucht begeben hatte, meinte, wenn dich das Mann nicht geräuen wird, Mädchen. Am Nachmittag kamen 30 Weimaraner unter einem Offizier auf den Hof. Mitten über die Heide, wo kaum ein Weg war, kamen sie und der Altvater sagte, da haben wir es schon. Sie verhielten sich ziemlich anständig, weil es ihnen an Wurst und Brot nicht fehlte und der Offizier darauf sah, dass sie nüchtern blieben, weil sie noch einen großen Marsch vorhatten. Aber ob der Bauer sich noch sehr sträubte, er musste zwei Gespanne herleihen und weil der Knecht von einem Pferd geschlagen war und ein steifes Knie hatte, musste Harm selber mit, so schwer ihn das auch ankam. Anfangs hieß es, seine Pferde würden bloß bis Burgdorf gebraucht, aber als man auf der Hohen Heide war, kam ein Zigeuner angelaufen, sprach mit dem Führer und der Zug schwenkte nach Wettmar ab, wo zwei Wagen mit Hafer standen, die Wulf weiterbringen sollte. Es war schon meist Abend, als sie in Bissendorf ankamen. Da ging es wild her, alles lag voll von Weimar'schen Truppen und es war ein Gebrüll und Getue, das Wolf ganz dumm zumute wurde. Der Wirt und die Wirtin sahen aus, als wenn sie aus dem Grabe geholt waren. Der Magd hing das Haar lose um den Kopf und Brusttuch und Hemd waren ihr kurz und klein gerissen und die Kinder saßen auf einem Haufen hinter dem Backhause und streichelten den Hund, den einer von den Kerlen totgeschlagen hatte. Bei ihnen saß der Knecht, hielt sich die Seite und spuckte Blut, denn er hatte einen Kolbenstoß in die Rippen bekommen, weil er sich für die Magd aufgeschmissen hatte. Wulf wartete und wartete, denn der Offizier hatte ihm gesagt, seine Pferde kriegt er wieder. Es war meist Mitternacht, da gab Wulf für einen Soldaten einen Krug Bier aus, damit der Mann den Offizier an sein Wort erinnern sollte. Gerade wollte er seinen Geldbeutel wieder einstecken, da wurde ihm der aus der Hand gerissen und ehe er sich versag, lag er vor der Türe. Er griff nach seinem Messer, nahm sich aber zusammen und wartete, bis der Offizier schlafen gehen wollte und als ein langer Mann, den die anderen Herr Oberst anredeten, ihm in den Weg kam, nahm er seinen Hut ab und fragte, ob er jetzt nicht seine Pferde bekommen könne. Maul halten, schnauzte der Offizier. Was gehen mich seine Pferde an, dummes Bauernvieh? Wulf wirkte es im Halse, aber er hielt sich zurück. Herr Oberst, der Herr Offizier hat es mir fest und heilig versprochen, dass ich meine Gespanne wiederhaben soll, sagte er und er wunderte sich selbst darüber, dass er das so ruhig sagen konnte. Der Offizier bekam einen roten Kopf. Ist er verrückt, dreckiger Lümmel? schrie er ihn an. Ist er verrückt? Stellt sich der Kerl vor mir in den Weg? Weg da! Und als der Bauer nicht sofort Platz machte, schlug er ihn mit den langen gelben Stulphandschuhen, die er in der Hand trug, in das Gesicht, dass es knallte und ging an ihm vorbei. Wulf blieb wie ein Stock an der Wand stehen. Er hörte es kaum, dass ein Trossknecht ihm sagte, Krieg ist Krieg und hin ist hin. Tröste dich, wie ich es getan habe. Ich hatte auch einmal Haus und Hof und jetzt bin ich froh, wenn ich Brot und Bier habe. Er ging in den Grasgarten, setzte sich auf einen schrägen Baum. Es war eine sterneklare, kalte Nacht, aber der Bauer merkte die Kälte nicht. Er aß sein Brot und seine Wurst so ruhig wie immer, trank seinen Schnaps und überlegte, was zu machen war. So saß er da, bis es an zu schummern fing und es im Hause wieder laut wurde. Die Magd, die Wasser aus dem Hofe holte, rief ihn an, weil er eine Schüssel Suppe essen sollte und das tat er auch. Der Trossknecht kam auch in das Haus und Harm brachte aus ihm heraus, wo es hingehen sollte und auch, dass der Mann, der ihn geschlagen hatte, ein leibhaftiger Sadam und Menschenschinder war. Der kann dabei stehen und sich högen, wenn sie ein Mädchen zu Tode quälen, erzählte der Knecht und gab einige Stücke zum Besten, dass es dem anderen kalt und heiß durcheinander über den Rücken lief. Als er weg war, machte der Wolfsbauer sein dümmlichstes Gesicht und ging kalt hier, bald dahin, gleich als wüsste er nicht, wo er vor Langeweile bleiben sollte. Auf einem Fenster Börd lag ein Pulverhorn und ein Kugelbeutel. Als niemand hinsah, warf er beides über den Zaun unter den Hollerbusch. Dann sah er sich so lange um, bis er die Büchse fand und die besorgte er auch beiseite. Zuletzt traf er den jungen Offizier, der bei ihm auf dem Hofe gewesen war, er bat ihm, ihm die Pferde wieder zu beschaffen. Der junge Mensch, der den Abend zu viel getrunken und sein ganzes Geld verspielt hatte, zuckte die Achseln und ging an ihm vorüber, ohne ein Wort zu sagen. Als Harm ihm nachging und ihm sagte, Ihr habt es mir doch versprochen, schrie er, Hast du noch nicht genug? Schere dich zum Teufel! Wenn nicht, denn nicht, sagte der Bauer vor sich hin, ließ sich noch einen Teller Brotsuppe und ein Stück Trockenbrot schenken, denn der Wirt sagte, Dein Geld haben die Schweine ja doch bei mir versoffen. Als die Luft rein war, steckte er das Pulverhorn und den Kugelbeutel ein, nahm die Büchse unter seinen Mantel, sah sich um, ob ihn auch niemand gewahr wurde, und dann drückte er sich von einem Baum zum anderen, bis er weit genug weg vom Kruge war und in die Heide kam. Er war ganz ruhig, er wusste, wie er sich bezahlt machen wollte. Ganz langsam ging er, sich immer in Deckung halten, im großen Bogen in Bruche zu und nach der Straße hin, und da suchte er sich eine Stelle, wo lauter Torfstiche waren, sodass kein Reiter dort durch konnte. Da wartete er, bis es Zeit für ihn wurde. Hinten in der Heide fiel ein Schuss, im Moore war ein Birkhahn am Prahlen, ein Fuchs kam quer über die Straße, kriegte Wind von den Bauern und machte Kehrt. Krammetsvögel fielen zu Felde, Mäuse piepten in den Ellernbüschen, eine Elster flog über ihn weg. Da blies im Dorf ein Horn, einmal, zweimal und ein drittes Mal. Jetzt, jetzt, dachte Harm. Es dauerte nicht lange und er hörte das Gepolter der Wagen, das Klappen der Peitschen, ein Pferd wehrte, eine Stute, ein Hengst antwortete und dann alle anderen. Der Trompeter blies ein lustiges Stück, die Reiter sangen, schön hörte sich das an. Wolf kannte das Lied, er pfiff vor sich hin, lachte und dachte, gleich, gleich. Sie kamen, ein, zwei, drei Reiter, dann ein ganzer Haufen, dann wieder einer, der Trompeter, dann der Fähnrich, ein dicker Mann mit lustigem Gesicht, der junge Offizier, neben ihm noch einer, sie erzählten sich etwas, lachten laut und zielten mit der Hand nach einem Raben, der über die Straße flog und sofort abschwenkte. Dann kam ein Frauenzimmer angeritten, an jeder Seite ein Reitknecht. Das war die Person, die der Oberst bei sich hatte, ein ausnehmend schönes Mädchen. Es drehte sich um und rief etwas hinter sich. Und dann kam der Oberst. Er sah aus, als wenn er wenig getrunken und gut geschlafen hatte. Er klopfte mit seiner rechten Hand, die in dem gelben Stulphandschuh steckte, seinem Apfelschimmel den Hals. Wolf sah ihn sich genau an, denn er wollte das Gesicht für immer im Gedächtnis behalten. Dann nahm er den Mann auf das Korn, gerade in dem Augenblicke, als der Oberst ihm das volle Gesicht zudrehte. Er zielte auf die Brust, aber dann ging er tiefer und so wie es knallte, sah er durch das Feuer, dass der Mann beide Arme über sich warf und nach der Seite klappte und gleich darauf hörte er ihn schreien. Oh Jesus! Und hinterher quietschte das Frauenzimmer auf. Aber da war der Bauer schon ein Ende weiter. Er hatte sich vorher genau überlegt, wie er es machen musste, damit ihn keiner zu sehen bekam. Als das Schreien und Rufen losging und ein Dutzend Schüsse in den Ellernbusch gefeuert wurden, in dem er gelauert hatte, da hatte er schon den Abstich und ein tiefes Flatt hinter sich. Von einem Birkenbusche nach dem anderen kriechend kam er zu dem Anberg, von dem aus er nach der Straße hinsehen konnte. Er musste lachen, wie sie da hin und her ritten und durcheinander jagten, gerade als wenn sie das zum Vergnügen taten. Und jetzt lachte er hellwege auf, denn drei Reiter, nein vier, die in das Moos hineinjagten, waren auf einmal weg und das Wasser spritzte auf. Dafür ist es eigentlich heute Morgen zu frisch, sagte er vor sich hin und schüttelte den Kopf, als noch drei Reiter in das Bruch ritten. Zwei sanken gleich ein und kehrten um, der eine aber, der einen Schecken ritt, kam beinahe bis zur Heide, aber da brach das Pferd ein, der Ritter schlug in den Morass, dass es nur so quatschte, und das Pferd trabte ledig weiter. Wulf sprang auf und kroch gebückt von einem Markangelbusch zum anderen, bis er weit genug war. Er sah noch, dass mehrere Reiter abstiegen und zu Fuß in das Bruch gingen, dann aber lief er, was er konnte, bis er da war, wo der Schecke stand, hin und her trat und nicht recht wusste, was er machen sollte, um aus dem Morass da rauszukommen. Als er den Bauern sah, prustete er freundlich und in aller Gemächlichkeit konnte Wulf ihn packen und an einem Busche anbinden. Er blieb so lange hinter einem Machangel liegen, bis der Zug sich wieder aufmachte. Ungefähr konnte er zählen, wie viele Pferde es waren. Der Apfelschimmel ging ledig und das Frauenzimmer war auch nicht mehr beritten, denn der verrückte rote Hut, den sie aufhatte, war jetzt auf einem Wagen zu sehen. Der Bauer nickte, er wusste, dass er seine Sache gut gemacht hatte. Er lauerte so lange, bis der Zug im Walde verschwunden war und dann noch eine Viertelstunde. Dann ging er vorsichtig dahin, wo er die Büchse versteckt hatte, lud sie aufs Neue und kroch dahin, wo der Reiter so schwer gestürzt war. Er fand ihn gleich. Der Mann hatte den Kopf auf der Brust und rührte sich nicht mehr. Er hatte sich das Genick abgestürzt. Es war kein gemeiner Reiter, sondern ein Wachtmeister. Wulf nahm ihm den Gürtel ab, schnitt die Jacke auf und dann lachte er vor sich hin. Elf Dukaten hatte der Kerl in der Rückenbahn eingenäht, sieben auf der Brust und in der Tasche hatte er drei Taler und noch mehrere Schillinge. Zudem hatte er ein sehr schönes Dolchmesser außer dem Säbel an seinem Gürtel. Das Messer nahm Harm an sich, den Säbel ließ er liegen, aber die beiden langen Pistolen, in der in der Satteltasche das Pferdespfand behielt er. Als er in dem Holster noch weißes Brot, eine Flasche Schnaps, ein gebratenes Huhn und Salz fand, war er vollends zufrieden. Er setzte sich neben das Pferd, frühstückte in aller Ruhe, gab dem Schecken das Brot, das er aus Bissendorf mitgenommen hatte, schlug sich die Pfeife an, rauchte sie langsam zu Ende und ritt dann in schlanken Trabe nach Hause. Schon von Weitem wurde er gewahr, dass seine Frau nach ihm aussah. Sie lachte und weinte durcheinander, als sie ihn sah. Oh Gott, Harm, ruf sie kein Auge, habe ich zugetan die ganze Nacht. Gott sei Lob und Dank, dass du wieder da bist. Was habe ich mich gebankt? Aber wo hast du den Schecken her? Wo sind unsere Pferde? Ihr Mann lachte lustig auf. Tja, Mädchen, die habe ich Ihnen lassen müssen, aber ich habe sie gut bezahlt gekriegt. Sieh an! Er hielt ihr das Geld hin. Aber jetzt bin ich hungrig wie ein Wolf. Solchen Hunger habe ich lange nicht gehabt. Gestern bin ich vor Ärgern nicht zu meinem Recht gekommen. Was macht denn der Junge? Hat sich denn sonst irgendetwas Besonderes begeben? Er war so aufgekratzt und hatte so blanke Augen, dass seine Frau sich über ihn wundern musste und die Angst, die sie den Tag vorher und die Nacht gehabt hatte, schlug bei ihr in lauter Freude um. So wurde es ein Tag, wie er auf dem Hof lange nicht mehr gewesen war, so viel Lachen und Flöten gab es. Harm trug seinen jungen Huckepack, ließ ihn auf den Knien reiten und sang ihm dazu das Lied vor, das der Trompeter den Morgen geblasen hatte. Ein Reiter kam auf den Hof. Es war Dreeves. Hast du das Neueste schon gehört? fragte er Wulf leise und Grief lachte dabei wie ein Scharfrichter. Heute Morgen ist der Weimarsche Oberst oder was er sonst ist, hinter Bissendorf bei der alten Wolfskuhle aus dem Busche totgeschossen. Das heißt, ganz tot ist er nicht gleich gewesen. Sie haben ihn noch bis Hobe gefahren und da ist ihm die Puste ausgegangen. Ich habe die Geschichte in Mellendorf gehört und ein Wachtmeister und ein Reiter sind noch dazu im Bruche ersoffen, als sie hinter dem Scharfschützen hersuchten. Die Döllmer hätten da wegbleiben sollen. Er sah den Wolfsbauern von der Seite an. Deine Pferde bist du losgeworden, habe ich gehört. Der Knecht sagt, du hast sie gut bezahlt gekriegt. Das ist ja das reine Wunder. Mir haben sie zwei vor dem Fluge weggenommen und noch nicht einmal ein Gottvergelt dafür gegeben. Schönes Wetter heute. Ich glaube aber, dass es über Nacht umschlägt. Na, tschüss auch. Er tat so, als ob er gehen wolle, drehte sich aber noch einmal um. Na, ekelst du dich jetzt noch vor mir, dass ich mir damals den Krückstock glücklich gerissen habe? Sei mal ruhig, brauchst nichts zu sagen und ich will auch nichts gesagt haben. Geschäft ist Geschäft. Wir sind keine Leute, die sich etwas schenken lassen, aber umsonst geben wir auch nichts her. Und dass du es weißt. Übermorgen wollen wir darüber sprechen, wie es jetzt hier werden soll. Einer für alle und alle für einen, muss es heißen, sonst gehen wir allesamt vor die Hunde. In Wettenhaar haben die Schandkerle zwei Bauerntöchter mit Gewalt verunehrt. Im Berghof haben sie einen Häusling so mit Schlägen zugedeckt, dass der Mann daran gestorben ist. Deshalb wollen wir auf dem Hingstberge zusammenkommen, übermorgen um Uhre neune, von jedem Dorfe um das Bruch herum einer oder zwei. Für Oedringen musst du kommen, denn der Burvogt hat seinen bösen Husten. So, was ich noch sagen wollte. Die Schwefelbande, die gestern in Bissendorf lag, kommt hier nicht wieder her. Sie sind froh, wenn sie erst hier weg sind, denn der papistische General, Till oder so ähnlich heißt er, ist ihnen auf der Naht. Wollen hoffen, dass er hier nicht vorbeikommt. Addern und Schnaken sind zweierlei, aber Gift haben sie alle beide. Er sah ihn von der Seite an. Also brauchst du keine Bange haben, dass sie das Geschäft reut und dass du das Geld wieder hergeben musst und den Schecken, den du dazugekriegt hast. Aber das Pferd sieht zu dummerhaftig aus. Ich würde es ein bisschen auffärben, sonst lachen dich die Leute aus, wenn du damit pflügst und sagen, der Wulfsbauer pflügt jetzt mit einer schwarzbunten Kuh. Na, dann also bis übermorgen. Damit ging er. Harm tat, wie Drevis ihm geraten hatte und am Abend war der Schecke ein Rappe. Er war kaum mit der Arbeit fertig, da war der Engelser wieder da. Mensch, sagte er, du musst mithelfen. Eben kommt von Wikenberg Botschaft, dass an die dreißig Kerle durch das Bruch ziehen. In Wikenberg haben sie einen Hof angesteckt und die Leute lahm und krumm geschlagen. So 50 bis 60 Leute kriegen wir zusammen. Auf, auf zum fröhlichen Jagen! Der Wulfsbauer machte ein verdrießliches Gesicht. Er hatte geglaubt, sich so recht ausschlafen zu können und nun konnte er wieder die Nacht um die Ohren schlagen und wie ein Wolf im Busche liegen. Und dann seine Frau. So lustig war sie seit langer Zeit nicht gewesen. Ihre Augen lachten man so, wenn sie ihn ansah und die Backen hatte sie wie damals, ehe ihr das Unglück zustieß. Außerdem, wer weiß, wohin die Leute, von denen Drevis redete, zogen. Und schließlich, sie hatten ihm ja nichts getan. Das mit dem Obersten, das war etwas anderes. Der hatte ihn in das Gesicht geschlagen. Aber aus dem Hinterhalte Leute über den Haufen schießen, mit denen er gar nichts vorgehabt hatte, das war ihm nicht nach der Mütze. Weißt du was, Drevis, sagte er, ich kann den Kopf nicht halten. Ich habe die ganze Nacht draußen aufgesessen und den Tag über in Moor und Heide zugebracht. Und meine Frau, du weißt ja, wie sie ist. Zum ersten Male seit damals ist sie wieder wie vor dem. Heute kann ich nicht von ihr fort. Ich habe genug Sorgen um sie gehabt, das ganze Jahr. Und ob ich nun dabei bin oder nicht, davon wird der Brei auch nicht dicker, zumal ich kein Pferd habe, auf das ich mich verlassen kann. Lass mich dabei lieber weg, heute wenigstens. Der Engelser sah ihn von der Seite an. Ist wahr, du siehst aus, als wenn dir der Kopf nach dem Bette hängt. Na, wir werden auch so mit ihnen fertig werden. Vielleicht, dass du morgen früh nachkommst, denn wir wollen gleich los, damit wir sie vor Tau und Tag in die Mache kriegen. Aber das nächste Mal rechnen wir auf dich. Bedenke, wenn du uns nicht hilfst, meinst du, dass ein anderer für dich die Finger rühren wird? Du hast es doch schon genug ausgestanden, als dass du noch erst warten willst, bis dir wieder einer was tut, ehe du zuschlägst. Tote Füchse beißen nicht mehr, aber wie du willst. Und dein Atschüs auch. Harm wurde ordentlich, das Herz leicht, als Drewes fort war, und als er in das Haus ging, pfiff er das Lied vor sich hin, das die Reiter am Morgen gesungen hatten. Nichts Schönes kann mich erfreuen, als wenn der Sommer angeht, da blühen die Rosen im Garten, Juja im Garten, Trompeter die Blasen ins Feld. Die Marode Brüder Es war keine schlechte Jagd gewesen, die die Bauern gemacht hatten. Als der Nebel in die Höhe ging, hatten sie die Bande ankommen sehen. Sie warteten, bis sie sie mitten im nassen Bruche hatten, und dann schossen sie sie zusammen wie eingelappte Hirsche. Nicht einer kam gesund davon. Zweiundzwanzig waren es die Dalagen, alte Kerle mit Gesichtern wie Leder und junge Burschen, die wie Milch und Blut aussahen. Einer von ihnen, den Drewes übergeritten hatte, hatte geschrien, Erbarmen, meine Mutter. Aber das hatte ihm nichts geholfen. Der Engenser schlug ihn tot und schrie, Junge Katzen kratzen auch. Er lachte, als er dem Wulfsbauern das erzählte. Als wäre es bloß ein Spaß gewesen, und seine breiten weißen Zähne blenkerten man so. Ja, diesmal hat sich's geschlumpft, grinte er. Und für umsonst haben wir die Arbeit nicht getan, warf er hinterher. Auf meinen Teil sind allein elf harte Taler gekommen. Eine Schade, dass es keine Reiter waren. Ein paar billige Pferde, die hätten mir schon gepasst. Und nun will ich nach Hause, sonst kriege ich es mit meiner Altschen zu tun. Er schüttelte sich, und Harm lachte, denn er wusste, dass Christel Drewes ein Maulwerk hatte, gegen das keiner ankonnte. Rose rief Harm zum Essen. Das Herz lachte ihm im Leib, als er sie ansah. Das Leben war schön, trotz alledem. Und endlich musste es doch wieder Frieden werden. Die hohen Herren mussten es doch leid werden, das Krieg spielen, das sie ein Heidengeld kostete und viel Menschen dazu. Was man so bei Wege hörte, war ja auch zu schrecklich. Überall Mord und Brand und Pest und Hungersnot. Da war es im Bruche doch noch besser. Krieg ist Krieg, und beim Gänserupfen fliegen Federn. Das ist einmal nicht anders. So dachte der Bauer und freute sich über seine glatte Frau und den Jungen, der von Tag zu Tag niedlicher wurde und alle Augenblicke ein paar Wörter mehr konnte. Er dachte, wenn erst noch ein Kind da ist und Rose mehr Arbeit damit hat, dann wird sie über alles eher fortkommen. So wurde es dann auch. Es kam ein kleines Mädchen an, ein kräftiges und gesundes Kind, und nun wurde die Frau wieder, wie sie früher war. Der Krieg war zwar immer noch nicht zu Ende, aber auf dem Wulfshofe merkte man von ihm beinahe nichts. Ab und zu kamen Truppen durch das Land, bald von dieser, bald von jener Art, und dann ging es da, wo sie herzogen, nicht sauber zu. Mehr als einmal war am Tage Rauch und am Abend roter Schein über dem Bruche zu sehen. Hin und wieder ließen sich auch marode Brüder und Parteigänger blicken, sahen sich aber sehr vor, denn das Bruch war bei allen Landstreichern verrufen. Hin ging mancher, aber her kam so leicht keiner. Denn Dreeves hatte einen richtigen Kundschafterdienst zu Gange gebracht, und sobald das Horn rief, liefen die Bauern zusammen, und Gnade Gott, wen sie fingen. Das Bruch konnte schlimme Geschichten erzählen, aber es schwieg. Bloß die Warnzeichen, die die Zigeuner an allen Feldsteinhaufen und Warbäumen angebracht hatten, und manches blanke Goldstück, mancher harte Thaler, den die Bauern im Kasten hatten, manches Pferd, das in ihren Stellen stand, und die Pistolen, Spieße, Kugelbüchsen, Säbel und Dolche, die in allen Dönsen hingen, sprachen von den Männern, deren Eigentum sie einst waren, und über deren Knochen jetzt Moorerde lag und Kraut wuchs. Einige Jahre trieben die Bauern das so in aller Stille. Jedermann wusste darum, aber keiner sprach darüber. Dreeves führte eine harte Hand, und es hieß, dass der Häusling Mädchen aus Ehlershausen, der in dem Verdachte stand, es mit Tillischen gehalten zu haben, indem er ihnen den Weg durch das Bruch gewiesen hatte, und der drei Tage darauf vor seinem Hause mit einer Wiede um den Hals im Apfelbaume hing, von Dreeves und zwei anderen Bauern dahin gebracht war. Es war ein prachtvoller Vorherbsttag, als der Wolfsbauer Nachricht bekam, er solle bei vier Uhr am Hingstberge sein. Es war die dreifache Schatzung auch für die Knechte und Mägde ausgeschrieben, und darüber sollte verhandelt werden, wurde ihm gemeldet. Es war so warm, dass ihm der blanke Schweiß unter dem Hute herauslief, als er durch das Bruch ritt. Unter dem blauen Himmel flog ein Adler in die Runde, bald war er silbern, bald sah er wie Gold aus. Hier und da war die Heide noch am Blühen, und alle Augenblicke flog ein Haufen von kleinen Vögeln über das Bruch und zwitscherte. Harm holte tief Luft, und während er so dahinritt, flötete er sein Leiblied vor sich hin und dachte, bei Achte, wenn die Kinder schlafen gehen, bist du wieder zurück. Er freute sich, wenn er daran dachte, wie sie knickern und quietschen würden, wenn er sie kitzelte. Am Hingstberge waren an die hundert Bauern zusammen. Sie standen in kleinen Haufen um das alte Heidengrab und sprachen vom Wetter und über das Vieh oder saßen am Boden und fesperten oder rauchten. Dreeves hatte es sich auf einem der großen Steine bequem gemacht. Er hielt die Pfeife zwischen den Zähnen und schnitt Kerben in seinen Schwarzdorn-Krückstock. So genau machte er das, als wenn es darauf ankam, das eine nicht anders als die übrige war. Als er den Oedringer abspringen sah, nickte er ihm zu und sagte, feines Grummetwetter heute, eigentlich zu schade zum Verklönen, aber es musste sein, denn wir haben wichtige Angelegenheiten. Nach einer Viertelstunde sagte er dem Knecht, den er bei sich hatte, jetzt sind sie wohl alle da, Mann zu. Da blies der Junge dreimal in das Horn. Jeder hörte auf zu reden oder zu essen und machte, dass er nach dem alten Heidengrabe kam, auf dem Dreeves stand, sich auf seinen Stock stützte und sich so lange umsah, bis alles Reden aufhörte. Liebe Freunde, fing er an, ich habe euch heute etwas zu sagen, das euch glatt heruntergehen wird. Wir haben schwere Jahre hinter uns und wer weiß, was noch kommt. Es ist so, als ob unser Herrgott für eine Weile die Herrschaft abgegeben hat und nun hat der leibhaftige Satan das Leid in der Hand. Hier am Bruche ist es noch halbwege gegangen. Der eine oder der andere von uns hat ja Haare lassen müssen, manch einer auch ein Stück Fell und womöglich Fleisch und Blut. Aber anderswo ist es gräsig hergegangen. Was der Mannsfelder schonte oder der Braunschweiger, der ja nun seinen Lohn gekriegt hat, denn im Westfälischen hat ihn der Till, oder wie er heißt, geweift, dass seine mehrsten Leute ihr eigenes Blut gesoffen haben. Ja, wo war ich doch? Ach so. Oder ob es die Kaiserlichen sind, die Papisten, die Ligisten, sie sind von ein und derselben Boshaftigkeit. Nicht Frauen noch Kinder sind sicher vor den Hunden. Er sah Mann um Mann an. Ein jeder Mensch und ist er noch so arm. Frau und Kinder sind ihm ans Herz gewachsen und an Haus und Hof hängt er. Wir wollen dafür sorgen und soweit es sich hat machen lassen, haben wir es schon getan. Und damit zeigte er auf das Bruch und lachte und die Männer lachten alle leise. Aber bislang mussten wir uns heimlich unserer Haut wehren, mussten wie die Stauchdiebe uns herumdrücken, wenn wir das Gesindel, das sich hier herumtrieb, los sein wollten. Und einer konnte dem anderen nicht mehr gerade in die Augen sehen. Von jetzt ab aber können wir das frei tun. Er hob seinen Stock hoch und zeigte die Kerben daran. Seht ihr, ich habe 117 Kerben hier eingeschnitten. 32 auf der einen und die übrigen auf der anderen Seite. Die 85 Kerben bedeuten, dass ich mitgeholfen habe, 85 Landstreicher, Gaudiebe, Tatern und Marodebrüder und einen verräterischen Hund dahin zu bringen, wo sie von Gottes und Rechts wegen hingehören, unter die Erde nämlich, dass die Würmer sie fressen, wenn sie sich davor nicht ekeln. Die 32 Kerben aber, meine Freunde, die bedeuten, dass ich 32 Menschen von dieser Art mit meiner eigenen Hand beiseite gebracht habe. Er holte Tiefluft, wischte sich mit der Hand über die Stirn und sprach leiser, Unser Herr dort wird mir das vergeben. Auge um Auge, Zahn um Zahn, so lehrt uns die Schrift. Wir sind hier keine Räuber und Mörder, aber wenn der Wolf uns über das Weidevieh kommt und der Marder uns an die Hühner geht, dann besinnen wir uns nicht lange. Ich habe bis zu dem Tage, dass das Schinden hier losging, keinem Menschen einen Schlag gegeben, seitdem ich die jungen Zwosen aus habe. Und lieber wäre es mir, ich hätte reine Finger. Aber was sein muss, muss sein. Und ich schlafe so gut wie vor dem und ich glaube, es ist keiner unter uns, der das nicht von sich auch sagen kann. Er sah die Männer der Reihe nach an und blinkte dem einen oder anderen, der ihm blanke Augen machte, besonders zu. Eins aber, meine lieben Freunde, ging er weiter in seiner Rede. Das drückte uns doch dabei. Was wir taten, mussten wir tun, aber es war uns nicht nach der Mütze, dass wir es ohne die Erlaubnis unseres Herrn Herzogs er nahm den Hut ab und alle taten es ihm nach tun mussten. Von heute ab, und er sprach heller und lachte dabei, ist das anders. Denn unser lieber Herr Herzog, den Gott erhalten möge, hat uns wissen lassen, wir sollen zusehen, dass wir uns so gut wehren sollen, wie wir irgend können und alle Hundsvötter, die hier nicht hergehören, totschießen wie tolle Hunde. Er lachte, dass man seine großen Zähne sah. Na, an uns soll es nicht fehlen, dass unser Herr Herzog seinen Willen kriegt. Lieber wäre es uns ja, wir könnten so leben wie früher, unsere Arbeit in Frieden tun und Gott loben. Aber das ist nun einmal nicht anders und darum sage ich euch, was nicht hierher gehört, was im Lande herumzieht und raubt und stiehlt, was Menschen schindet und Häuser ansteckt, das ist Raubzeug und muss auch so behandelt werden. Schimpf um Schimpf, Schlag um Schlag, Blut um Blut, daran wollen wir festhalten, auf dass es uns gut geht und wir lange leben auf Erden. Er wischte sich dem Schweiß aus dem Gesicht und schloss, so, nun wisst ihr, wie ihr dran seid und ich denke, meine lieben Freunde, es ist nicht mehr als recht, wenn ich euch bitte, es mir nachzutun. Und dabei nahm er seinen Hut ab, hielt ihn hoch und schrie, lang lebe unser Herzog Christian unser allergnädigster Herr. Die Krähen, die über das Bruch flogen, schwenkten zur Seite, so schrien die Männer. Alle hatten sie blanke Augen, als sie zu Drews gingen und ihm sagten, Drewsburg, das war aber eine Rede, besser kann es unser Herr Pastor nicht. Aber dann horchten sie wieder auf, denn die Wittenberger erzählten, dass es überall von Kriegsvölkern wimmelte, von Dänen und Ligisten und von Mannsfeldern und Braunschweigern, die der Tilli und der Wallstein hin und her jagten, wie der Hund die Hühner, die es mit dem Brennen und Morden schlimmer trieben als vorher. Was eigentlich los war, wusste so recht keiner. Der eine sagte, die Dänen wollen uns das Land nehmen, die anderen, nein, es ist, dass wir wieder papistisch werden sollen. Und etliche meinten, der Kaiser hätte da nichts mit zu tun, er lebe da unten und frage den Teufel danach, was anderswo vor sich gehe. Der Wallstein und der Tilli wollten sich bloß bereichern an Land und Bargeld, darauf laufe alles hinaus. Der Wolfsbauer hatte wohl gefunden, dass Treves ganz ausgezeichnet geredet hatte und dass er in allem Recht hatte. Aber so ganz war er nicht bei der Sache. Er dachte an seine Frau und die Kinder und dass es bei kleinem Zeit für ihn würde, nach Hause zu reiten, damit er es nicht verpasse, wenn die Kröten zu Bette gebracht würden. Er musste lachen, wenn er daran dachte, wie Hermken ihn nach dem Mittag so bei den Ohren gerissen hatte, dass es ihm ordentlich weh tat. Er ritt mit Klaus Hennecke, dem Sohn des Vorstehers, nach Hause. Die Luft war weich und warm, die Kiebitze riefen im Grunde und in der Höhe meldete sich der Regenpfeifer. Klaus fing endlich zu reden an. Mit unserem Vater wird es immer schlimmer. Er liegt jetzt schon die achte Woche. Ich glaube, dieses Mal kommt er nicht wieder durch. Er sah über das Bruch. Kik, was ist denn das da für eine putzwunderliche Wolke über Ödringen? Ih, das sieht ja meist wie Rauch aus, aber es ist doch wohl bloß eine Wolke. Der Ansicht war harm auch, aber als sie den Bogen um die Torfkuhle machten und unter den Wind kamen, prusteten beide Pferde auf einmal los und wurden unruhig, sodass die beiden Bauern meinten, sie witterten einen Wolf. Als sie aber am Ende weiter waren, hielt Hennecke an, schnüffelte und meinte, das riecht gewiss und wahrhaftig nach Rauch. Am Ende haben die Lörke von Hütejungens wieder einen Unsinn angestellt. Harm musste ihm recht geben, denn es roch nach Rauch, aber er dachte sich weiter nichts dabei. Zuletzt rochen sie aber nichts mehr, denn der Wind ging unter dem Holze anders. So wie sie aber in der Hohen Heide waren, roch es wieder stärker und als sie die Krausen fuhren hinter sich hatten und oben auf dem Anberge waren, schrien sie wie aus einem Munde, Oh Gott! Denn da, wo Ödringen lag, war die ganze Luft schwarz. Sie sahen sich an, einer sah so käsig aus wie der andere. Ohne ein Wort zu sagen, ließen sie die Pferde schneller laufen, der Brandgeruch wurde immer schlimmer und was ihnen noch schwerer auf das Herz fiel, das war, dass das Grummet auf den Wiesen noch genauso lag, wie nach dem Mittag, als sie vorbeigeritten waren. Sie jagten, was die Pferde hergeben wollten und als sie aus dem Walde kamen, hielten sie und zitterten am ganzen Leibe. Vor ihnen auf dem Wege lag der Kuhhirt tot auf dem Rücken und sein Hund schnüffelte an ihm herum. Sie sprangen ab und sahen sich Tönnes an. Er hatte einen Schnitt über den ganzen Hals. Sie zogen ihn beiseite und dann horchten sie nach dem Dorfe hin. Da war es ganz still. Nur die Karkrähen lärmten über den Eichen. Sie gingen Schritt für Schritt näher, die eine Hand am Messer, die andere am Zügel. Im Wege lag eine zerbrochene Steingutflasche, wie sie im Dorfe keine hatte. Weiterhin fanden sie einen blutigen Lappen und daneben ein Stück Wurst. Sie hielten an und horchten. Nichts war zu hören. Keine menschliche Stimme war zu vernehmen. Kein Stück Vieh brüllte, keine Haaren gackerte, keine Hund bellte. So kamen sie an den Rheinkenhof. Er stand noch, aber die Fenster waren eingeschlagen, die Türen standen offen, Bettfedern lagen überall verstreut und Stroh und Hafer und Heu. Im Hause war alles kurz und klein geschlagen. Im Fleht ging eine gelbbunte Kötze umher und quarte gottsjämmerlich. Die Dönse sah aus, als wie ein Schweinestall voller Unrat war sie. Kein Stuhl war mehr heil, kein Teller mehr ganz. Im Grasgarten lag der Kopf und die Beine und die Kalldaunen von einem rotbunten Kalbe und daneben das Spinnrad aber in lauter Stücken. Klaus und Harm sprachen kein Wort. Sie kamen nach Hingstmannshof. Da sah es genauso aus, nur dass quer über der Dele der Hütejunge tot lag. Er hatte ein tiefes Loch in der Stirn. Bei Mertens war es nicht anders und auf dem Henkenhofe desgleichen, bloß dass da wenigstens keine Leiche zu finden war. Auch auf den anderen Höfen war geplündert und alles in zwei geschlagen, aber die Bauern schienen rechtzeitig Wind bekommen zu haben, so dass sie sich hatten bergen können. Mit einem Male sah sich der Wolfsbauer wild um und rief, Ja, aber wo brennt es denn? Heiliger Gott! Er saß auf und jagte davon und hinter ihm her jagte Klaus Hennecke. Quer durch die Heide ritten sie und je weiter sie kamen, umso mehr roch es nach Rauch und dann hielt Harmwolf an und sprang ab und machte ein Gesicht, als ob er losweinen wollte und sah dahin, wo sein Hof gestanden hatte, denn da war alles ein Rauch und ein Qualm, bloß dass hier und da eine Flamme zu sehen war. Was ist denn das? stotterte er. Ihm war, als ob er kein bisschen Kraft mehr in den Beinen hatte, so dass er Klaus an den Arm fassen musste und dann schrie er, Rose! Er lief um die Brandstätte herum in den Graskarten hinein, sah in den Sud, kletterte auf den brennenden Balken hin und her, sah gegen Himmel, schüttelte den Kopf und sagte mit einem Lachen, bei dem es Hennecke kalt überlief, in der Burg, sie wird in der Burg sein. Klaus nickte, ja, das glaube ich auch, da werden sie wohl alle miteinander hin sein, das Vieh auch und der Junge von Hingstmann und Tönnes, die werden allein wohl noch draußen gewesen sein und da musste es ihnen so gehen. Wollen nach der Burg gehen und wenn sie nicht da sind, dann müssen wir, ja, am besten ist es wohl, wir reiten dann zuerst nach Engelsen, auf dem Drehbeshofe kriegen wir dann am ersten Bescheid. Sie saßen auf und ritten über die Heide und durch die Fuhren und von da in das Bruch hinein. Es schummerte schon, als sie dort ankamen. Der Uhu flog über sie hinweg und als er im Walde war, schrie er hol. Der Nebel stand dick hinter den Torfstichen, in der Luft klingelten die Enten und in den Wiesen schreckten die Rehe. Keiner sprach ein Wort. Ab und zu hielten sie an und horchten dahin, wo der alte Burgwall lag und dann sahen sie wieder vor sich auf den Weg, dem man es anmerkte, dass Menschen und Vieh frisch darauf gegangen waren. In der Wolt war es so duster, dass sie absteigen mussten. Hin und her ging es, bald nach rechts, dann geradeaus, dann halblinks und so in einem fort. Ab und zu polterte eine Taube vor ihnen weg oder ein Stück Wildbrat durch das Holz. Dann blieben sie stehen und horchten, aber immer und immer hörten sie keine Stimme und kein Kugebrüll. Endlich war es ihnen, als ob sie ein Licht vor sich sahen und als sie stehen blieben, hörten sie, dass ihnen gegenüber ein Stück Vieh am Brüllen war. Dann knackte ein Büchsenhahn und hinterher noch einer und eine Stimme, es war die des jungen Bolle, rief ihnen halblaut zu. Wer da? Harm flüsterte ihm zu. Wir sind es, Harm und Klaus. Wo ist meine Frau? Atzebolle wirkte, als ob er etwas im Halse hatte und brummte dann. Kommt erst mal nach der Burg. Ich habe hier Wache und weiß nicht, wer da alles ist. Es ging ja Hals über Kopf heute, denn wir mussten machen, dass uns das Gesindel nicht kriegte. Aber Uhlenvater, den habe ich vorhin gesehen, ehe das sich wegging. Na, was ist denn das? meinte er, als etwas Schwarzes an ihm vorbeisprang. Es war Harms Hund. Er stellte sich wie unklug an, bellte und jaulte durcheinander, sprang an dem Bauern in die Höhe, leckte ihm die Hände, lief vor und bellte, kam wieder zurück und mit einem Male setzte er sich hin und heulte so schrecklich, dass Bolle rief, ruhig, Thebe! Der erste Mensch, den Wolf sah, als er in den Wall kam, war die Rheinkenbäuerin. So wie sie ihn zu Gesicht bekam, schrie sie auf, oh Gott, der Wolfsburg! Und dann fing sie an zu weinen. Was ist, schrie Harm, wo ist Rose? Aber die Frau weinte, dass es sie stieß und brachte kein Wort heraus. Harm sah hin und her, aber wo er einen Menschen ansah, der ging schnell zurück. Endlich fand er seinen Schwiegervater. Wo ist Rose? brachte er eben noch heraus, denn er war ganz heiser vor Angst. Der alte Mann hatte ein Gesicht, als wäre er aus dem Grabe genommen. Tja, Junge, sagte er und fasste Harm an beide Hände. Tja, Junge. Und dabei fing er bitterlich an zu weinen. Unsere Rose ist bei unserem Herrgott. Harm machte eine Bewegung, als wolle er ihm an den Hals springen. Was sagst du? Tot? Er fing an zu lachen. Das ist ja, das kann ja, aber so rede doch. Kein einer sagt mir, wo Rose ist. Und dann rief er mit einer Stimme, die sich anhörte, als ob sie zersprungen war durch den ganzen Wall. Rose, Rose, wo bist du? Neben ihm stand Hingstmann. Ruhig, Mensch. Rennig, den Vater liegt im Sterben und die Horstmannsche hat vor Aufregung etwas Lütjes gekriegt und es geht ihr nicht gut. Er hielt ihm die Flasche hin. Trink erst mal. Aber Wulf stieß ihn zurück. Ich will wissen, was mit meiner Frau los ist, will ich wissen. Und wo sind die Kinder? Mein Hermkin und das Lütje. Kinder und Leute, so tut doch endlich einer das Maul auf. Es kamen noch zwei Bauern. Ja, einmal muss er es doch wissen, sagte Mertens. Er legte ihm die Hand auf die Schulter. Ja, Herm, was hilft das alles? Deine liebe Frau ist nicht mehr am Leben. Sie ist im Hause geblieben. Und die Kinder auch. Und dein Vater auch. Und der eine Knecht und ebenso die beiden Mädchen. Weiß der Teufel, wie die beistigen Hunde zuallererst nach dir hingefunden haben, wo dein Hof doch so abgelegen ist. Herm sah von einen zum anderen. Er sah aus wie ein Kind, das sich vor dem Hunde nicht vor der Stelle traut. Seine Hände gingen an seinen Hosen auf und ab, seine Lippen beberten. Der kalte Schweiß stand ihm vor der Stirn. Jeder konnte hören, wie ihm das Herz im Leibe arbeitete und wie ihm die Luft nicht zum Halse hinaus wollte. Endlich quälte er heraus. Ja, sie sind verbrannt, oder was ist? Die Männer sahen weg. Schließlich sagte Horstmann, wir wissen da alle weiter nichts von. Der einzigste Mensch, der am Leben geblieben ist, das ist Tedel. Aber der ist ja wohl ganz von Sinnen geworden und der sitzt da hinten beim Feuer und sieht in einem Fort das Messer an, das seine Hand hat. Harm stürzte mehr, als er ging dahin, wo er den Knecht sitzen sah. Als er vor ihm stand, lachte der ihm in das Gesicht und wies ihm das Messer, aber mit einem Maler ließ er es fallen, schlug beide Hände vor den Kopf und heulte los. Der Bauer schüttelte ihn. Junge, denn sag du es mir doch, was sich nun eigentlich begeben hat. Kein Mensch will was davon wissen. Er setzte sich neben ihm und legte ihm die Hand über den Hals. Nun los, befahl er. Der Knecht sah ihn zuerst an, als ob er ihn noch kein einziges Mal gesehen hatte und dann fing er an. Sie sind alle tot, alle miteinander. Die Frau ist tot, der Hinnert ist tot und Hermken ist tot und das Lütje auch und Trina ist tot und der Altvater ist tot und meine Schwester Adelheid ist auch tot. Alle sind tot, bloß ich nicht. Ich war im Busche Holz machen und vor Hauen habe ich nichts gehört, als bis, dass es zu spät war, denn sie sind aus dem Bruche gekommen. Sehr viel konnte er auch nicht erzählen, denn das meiste war schon vorüber, als er zurückkam. Aber das Wenige, das er gesehen hatte, das war so, dass er von dem Bauern abrücken musste, denn der hatte ein Gesicht und ein paar Augen darin, dass es ihm kalt im Genick wurde. Aber der Bauer sagte, Weiter, Mann, weiter, ich will alles wissen und nur ab und zu stöhnte er und schnatterte mit dem Munde, dass Tedel seine Zähne klappern hörte. Als er alles aus ihm heraus hatte, sagte er, Ja, Tedel, ich und du, das ist nun der ganze Wolfshof. Was willst du jetzt machen? Willst du einen anderen Dienst annehmen oder willst du bei mir bleiben? Denn, verstehe mich recht, Bauer will ich jetzt nicht mehr spielen. Wo der Teufel geerntet hat, habe ich keine Lust mehr zu flügen und zu sehen. Aber, setzte er nach einer kleinen Weile hinzu, wo sind die Mordbrenner denn hin? Der Junge zuckte die Achseln. Quer über die Heide sind sie und bei der Schirmfuhre haben sie sich geteilt. Was die Tatern sind, die sind auf Berghof zu und die anderen, die mögen wohl nach Zelle hin sein, denn da wollten sie hin, hat mir der Mann gesagt. Welcher Mann, fuhr ihn der Bauer dazwischen. Der Junge grief, lachte abscheulich, der sich an deinem Honigbier so scheußlich besoffen hat, dass er nicht aus der Stelle konnte und in der Heide liegen blieb und schlief. Na und wo ist der jetzt? fuhr es wohl voraus. Der mag da wohl noch liegen, griente der Knecht. Wieso noch liegen? fragte der Bauer weiter. Der andere lachte über das ganze Gesicht. Na, weil ich ihm, als er wie ein Fass da lag, die Hände und die Füße zusammengebunden habe und denn auch, weil er, als er sich vernüchtert hatte und ich aus ihm heraus hatte, was ich wissen wollte, wohl nicht viel Leben in sich behalten hat. Der Bauer lachte böse. Was hast du mit ihm angefangen, Tedl? Und sein Lachen wurde noch tückischer, als der Knecht ihm das Messer wies und ihm erzählte, was er mit dem Manne gemacht hatte. Denn, sagte er, es war der schlimmsten einer. Gerade der ist es gewesen, der meine Schwester umgebracht hat. Er und das Heilige Kreuz und der Säugling. Und die müssen auch noch daran, sage ich, oder ich will keinen seligen Tod haben. Der Bauer sah ihn dumm an. Heiliges Kreuz? Säugling? Was heißt das? Tedl erzählte, als meist alles vorbei war und die meisten besoffen waren wie die Schweine, bin ich auf allen Vieren hinter dem Hagen hergekrochen und da sah ich einen Kerl, der war so lang, wie ich noch keinen Menschen gesehen habe und der hatte einen ganz kleinen Kopf wie ein Kind und auch genau solche Stimme, wenn er das Maul auftat und keinen Bart hatte er auch nicht und zudem sagten sie Säugling. Und der andere, der war so kurz und dick wie ein Krautfass und er hatte einen fuchsigen Knebelbart und zwei Narben im Gesicht, so dick wie ein Finger und so rot wie ein Hahnenkamm, die eine von der Stirn bis in das Maul und die andere von einem Ohr bis an das andere, just so, dass es wie ein Kreuz aussah und deswegen schimpften sie ihn wohl auch heiliges Kreuz. Er sah vor sich hin, die beiden haben meine Schwester hingemartert, ich habe es gehört, wie sie darüber ihre Witze machten, die beiden und der andere, der besoffen in der Heide liegen blieb. Nachdem habe ich es besorgt. Ich hatte ihm das Maul zugestopft, denn ich dachte, wenn er an zu Bölken fängt und die anderen hören es, dann läuft es am Ende dumm an. Die beiden anderen haben noch eine Weile hinter ihm hergeflötet, bis es ihnen zu langweilig geworden ist. Ich bin bloß neugierig, ob er morgen früh noch am Leben ist. Mitten im Reden schlief er ein. Der Bauer deckte ihm einen Mantel über und dabei sah er, dass der Knecht so ruhig schlief wie immer. Er musste noch oft hinsehen, wie ein Kind, das keiner Fliege wehtun konnte, sah er aus. Er war der einzige Mensch im ganzen Dorfe, der es nicht mit ansehen konnte, wenn ein Schwein geschlachtet wurde und dabei hatte er den Mordbrenner geschunden wie der Henkersknecht einen armen Sünder. Recht hat er getan, dachte der Bauer. Schimpf um Schimpf, Schlag um Schlag, Blut um Blut, sagt Drewes. Er sah in das Feuer und sah darin einen langen Kerl mit einem kleinen Kopf und einer dünnen Stimme, und einen anderen kurz und dick wie ein Fass und mit zwei Narben im Gesicht, die über Kreuz standen. Er sah sie vor sich liegen mit gebundenen Händen, alte Lappen in den Mäulern und Angstschweiß auf der Stirn und er stand davor, trat sie mit Füßen und hielt ihnen sein Messer vor die Augen. Lange saß er so da und dachte an weiter nichts. Aber mit einem Male wurden ihm die Augen nass. In einer von den Plaggenhütten weinte ein Kind und eine Frau sang »Eier wie wie«, »Kinds löpte nu be mi«, »Wie will dat nu ganz anders maten«, »Heinschall in die Eierslappen«, »Eier wie wie«.« Die Bruchbauern Es war helllichter Tag, als Harmwulf aufwachte. Er war im Sitzen eingeschlafen und so fest hatte er geschlafen, dass er sich erst gar nicht vermuntern konnte und sich ganz wild umsah, weil er nicht wusste, wo er war. Aber dann stand er auf, so schwer und so langsam, als wenn er nicht 24, sondern 48 Jahre hinter sich hatte. Hengstmann, der gerade vorbeikam, verjagte sich, als er ihn sah, denn der Wulfsbauer hatte ein ganz altes Gesicht und Augen, in denen kein Leben war und an den Seiten war sein Haar grau geworden. »Wenn er man bloß weinen könnte, Uhlenvater«, sagte die Rhein-Klin-Bäuerin, »das ist ja schrecklich, wie der Mann das in sich hineinfrisst.« Aber Harm weinte nicht. Er aß wie immer, sprach aber nicht mehr als Ja und Nein, half die Schanzen höher machen und Schuppen bauen und was sonst für Arbeit nötig war. Um Uhrezehne ging er mit Tädel fort und als sie wieder kamen, hatten beide ganz blanke Augen und der Junge griente in einem Fort, sodass es scheußlich anzusehen war. »Was willst du jetzt anfangen?«, fragte ihn abends, als beim Feuer saßen sein Schwiegervater. »Willst du den Hof wieder aufbauen?« Sein Eidarm schüttelte den Kopf. »Ich habe eine andere Arbeit vor. Es kann sein, dass ich lange fortbleibe, vielleicht bin ich aber auch bald wieder da. Damit du es weißt, das Geld haben die Raubvögel nicht gefunden. Ich würde es ihnen gerne gegönnt haben, wenn sonst alles so geblieben wäre, wie es war. Solltest du also in Bedrängnis kommen, so weißt du es zu finden. So ganz wenig ist es nicht. Und an dem anderen Platz, du weißt ja Bescheid, ist Saatkorn genug und von Wurst und Schinken ist da auch eine ganze Menge und von Käse und Honigbier auch. Und da liegen auch noch die Pistolen und das Gewehr. »Hast du etwas Tabak über?« Er stopfte sich die Pfeife, hielt einen Fuhrenzweig in das Feuer, bis er Flammen fing und brannte damit seinen Tabak an. »Weißt du was?« fuhr er dann fort. »Mit mir ist das so. Große Lust zum Leben habe ich nicht mehr. Lass mich ausreden. Vielleicht, dass ich sie wiederkriege, wenn ich mit den beiden Hauptmordbrennern abgerechnet habe. Denn das habe ich fest vor. Wer Menschenblut vergießt, dessen Blut soll wieder vergossen werden. Tedl will auch mit. Sie stehen bei ihm gleichfalls in der Kreide, Adeleitsalber. »Gripto kann bei dir bleiben. Der Hund könnte mir im Wege sein.« Ein Haufen von Vögeln kam angeflogen, ließ sich in den Hohentannen nieder und lärmte gewaltig. Harm sah in die Höhe. »Da ist ja das Unzeug wieder, von denen Hingstmanns Vater sagte, sie zeigen Krieg und Pestilenz an. Vielleicht hat er auch recht, denn meinen Tag habe ich solche Vögel noch nicht gesehen. Einen fand ich tot in der Heide liegen. Er war rot wie Blut und sein Schnabel ging über Kreuz. Aber was wollt ihr nun anfangen? In Oedringen seid ihr keinen Tag eures Lebens sicher, denn was gestern war, kann morgen wieder sein. Ich glaube, das Beste wird sein, ihr baut euch hier in Bruche auf dem Peerhubsberge an. Da finden sie euch so leicht nicht und Frucht wächst da zur Not schon. Und die Burg hier, die müsst ihr noch fester machen. Der Graben muss tiefer und jedes Mal da, wo der Zugang einen Knick macht, da muss eine Wolfskuhle hin. Der alte Mann nickte. »Ja, wir haben gestern ganz dasselbe gesagt. Das Vieh haben wir ja noch, die Pferde auch, und das Beste wird sein, solange als wieder Krieg dauert, wirtschaften wir in einen Pott, so sauer uns das auch ankommen wird. Aber du solltest doch lieber hierbleiben. Was willst du in der weiten Welt? Zieh mal, Junge, das Unglück ist geschehen, und ich trage ebenso schwer daran wie du. Eine Frau kriegst du schließlich wieder, ich aber keine Tochter. Du hast noch ein ganzes Leben vor dir. Mit mir ist das anders. Und doch bleibe ich hier, wo ich geboren bin.« Der andere schüttelte den Kopf. »Wiederkommen tue ich, so wie ich es kann. Aber ich habe einen Eid vor mir selber geschworen, und dabei muss ich bleiben. Und überdies, hier würde ich verrückt werden, wo ich bei jedem Schritt und Tritt daran denken muss, wie es früher war.« Er rief den Knecht heran. »Zeig mal dein Messer her.« Der Junge griente und zog es aus der Scheide. »So, ist gut. Leg dich mal ins Schlafen, morgen früh wollen wir los.« Er sah Uhl an. Der Mann, der Alheid umgebracht hat, lebt nicht mehr. Tedl hat es ihm besorgt und die Wölfe. Heute Morgen haben wir ihm beigerodet unter der breiten Fuhre hinter meinem Hof. Es liegen allerlei Steine auf der Stelle. Aber zwei von den Schandkerlen sind noch am Leben. Und sollten sie sich hierher verlaufen, ein ganz unmenschlich langer, mit weißen Haaren, aber noch ein junger Kerl und einen unklug kleinen Kopf hat er und eine Stimme als wie ein Kind, und dann noch einer so kurz und dick als wie ein Fass mit einem fuchsigen Knebelbart und zwei Narben im Gesicht, so breit wie ein Finger und ganz rot, die eine von der Stirn bis an das Maul und die andere von einem Ohr zum anderen, dass es wie ein Kreuz aussieht und darum heißt der Kerl auch das Heilige Kreuz und der andere der Säugling. Wenn die sich hier blicken lassen, die dürft ihr nicht totschlagen. Lebendig will ich sie haben, hörst du, denn von Zeit zu Zeit komme ich wieder. Es wurde aber völlig Herbst, ehe dass er wiederkam. Bolles Berndt, der an dem Tag die Wache auf dem Halloberge hatte, sagte gerade zu Mertens Gerdt, der in Gesellschaft leistete, wie schön die Birkenbäume bloßig aussehen, als wie das reine Gold. Dann machte er einen langen Hals wie ein Birkhahn, stieß Gerdt in die Rippen und sagte, was ist denn das da im Bullenbruche? Das ist ja gerade, als wenn das ein Reiter zu Pferde ist. Gewiss und wahrhaftig, das ist einer, sogar zwei sind es. Er barg sich hinter den Büschen und winkte Gerdt und als sie bei den dicken Fuhren waren, nahm er das lange Horn vor den Mund und blies so laut los, dass ein Hase, der unter einem Heidbusch geschlafen hatte, wie albern herausschoss und dem Pattenweg entlang lief. Dreimal blies der Junge in das Horn und jedes Mal auf eine andere Art und nach einer Weile zum vierten Male und so laut und lang, dass es auf eine halbe Meile in der Runde zu hören war. Aufpassen tun sie, sagte Harmwulf zu Tedl. Wir müssen uns zu erkennen geben, denn sonst könnten wir am Ende eine Handvoll Hackblei in die Rippen kriegen, ehe wir uns das vermuten. Zeige ihnen, dass du es auch noch kannst. Der Knecht nahm das kleine Horn, das er am Sattel hängen hatte, wischte sich über den Mund, kremsterte und spuckte und dann blies er nach dem Hallo-Berge hin. Von dem Berge kam eine kurze Antwort zurück, die Tedl ebenso zurückgab. Das hört sich just so an, meinte Bernd, als ob das Niehus-Tedl ist, der da bläst. Aber was hat er für Zeug an? Der sieht ja leibhaftig aus wie ein Kriegsmann. Was hältst du davon? Der andere legte die Hand vor die Augen, als er hinter den Busche her sah. Ja, er ist es, das ist sicher. Und der andere, das ist der Wolfsbur. Ich hätte ihn beinahe nicht gekannt, solchen Bart hat er sich wachsen lassen. Na, denn muss ich wohl wieder abblasen. Er nahm das Horn wieder hoch, aber der andere wehrte es ihm. War's man erst. Sie blieben Entdeckung stehen, bis die Reiter ganz nahe heran waren. Erst dann trat er vor und rief, Na, wieder zurück von der Reise, Harm? Und du auch, Tedl? Meist hätten wir euch nicht gekannt, so wie ihr aussieht. Aber jetzt, Blase ab, Gerd, rief er dem Jungen zu, der etwas abseits stand und über das ganze Gesicht lachte, denn Tedl war sein guter Freund und der Wolfsbauer hatte ihm einmal das Leben gerettet, als er auf dem Pumpe durch das Eis gebrochen war. Er setzte das Horn wieder an und blies dreimal auf eine andere Art. Denn so können wir ja frühstücken, meinte der Wolfsbauer, als er aus dem Sattel war, zu Tedl. Macht die Pferde an und gebt die Holster her. Ihr könnt mithalten, wir haben reichlich. Er packte aus. Da waren Würste und dicke Scheiben Schinken und Braten und eine halbe gebratene Gans, ein großes Stück Käse, zweierlei Brot und eine große Blechflasche. Die anderen machten lange Augen. Lebt ihr immer so? Harm lachte. Mehrstens. Aber nehmt man dreiste an, es ist nicht geraubt und nicht gestohlen, das heißt von uns nicht, denn die drei marode Brüder, denen wir das gestern abnahmen, werden es wohl nicht mit barem Gelde bezahlt haben. Aber wie sieht es in Oedringen aus? Bolle hob die Faust, in der er das Messer hatte, auf und ließ sie auf den Boden fallen. Oedringen? Er zuckte die Achseln. Oedringen gibt es nicht mehr, alles ein Schutt und ein Müll. Als der Wolfsbauer und Tedlin ansahen, erzählte er, drei Wochen lang war alles ruhig. Da zogen einige wieder hin, Hingstmanns und Eikhoffs und Bostelmann und Bohns auch. Die anderen rieten ihnen ab, aber sie wollten ja nicht hören. Und den einen Abend, wir waren gerade dabei, das letzte Grummet einzuholen, da sahen wir über dem Dorf einen helllichten Schein und bald darauf kam Tietke, du weißt doch, der Hütejunge bei Hingstmanns, und der erzählte, dass zwei Taternweiber einer Bande von Mordbrennern den Weg gewiesen haben und kein einer Mensch ist lebendig geblieben. Er machte einen bösen Mund, lachte dann und erzählte weiter. Tietke hatte gewacht, weil das eine Fohlenkrank war und so konnte er sich bergen. Die anderen sind meist im Schlafe umgebracht. Alle Hunde lagen tot da. Die Taternweiber werden ihnen Gift hingeworfen haben. Er schnitt von dem Brot, das er in der Hand hatte, ein Stück ab, steckte es in den Mund, stippte ein Stück Braten in die Salzdose und steckte es auch in den Mund. Und als er beides auf hatte, fuhr er fort. Wir sind in der Nacht gleich losgeritten und haben von überall Hilfe geholt. Wir waren unser 80 und nüchtern und die Bluthunde knapp 30 und besoffen. Es ist keiner von ihnen am Leben geblieben. So stücker 20 schossen und schlugen wir gleich tot, als sie über die Magetheide kamen und in das Düsterbruch wollten und die anderen, es waren 10 oder 11, die fingen wir lebendig und nahmen sie in das Bruch mit. Er sah erst Harm und dann Tedel an, nickte mit dem Kopf und grinte und dann hielten wir Gericht über sie ab. Tietke musste bei jedem angeben, was damit gemacht werden sollte, weil er doch gewissermaßen darüber zu sagen hatte. Denn seiner Mutter, sie war schon über 80, hatten sie auch den Hals abgeschnitten. Alle haben sie geschrien wie die Wilden und gebetet und gebettelt haben sie, als es ihnen an den Schluck ging. Bis auf das eine Tatanfrauenzimmer, die Junge, die eigentlich ganz glatt aussah, und bis auf die gelbe Haut und das schwarze Haar, denn das war ein Biest und schimpfte bloß, als wir sie aufhingen und bis um sich wie ein Fuchs, der im Eisen sitzt. Aber geholfen hat es ihr nichts, denn Tietke sagte, die hat Bruns Lütjenjungen mit dem Kopf gegen den Dössel geschlagen. Erst sollte die bloß nackig ausgezogen werden und durchgepeitscht, aber als wir das hörten, hingen wir sie zu alleroberst in die Eiche. Er lachte lustig, wie der olle Baum aussah, sage ich dir, als die elf Geigenvögel dran hingen. Uhlenvater sagte, das ist ja ordentlich, als wenn wir ein Mastjahr haben. Und gelohnt hat es sich auch, über 200 Dukaten hatten die Völker bei sich. Als sie mit dem Frühstücke fertig waren, brach Harmen mit Tiedel auf, sie ritten erst nach Ödringen, da stand kein Haus mehr, alle Höfe waren ausgebrannt. Ich habe es ihnen ja vorausgesagt, dass es so kommen musste, sagte der Bauer. Aber schrecklich ist es doch, das schöne Dorf. Komm, ich kann das nicht mit ansehen. Und alle tot, alle. Hingstmann und Bruns und Eikhoffs und Bustelmann und Klaus Mutter auch. Wie oft hat sie mir nicht einen Apfel mitgegeben für Hermtgen, denn sie hatte ja einen Baum, so schöne Äpfel hatten wir alle nicht. Es ist zum Gott erbarmen. Als sie vor dem Bruche waren, hielten sie und Tiedel musste blasen. Es dauerte eine Viertelstunde, da kam Klaus Hennecke mit einem Knecht hinter den Büschen hervor. Beide hatten scharf gemacht und hatten ein wahres Ungetüm von einem Hund bei sich. Harm rief sie mit Namen an und da kamen sie näher, aber erst als sie dicht bei ihnen waren, sicherten sie ihre Büchsen und riefen den Hund an. Klaus freute sich aufrichtig, als er harm sah. Ich dachte all, du wärst nicht mehr am Leben. Ja, hier hat sich allerlei geändert. Unser Vater ist tot und unsere Mutter ist ihm bald nachgefolgt. Das ist kein Leben für solche alte Leute, wie wir es jetzt im Bruche haben. Die Wölfe haben es besser. Ein paar von den Knechten sind schon ausgerückt und unter das Volk gegangen. Verdenken kann es ihnen auch keiner, denn wer will hier im Busch und Braken herumliegen und Rindenbrot und Wurzeln essen? An Fleisch mangelt es ja nicht, denn wir schießen und fangen so manchen Hirsch und manches wilde Schwein, aber ein Leben ist das nicht, so wie das jetzt ist. Man kommt auf ganz dummerhaftige Gedanken dabei. Mertens Vater hat sich all aufgehängt. Dem Wulfsbauer, dem das wilde Leben im Lande das Herz verhärtet hatte, zog sich dennoch die Brust zusammen, als er nach dem Peerhubsberge kam. Du lieber Gott im Himmel, wie sehen die Leute aus, dachte er, und wohnen tun sie schlechter als Vieh. Aus Fuhren und Placken hatten sie sich notdürftig Hütten gebaut und sie mit Reet und Risch bedeckt. Auf Heizstreu und Torfmus schliefen sie und ihr Essgeschirr war aus Ellernholz. Die Frauen waren alle blass und elend, keins der Kinder hatte rote Backen und dicke Beine und die Männer hatten Augen so falsch wie die Buschkrater. Aber sie freuten sich doch alle, als sie die beiden ankommen sahen, denn es war doch wieder einmal eine Abwechslung in dem elenden Leben. Die großen Bauern, die Tedel bislang bloß von der Seite angesehen hatten, konnten ihn nicht genug ausfragen. Doch der Knecht, der in seinen ledernen Wams und den hohen Krempstiefeln wie ein Kriegsmann aussah, gab nicht viel von sich. Ja, was ist da viel zu erzählen? Wir haben so viel Elend gesehen, dass es nicht zu sagen ist. Stellenweise müssen sie Wachen vor die Kirchhilfe stellen, damit das verhungernde Volk nicht die Toten auffrisst. Vor Peine haben wir gesehen, wie ein Kerl gerädert wurde, der Kinder gestohlen hat und die hat er dann geschlachtet und gebraten und als wir durch Großgoltern kamen, waren gerade die Ligisten durchgezogen und die hatten das ganze Dorf angesteckt und Feuer an den Kirchturm gelegt, so dass 33 Menschen, Groß und Klein, umgekommen sind. Meist schlugen wir uns auf eigene Kanne Bier durch, mitunter taten wir uns auch mit redlichen Bauern, die in den Wäldern lagen zusammen und gingen gegen das Gesindel an. Im großen Freien haben wir in einer Stunde 48 Stück von der Welt gebracht. Aber der Hauptspaß war doch im Kahlenbergischen. Da waren wir unserer 300 und haben sie gehetzt wie der Hund den Hasen. Das war großartig, sage ich euch. Gerade wollte er weiter erzählen, da hörten sie es rufen, Jedoch, Jedoch, Jedoch! Die Bauern sprangen auf, ihre Augen wurden blank. Pass auf, heute gibt es bei uns Hasenjagd. So war es auch. Drewes aus Engelsen hatte ansagen lassen, dass ein Zug der Waldsteiner 40 Mann stark unterwegs war. Alle, die abkommen könnten, sollten sofort zum Hingstberge kommen. Kommst du mit? fragten die anderen Harm. Na, ob, sagte der und lachte. Der Mensch will doch auch einmal ein Vergnügen haben. Und Tedl bleibt auch nicht hier, das könnt ihr glauben. Der Junge kann treffen, sage ich euch. Es waren über anderthalbhundert Bauern und Knechte am Hingstberge zusammen, als der Wulfsbauer mit dem Knechte ankam. Sie standen aber nicht da und lachten und schwatzten, wie an jenem Tage, als die marode Brüder über den Wulfshof kamen. Sie sprachen leise miteinander und sahen mit schiefen Augen um sich. Sie waren auch nicht wie rechtliche Bauern anzusehen, sondern mehr wie Kriegsknechte und Wegelagerer. Alle hatten sie Büchsen in der Hand und Spieße über dem Rücken und zum wenigsten eine Pistole im Gürtel und einen Säbel oder einen langen Dolch. Die meisten trugen auch Bärte und sahen überhaupt wenig Rechtschaffen aus, bis auf Drewes, der sich ganz trug wie vor dem. Der Oedringer erschrak ordentlich, als der Engenser sich umdrehte und er ihm ins Gesicht sehen konnte. Das war ja ein alter Mann geworden. Ganz gelb war er im Gesicht und hatte eine Falte nach der anderen. Nee, sagte ein Bauer aus Wettmar, als Wulf ihn fragte, ob Drewes krank gewesen war. Nee, krank war er nicht, aber er ist Wittmann geworden. Du hast sie ja gekannt, seine Christel, sie und ihr Maulwerk. Ja, das hat sie ja auch das Leben gekostet. Denn als ihr ein paar dänische Soldaten die Würste und die Schinken vom Wiem holten, machte sie ihnen eine solche Schande, dass der eine sie mit dem Säbel über den Dötz schlug und das konnte sie nun doch nicht vertragen. Wir dachten alle, Drewes wird heilfroh sein, dass er sie los isst und sich eine Junge und Hübsche suchen. Wie man sich aber irren kann, drei Wochen ist der Mann um 20 Jahre älter geworden. Es ist ein Jammer und wir merken es auch, denn so wie früher legt er sich nicht mehr für das allgemeine Wohl ins Zeug. Die beste Kraft ist aus ihm raus, er ist wie verregnetes Heu geworden. Das merkte Wulf, als Drewes anzureden fing. Schon wie er so dastand, auf den dicken Schlebostock gestützt, sah man, dass er nicht mehr der Alte war. Was er sprach, hatte Hand und Fuß wie vor dem. Aber es war doch nicht der alte Mut darin. Dritter Schnitt war es, ohne Saft und Kraft. Liebe Freunde, fing er an, in dieser Zeit hat mancher von uns zum lieben Gott gebetet, unser täglich Brot gib uns heute. Der Herr hat unser Gebet erhört, er schickt uns Brot. Jeder tue das Seine, das dieser Tag uns zum Gedeihen anschlage. Was im Einzelnen zu machen ist, wird jeder von seinem Obmann gewacht. Eins noch will ich euch sagen, ich sehe unseren Freund aus Oedringen, den Wolfsbur unter uns. Ich denke, ihr seid es alle zufrieden, dass er in dieser Sache das Leid in die Hand nimmt. Er wird uns darin wohl gern zu Willen sein. Die Bauern nickten. Eins noch, so schloss der Engelser seine Rede, ich gebe euch zu bedenken, haltet euch genau an die Befehle und seht euch vor, dass die Pferde gesund bleiben. Die meisten werden aus der Nachbarschaft sein. Und nun Gott befohlen. Die Obmänner und Drewes stellten sich um Wolf. Meine Meinung ist die, fing Jasper Winkelmann aus Fuhrberg an, wir müssen sie zwischen uns kriegen und das geht am besten in den hohen Fuh und vor dem Bruche. Also muss ein Teil abwarten, bis sie vorbei sind und ein Teil vor ihnen sein, damit sie nicht weg können. Und die anderen müssen rechts und links vom Wege die Begleitmannschaft bilden und das müssen alles junge Kerle sein, die leise treten und sich schnell hinter den Gebüsche bergen können. Er machte mit seinem Stock gestriche in den Sand. Seht her, so meine ich das. Hier ist der Zug, das da sind unsere Leute, die hinter ihnen sind und das da, die vor ihnen sind und hier sind wir, die wir nebenher gehen. Sobald wir nun mitten in den hohen Fuhren sind, fangen wir an zu tuten und schießen und ihr da kommt ihnen von oben und unten über den Hals. Natürlich muss bei jedem Haufen einer sein, der sich genau auf das Blasen versteht, damit wir nicht in den Brödel kommen. Die allgemeine Meinung war, dass es so am besten war und so teilten sich erst die älteren Leute in zwei Abteilungen und zogen ab und dann die jüngeren. Der Wulfsbauer nahm die eine Seite nach dem Bruche zu weil er da am besten Bescheid wusste. Erst gingen sie alle auf einen Haufen und redeten halblaut, dann ging einer hinter dem anderen und das Reden hörte auf. Wulf ging voran, neben ihm schlicht Hedel, hinter ihm kam Klaus Hennecke. Das Wetter war günstig, die Sonne hatte den Erdboden ausgetrocknet, aber doch nicht so, dass alle Braken unter den Füßen knackten. Der Wind hatte sich gelegt und die Luft war hellhörig. Wenn irgendwo ein Specht arbeitete oder ein Vogel in dem trockenen Laube krispelte, so konnte man das weithin hören. Harm hatte sich auf einen Wurfboden gesetzt und rauchte vor sich hin. In den Fuhren piepten die kleinen Vögel, eine Eichkatze lief von Stamm zu Stamm und die Sonne machte das Brommelbeerkraut so grün, als wäre es Juni. Hennecke saß auf einem alten Stucken, er sah so aus, als ob er eingeschlafen war. Der Knecht stand bolzensteif vor einem Stamme, hatte die Büchse scharf gemacht und drehte langsam den Kopf hin und her, gleich als ob er sich auf Hirsche angestellt hatte. Der Wulfsbauer machte sich gerade eine neue Pfeife zurecht, da prallte halb rechts der Markwart. Tedl sah dem Bauern einen Augenblick an, drehte aber gleich den Kopf wieder weg. Der Markwart schrie in einem fort und dann meldete ein Specht und zugleich eine Drossel. Der Knecht wippte leise mit dem rechten Fuße, Klaus machte die Augen ein bisschen mehr auf, Harm saß da und rauchte, bloß, dass er den Kopf schiefer hielt. Ein Pferd wierte, eine Peitsche knallte, ein Fluchwort kam hinterher, dann polterten Räder. Harm winkte den Knecht neben sich. Halt das Horn bereit, sagte er leise zu ihm. Tedl nahm das Horn zur Hand. Nicht eher, als bis ich es sage, flüsterte ihm der Bauer ins Ohr. Der Knecht nickte. Hüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüü rechts nach links drehend. Ab und zu blieben sie stehen, redeten halblaut. Ham hörte, was der eine sagte. Verdammt nochmal, ist das hier ein Sauweg, wenn wir hier mal zuerst raus wären. Der Bauer lachte hinter seinem Gesicht und dachte, ja, wenn. Drei Reiter kamen hinterher. Schöne Pferde, dachte Wulf. Der zweite Wagen kam, wieder ein paar Mann zu Fuß, dahinter ein Reiter, ein langer, dünner Kerl mit einem ganz kleinen Kopf. Der Bauer stand auf und zitterte am ganzen Leibe. Aber der Mann hatte eine tiefe Stimme, also war er es nicht. Noch ein Wagen kam an und noch einer und immer mehr, jetzt der letzte. Ham wollte schon dem Knecht zurufen, dass er blasen sollte, da hörte er noch einen Wagen poltern. Er machte sich fertig. Hinter dem Wagen ritt ein dicker Mann, der einen weißen Spitzenkragen umhatte, der ihm bis über die Schultern hing. Er hatte eine rote Nase und ein doppeltes Kinn und sah verdrießlich aus. Das dicke Ende kommt allemal hinterher, dachte der Bauer und schoss. Der Rotschimmel machte einen Satz und warf den Mann ab. Jetzt kannst du blasen, Tädel, flüsterte Wulf, aber Deckung nehmen. Der Knecht stellte sich hinter den Wurfboden und legte los. »Tiretut! Tiretut! Tiretut!« ging es. Dann aber nahm Tädel seine Büchse und lief schnell nach vorne, zielte lange und so wie er drückte, sah er zurück und lachte, lud aber gleich wieder. »Tiretut!« kam es von unten her und überall knallte es. Ab und zu hörte man einen Fluch und einen Schrei und dazwischen ein kurzes Lachen und oben fiel ein Schuss und nun wieder unten einer. Dann kam ein Mann angeritten, kreideweiß im Gesichter, er blieb, so wie Tädel geschossen hatte, erst noch eine Weile sitzen, bis er zur Seite fiel und das Pferd schleppte ihn durch den Dreck. Hinter ihm her kam ein anderer, angehinkt, hielt sich am Kopf. Harm wartete, bis er auf drei Schritt heran war, hielt ihm die Pistole entgegen und schoss ihn nieder. Die Schüsse fielen spärlicher, das Fluchen und Schreien hatte aufgehört. »Ich glaube, wir sind damit durch!« rief Wulf dem Jungen zu. Der nickte. »Wollen noch eine Weile warten,« meinte der Bauer. Tädel lud die Büchsen und die Pistolen, derweil der andere sich die Pfeife stopfte und anbrannte. »Nun kannst du loslegen,« rief er ihm zu. »Allud! Allud!« blies Tädel. Nach einer Weile kam von unten die Antwort. »Iss allud!« Der Bauer nahm seine Büchse und ging auf den Knüppeldamm. Überall kamen Bauern aus den Fuhren, alle nickten harm zu. Das ging wie geschmiert. Er nickte. »Fangt man erst mit die ledigen Pferde ein? Das andere läuft uns nicht weg,« sagte er und alle lachten, aber sie machten lange Gesichter, als er befahl. »Und jetzt müssen wir sie erst beiroden und die Wagen in den Busch sparen. Das Bargeld und die Wertsachen gehen an Dreves, der soll das Austeilen machen. Und wem ein Pferd genommen ist in dieser Zeit, der kommt an erster Stelle. Für mich lasst eine gute Büchse übrig, Bargeld will ich nicht haben.« Er sah alle an, die da herumstanden. »Seid ihr auch alle heil geblieben?« Einer rief, »Ja, bloß Fiefgen-Ludolf ist ein bisschen zur Ader gelassen. Na, der hat ja auch mehr Blut, wie er als Junggeselle brauchen kann.« Alle lachten lauthals los. Sie hatten sechsundzwanzig Pferde, einen Wagen voll Wurst und Schinken und elf Wagen mit Hafer, Mehl und Brot, ungerechnet das Bargeld, die Kleider und die Waffen gefangen. Ein junger Kerl schrie los, »Kinder, wer gibt auf das Geschäft eins aus?« Alle lachten und harm rief, »Dreves und ich, nicht wahr, Dreves?« Er tat so, als ob er lachen wollte. »Ist auch wahr«, rief der »Wir haben noch allerhand vor. Und viele von uns haben einen weiten Weg, aber morgen sollen sich die Junggesellen, soweit sie abkommen können, im Engelser Kruge treffen und ihre Mädchen mitbringen, aber die Gewehre auch. Und beim nächsten Mal kommen die anderen dran, die morgen zu Hause bleiben müssen.« »Und nun, Hille«, trieb er, »man darf morgen hier nicht sehen, was sich begeben hat. Die Wagen müssen in den Busch, und was sonst da liegt, muss unter die Erde. Auf Schweineschlachten kommt Reine machen.« Wieder lachte alles und ging fröhlich an das Werk. Eine Stunde später, als der Mond herauskam, sah der Knüppeldammt so blank aus wie am Morgen. Am anderen Nachmittag traf sich das junge Volk in Engelsen im Kruge und tanzte, das die Dele donnerte. Aber der Wulfsbauer sorgte dafür, dass nicht zu viel getrunken wurde und das rund um den Krug und nach allen Richtungen um das Dorf Wachposten standen. Er selber stand an den großen Türen und sah zu, rauchte und trank ab und zu einen Schluck Bier aus dem Kruge, den er neben sich stehen hatte. Ein Mädchen fiel ihm auf. Sie mochte knapp 18 Jahre alt sein, hatte ein Gesicht wie Milch und Blut, Haare wie Haferstroh und war wie eine Tanne gewachsen. Sie tanzte mit einem langen, dünnen Bauernsohn, der ein Gesicht hatte wie ein Pott voll Mäuse. Ein jedes Mal, wenn sie an Harm vorbeitanzte, sah sie ihn an, als wolle sie ihm ihr Herz vor die Füße legen. Es war Drewes zweite Tochter Wieschen, hörte er, von der man sagte, sie sah rein wie Nesselkraut und mehr als einer von den Jungen im Dorfe hatte ein dickes Maul mitgenommen, wenn er einen süßen von ihr haben wollte. Als ein neuer Tanz gespielt wurde, tanzte sie bloß einmal rund und als sie bei dem Ödringer war, machte sie sich vor ihrem Tänzer los und sagte, nun kann ich nicht mehr, Himmel, was habe ich für'n Durst. Harm hielt ihr den Krug hin. Sie wurde über und überrot, lachte ihn an und sagte, sollst auch bedankt sein. Er sah an ihr herunter, zeigte mit dem Kopf nach ihrem Tänzer, ist das dein Bräutigam? Sie schüttelte den Kopf, nee, ich hab noch keinen. Und dabei sah sie ihn wieder so an, wie vorher. Aber da schrie der Wirt, Feierabend, und mitten im Singen hörte das junge Volk auf. Wieschen gab Harm die Hand und sagte, sollst dich mal bei uns sehen lassen, Wolfsbur. Seit Mutter tot ist, wird Vater so wunderlich. Und nun gute Nacht auch und gute Reise. Harm steckte noch das Bier im Geblüt, als er sich auf den Heuboden hinlegte, und als er beim Einschlafen war, ging ihm immer wieder das Lied im Kopf rund, das die jungen Leute zuletzt gesungen hatten. Die Wehrwölfe Harm blieb für das erste im Bruche. Er hatte allen möglichen landfahrenden Leuten, soweit es nicht Raub- und Mordgesindel war, von der vielen Beute, die er gemacht hatte, manchen Taler zukommen lassen, damit sie bei Drewes in Engensen oder anderswo Nachricht hinterlassen sollten, wo er das Heilige Kreuz und den Säugling antreffen konnte, denn er hatte gesagt, er hätte ein Geschäft mit ihnen vor. Er besprach sich nun mit Uhlenvater über das Leben, das die Oedringer auf dem Perhubsberge führten. Das Schlimmste ist, sagte er, sie lauern darauf, dass der Krieg aufhören soll, und so lange behelfen sie sich mit hungern und nichts tun. Das ist verkehrt. Wir müssen so tun, als ob wir ewig und drei Tage hierbleiben wollen. Mit Reden richtet man aber nichts aus, und deshalb wollen wir beide uns ein regelrechtes Haus bauen und soweit es geht auch Land unter dem Flug nehmen. Du sollst sehen, einer nach dem anderen tritt dann in unsere Stapfen. Der Alte nickte. Da hast du völlig recht. Das habe ich mir auch schon gesagt, denn wenn ich auch heute oder morgen sterben kann, sündhaft ist es darum, doch die Hände in den Schoß zu legen und unseren Herrgott den Tag abstehlen. Und diese Örtlichkeit ist gar nicht so uneben. Selbst in Regenjahren kommt das Wasser hier nicht her, und der Boden ist gut. Und wenn später ein Durchstich nach der Wietze gemacht wird und der Busch wegkommt, dann sollst du mal sehen, was hier nicht alles wächst. Es gab einen großen Aufstand auf dem Berge, als es hieß, der Wulfsbauer und Uhlenvater bauen sich ein festes Haus. Es waren aber kaum die Ständer eingesetzt, da fing schon ein anderer an, es ihnen nachzutun, und es war schön anzusehen, wie gerade mit einem Male wieder die Männer gingen, welche blanke Augen die Frauen bekamen, und wie auch die Kinder sich herausmachten, denn nun hatten sie doch wieder an etwas anderes zu denken als an ihr Unglück. Der Wulfsbauer sparte nicht. Er hatte Geld genug, und so holte er Zimmerleute und Tischler aus den Nachbardörfern heran, und als das Haus fertig war und weder die Pferdeköpfe an den Windbrettern noch der Spruch über der großen Türe fehlte, da sagten alle, es ist wirklich ein schönes Haus, alles was recht ist, wenn es auch halb so groß ist und nicht so bunt wie das alte Haus. Der Spruch aber den Harm in den Torbalken hatte einhauen lassen, hieß, helft dir selber, so helft dir unser Herrgott. Das gefiel manch einem erst nicht recht, aber als dann der Wulfsbauer seine Hausrichte gab, wurden sie anderer Meinung. Alles war eingeladen, was in Bruche wohnte, und noch allerlei Freundschaft aus der Heide. Wulf hatte reichlich für Essen und Trinken gesorgt und auch für Musik, aber er hatte auch sagen lassen, jedweder solle sich so fein machen, wie sonst zum Burgdorfer Martinsmarkt. So sah es bunt und lustig vor dem Hause aus, von roten Kleidern und weißen und blauen Rücken, und alle Gesichter waren voller Freude. Es war einer von den Tagen, an dem Sonne und Regen hintereinander her sind, wo aber die Sonne die meisten Trümpfe vorweisen kann. Ein frischer Wind ging, dass das Laub in den jungen Eichen rauschte und die Fuhren und Tannen nur so brummten und die Kränze aus Hülsen und die langen Ketten aus Tannenhecke hin und her flogen, die weißen Bänder daran wehten und die bunten Eierschalen klingelten und klapperten, dass die Kinder vor Vergnügen nicht wussten, wo sie sich bergen sollten. Als alle da waren, kam Uhlenvater aus der großen Türe, hinter ihm der Bauer. Er hatte sich seinen Bart abgenommen und trug den blauen, rot ausgeschlagenen Rock mit den blanken Thalerknöpfen. Die großen Kinder stellten sich zusammen, Fidel Fritze aus Mellendorf gab den Ton an und hell klang das Lied, großer Gott, wir loben dich. Alle Männer nahmen die Hüte ab und sangen mit und die Frauen auch und da war nicht einer, dem das Wasser nicht in die Augen kam. Dann stellte sich Uhlenvater vorne hin und sprach. Alle, die wir hier versammelt sind, Mannsleute und Frauen, Knecht, Magd und Kind, Boshaftigkeit und Niedertracht haben uns von Haus und Hof gebracht. Also schwer uns das Unglück schlug, dass wir all hier im wilden Bruch wie die Wölfe uns müssen verstecken, dass uns die Mordbrenner nicht entdecken. Anfang haben wir zumeist verzagt, haben gegreint und geklagt, dachten, ach, wären wir besser tot, als so zu leben in Ängsten und Not. Haben uns aber noch besonnen und dies Haus zu bauen begonnen, haben es glücklich emporgebracht, weil uns Schützte des Herrn Macht. Alle, die dastanden, sahen den alten Mann, dessen Augen so fröhlich und doch so absonderlich aussahen, groß an und die Kinder standen mit offenen Meulander und wussten nicht, was sie zu Uhlenvater sagen sollten. Das war ja gerade als wie in der Kirche. Aber nun holte er tief Luft, machte ein anderes Gesicht und fuhr fort. Und weil das Haus nun fertig steht und nichts dran fehlt, so wie ihr seht, so wollen wir nach altem Brauch den Tag beschließen, in Freuden auch, essen, was uns der Herr beschert und mit Verstand, wie es sich gehört. Hinternach auch lustig sein bei einem Glas Bier oder Brantewein. Und nun, liebe Freunde, tretet ein. War das ein Leben und Lachen. Die Altmutter Horstmann, die noch keiner wieder hatte lachen sehen, seitdem sie aus dem alten Dorf hatten heraus müssen, knickerte in einem Fort vor sich hin und brummte, nee, dieser Uhlenvater aber auch, was der für Knepe im Koppe hat. Und Klaus Henke, der größte Dröckmichel von allen, lachte helle Wege weg. Eine so lustige Hausrichte hatte es sogar oben im Dorfe noch nicht gegeben. Und wenn auch kein Tropfen Honigbier und kein Glas Wein auf dem Tische gewesen wäre, es wäre doch toll genug hergegangen. Schon beim Essen waren alle mächtig aufgekratzt und als der Tanz losging, erst recht. Und wilder und höher waren die roten Röcke noch keine Mal geflogen und das, was darin war, als auf das Wulfsbauernhaus richte. Aber er hatte auch an alles gedacht. Dünnbier war da und Met und zwei Fässer Mumme und ein Tabak, wie ihn noch keiner geraucht hatte. Und das war auch kein Wunder, denn den hatten Dreves und seine Heidgänger vor einiger Zeit einer Kolonne abgenommen und zwölf Fässer spanischen Wein dazu, der so süß wie Honig war. Und davon bekamen die ganzen alten Männer und Frauen jeder ein oder zwei Glas zur Herzstärkung. »Ich bin nun all im neunzigsten Jahre, oder so herum?« sagte der alte Hausmann von Bollenhofer. »Aber so gut ist es mir noch keinen Tag in meinem Leben nicht gegangen.« Und dabei nickte er ganz glücklich seinen Urenkeln zu, die alle Backen voll von dem süßen Rosinenbrot er hatten, das für die liederlichen Weibsbilder bestimmt war, die die wallsteinischen Offiziere mit sich herumschleppten. Sogar Dreves sah anders aus, als die Zeit vorher. Er stand zwischen seinen beiden Töchtern, dem großen, breiten Lieschen, die mit ihrem Manne den Hof bewirtschaftete, und dem schlanken Wieschen, die kein Auge von dem Wulfsbauern ließ und nicht mittanzen wollte, weil sie, wie sie sagte, nicht gut zu Wege war. Aber dabei sah sie aus wie eine Rose im Morgentau und hatte Augen so blau wie der liebe Himmel. Und wenn sie lachte, so war das, als wenn die Merzendrossel anzuschlagen fangen will. »Nein, Wulfsbauer«, sagte sie, als der sie fragte, warum sie nicht auch tanzte, »nein, danach ist mir heute nicht ums Herz. Ich kann mich gar nicht satt genug sehen, wie lustig die Ödringer sind nach alledem, was sie ausgestanden haben. Hör bloß, was sie singen. Damit hast du dir einen Gotteslohn verdient.« Bis zehn dauerte der Tanz, aber er hielt noch lange vor. Und von da ab hörte man die Männer wieder flöten und die Mädchen sangen bei der Arbeit und wenn es auch Arbeit für Mannsleute war, die sie tun mussten. Denn Wulf hatte es den Leuten klar gemacht, dass es nun ernstens nötig wäre, die Burg so zu befestigen, dass dreihundert Mann nicht sie erstürmen konnten und dass das, was im Herbst vergessen war, jetzt gemacht werden musste. So wurde der Burggrafen tiefer und der Wall höher gemacht und sowohl die Grabensohle wie die Wallwand wurden dicht an dicht mit langen spitzen Pfählen besetzt, dass kaum eine Katze, geschweige denn ein Mensch, durch konnte. Zudem wurde rings um den Wall ein Verhau aus Dornbüschen gemacht, so hoch und so dicht, dass selbst der Teufel und seine Großmutter nicht darüber konnten. Rund um die Burg waren an allen zuwegen Wolfsangelnden die Bäume geschnitten und es bedeutete, »Wahr dich, denn vor dir ist ein Loch und wenn du da hineinfällst, bist du des Todes.« Dazu kam noch, dass die beiden Fahrwege jeder viermal mit Schlagbäumen versperrt werden konnten. Alles das hatte Wolf bei seinen Streiffahrten hier und da gesehen und sich eine Lehre daraus genommen und zur größeren Sicherheit hatte er an vier Stellen auf dem Sandberge im Bruche Auskicke in den Kronen der Wahrbäume machen lassen, in denen den Tag über Jungens als Wachposten saßen, die Hörner bei sich hatten und bliesen, wenn die Luft unrein wurde. Es dauerte nicht lange und alles, was kein reines Hemd anhatte, machte einen Bogen um den Bruch, denn es hatte sich herumgesprochen, dass es da nicht geheuer war. Ab und zu sah man Männer mit schwarzen Gesichtern in dem Busche und an mehreren Stellen waren zwei Fuhrenbäume kahl gemacht und ein dritter darüber genagelt und zu allermeist hing ein Mann mit seinem Halse daran oder zwei oder drei und kein Mensch wusste, wer es war und wer sie gerichtet hatte. Ausgenommen die Bauern in der Runde und wenn der Wind die geilen Früchte hin und her wehte, lachten sie und sagten, die Bruchglocken läuten heute aber fein. Die, weil der Winter milde war, konnten allerlei Arbeiten getan werden. Die Bauern rodeten den Busch auf dem Peerhubsberge, teilten das Land ein und verlosten es, zogen Gräben und Welle um die Weidekoppeln, holten die großen Steine aus der Heide und brachen den Ort im Bruche, damit sie Grundmauern und feste Wände machen konnten. Als der Hornung zu Ende war, sah es auf dem Peerhubsberge schon anders aus als im Herbste, zumal es an Nahrung nicht gebrach. Denn Fleisch lieferte der Bruch genug, es war lebendig voll von Hirschen, Fische gab es in der Wiese in Hülle und Fülle und für Brot sorgte der Wolfsbauer. Er hatte aus 30 jungen Kerlen eine Schleichtruppe zusammengestellt und einen Kundschafterdienst in die Reihe gebracht. Wurde nun gemeldet, hier kommt ein Proviantzug oder da sind Marke Tender, so dauerte es nicht lange und es knallte und 30 Männer mit schwarzen Gesichtern lachten lauthalslos und sagten, nun kann Mutter wieder Brot schneiden, ohne dass sie so nie bezusehen braucht. Wieken Ludolf aus Rammlingen, Windhund bei allem, was einen Rock anhatte und der wildeste Tänzer beim Erntebier und wo sonst sich eine Fiedel hören ließ und ein Kerl, der überall gern dabei war, wo man sich umsonst zur Ader lassen konnte, der hatte, als sie Ende März drei Marke Tenderwagen des kaiserlichen Heeres beiseite gebracht hatten, im Kruge zu Obershagen gesagt, wir haben nun ein so schönes Kind aus den Windeln heraus, aber einen Namen, den hat es noch nicht. Unser Hauptmann, der heißt Wulf und ein richtiger Wolf ist er auch, denn wo er zubeißt, da gibt es 33 Löcher. Denn so bin ich der Meinung, dass wir uns die Wehrwölfe nennen und zum Zeichen, wo wir der Niedertracht gewährt haben, drei Beilhiebe hinterlassen, einen hin, einen her und den dritten in die quer. Und davon soll keiner was wissen, als wir dreimal Elfe, so sich nennen die Wölfe, und wer darüber das Maul aufmacht, der soll zwischen zwei räudigen Hunden mit der Wiede um den Hals so lange hängen, bis man nicht mehr wissen tut, wer am meisten stinkt. Das ist ein Wort. Das hat den Kopf vorne und den stört Achtern, wie es sich gehört, sprach der Hauptmann. Und was unser Wolfsbruder da so hingesagt hat, als wenn das bloß ein Spaß ist, als wer einem beim Bier aus dem Maul rutscht, es ist Verstand darin und Einsicht. So wie wir hier sind, dreimal elf Mann, kann uns der leibhaftige Gott sei bei uns selber nicht bange machen, und wenn er jetzt mitten unter uns zu stehen kommt. Denn was will er uns machen? Und ledigen Leuten, von denen keiner Kind und Kegel hat, wiegen Ludolf vielleicht ausgenommen, der ja Hahn bei allen Hühnern sein soll. Sie lachten alle wie die Buchholzer Hengste, bloß wiegen Ludolf nicht, denn der kratzte sich hinter den Ohren. Als es dann wieder still war, ging Wolf weiter. So müssen wir uns für die Eheleute und die Wittfrauen und die alten Leute und Waisen aufnehmen. Aber dazu müssen wir unser Mehrsein, müssen es auf hundert Mann und darüber bringen, alles Kerle wie wir, die noch lachen können, wenn ihnen ein Stück Hackblei nicht aus dem Wege gehen will. So soll sich denn ein jeder einen bis zwei oder drei gute Freunde suchen, und die sollen mithelfen, wenn es Not tut. Es sollen aber alles Junggesellen sein, und keiner einer, der einziger Sohn einer Wittfrau ist, soll dabei sein, und wenn einer ein Mädchen mit einem Kindesitzen hat, der soll sich zuvor bedenken, ehe er sich mit uns einlässt. Wenn so einer aber Unglück hat, so soll es unser erstes sein, dass das Frauenmensch und das Kind nicht Not und Mangel leiden. Und an jetzt wollen wir uns verbrüdern auf Not und Tod, Glut und Blut, dass alle für einen stehen und einer für alle, aber wir alle für alles, was um und im Bruche Leben tut und unserer Art ist. Der Wirtssohn, der einer von den dreimal Elfen war, musste das große Glas holen, das Bier wurde beiseite geschoben, und edler Wein, der auf der Landstraße zwischen Burgdorf und Zelle für umsonst gewachsen war, kam auf den Tisch. Sie standen alle auf, hakten die Arme ineinander, dass es einen engen Kreis gab, und Harm nahm das Glas, trank, gab es wiegen Ludolf, und so ging es reihum, bis es leer war. Dann sank Grönhagen-Krischan aus Hambüren, der stillste von allen, aber ein Mann trotz seiner zwanzig Jahre den Wehrwolf vers vor, der ihm just beigefallen war, und der Hauptmann legte einen weißen Stock auf den Tisch, sein langes Messer und die Wiede und sprach, so der Stock bricht, so das Metz sticht, oder die Wiede wird zugericht. Sie wählten darauf wiegen Ludolf als zweiten Haupt, machten fest, wo und wann sie sich regelmäßig treffen wollten, und auf welche Weise der eine dem anderen Nachricht geben sollte, ohne dass dem Boten alles aufgedeckt zu werden brauchte, und dann gingen sie auseinander. Der Peer-Hobstler blieb noch eine Weile mit dem Wirtssohn sitzen, denn er hatte eine Botschaft aus Wiede bekommen, dass die Leute, die er suchte, sich in Alden hatten blicken lassen. Er hatte vor Arbeit und Geschäften manchen Tag nicht mehr an sie gedacht. Jetzt aber standen sie ihm wieder alle Stunden vor Augen, und er hatte sich vorgenommen, nicht eher locker zu lassen, bis er ihnen ihren verdienten Lohn bei Heller und Pfennig ausgezahlt hatte. So ritt er denn, als am anderen Mittag Tedl mit Gripto ankam, los. Den Hund hatte er in der letzten Zeit meist immer bei sich, denn er hatte es herausgebracht, dass der eine Hauptnase hatte und zwischen hundert Mann den herausfand, auf dessen Fährte er ihn legte. Ohne Hund hätte er den Zigeuner, der mit sechs Stehldieben die Gegend unsicher machten, nicht in der Erdhöhle im Bissendorfer Holze aufgespürt und zur Warnung aller unehrlichen Leute samt seinen Spießgesellen vor dem Dorfe an die Birkenbäume hängen können, und ohne ihn wäre er einmal beinahe den Mannschaften des Tilli in die Finger gefallen, die hinter ihm her waren, als er ihnen wieder einmal den Brotkorb höher gehängt und den Bierkrug vor dem Mauler aus der Hand geschlagen hatte. Es war einer von den Vorjahrstagen, an denen der Morgennebel sich, solange er es eben kann, vor die Sonne stellt. So wurde es meist Elfe, ehe die Sonne ihn unter die Füße bekam, und dann wurde es umso schöner, sodass sogar Tedl, der sonst ganz und gar bei der Arbeit war, alles mit Augen ansah, was auf dem Boden lebte und in den Lüften webte, und dem Bauern war nicht anders zumute. »Junge«, sagte er, »das ist ein Tag, bei dem hat sich unser Herrgott aber mächtig viel Mühe gegeben.« »Wenn es sich irgend machen lässt, denn so möchte ich heute den Finger nicht gern krumm machen, und ich glaube, du würdest auch lieber sehen, ob du Elas Hille nicht im Schummern irgendwo antreffen könntest, wo euch keiner in die Möte kommt.« Tedl ritt vor ihm und hatte die Sonne im Gesicht, und seine Ohren sahen mit einmal aus wie zwei Klapprosen. Er sagte nichts, gab aber einen Seufzer von sich, der so lang und dick wie ein Pferdeschwanz war, sodass Harm herzlich lachen musste. »Na«, sagte er, »denn er sah, dass der Knecht ein Gesicht machte wie der Zaunigel, wenn ihn der Hund anwählt.« »Was nicht ist, kann noch werden. Vorläufig haben wir ja noch andere Arbeit vor, und erst die Arbeit, dann das Vergnügen«, sagt Wieke Ludolf, da schlug er Kassenkrischern drei Zähne in den Hals und ging mit seinem Tanzschatz in den Graskarten. »Aber wenn zwei gewisse Leute das Fliegen gelernt haben, ohne dass sie gerade heilige Engel geworden sind, dann, Nihus Tedl, sollst du ein Haus zu eigen haben mit einem großmächtigen Bett und einer glatten Frau drin, wenn du willst. Und es soll mich nicht wundern, wenn sie vorne Hille und hinten Ehlers heißt, Arme wie ein paar Fuhrenbäume und Haare wie das Gras da hat, wo die Sonne so aufliegt.« Er hielt den Schecken an, der mit der Zeit vergessen hatte, dass er ein Rappe sein sollte. »Was hat denn der Hund da? Der steht ja, als wenn da ein Mensch ist, denn für umsonst hält er den Kopf nicht so dumm und stellt sich auf drei Beine. Wollen doch mal zusehen.« Er ritt langsam hin und sagte dann, »Stimmt, ganz wie ich es sagte, ein Mensch. Ein Frauenzimmer anscheinend, das barfuß geht, aber kein Traternweibstück, denn die großen Zehen stehen einwärts. Aber jung ist sie und groß ist sie und mager und Angst hat sie gehabt. Sie kann dazu noch krank sein, denn sie hat von dem Birkenbaum bis hierher zweimal umgeknickt. Und hier hat sie einmal niedergesessen. Wollen doch mal zusehen, wo sie ist? Weit kann sie nicht sein, denn die Spur steht nagelfrisch im Sande und kein Tau ist auch nicht drin. »Gripto, daher!« »So, Tedl, nimm du den Hund an und gib mir Wittkop, aber halte die Hand am Hahn, der Däubel kann sein Spiel haben.« Er nahm die Zügel des Blässen in die linke Hand und machte die Pistolen locker und dieweil Tedl mit dem Hunde am Riemen die Spur hielt, folgte er ihm auf dem Hacken nach, scharf umschauhaltend, ob nicht irgendwo ein Dorn im Grase war. Sie waren so bis vor ein altes Steingrab gekommen, das ganz von Machangel und Hülsen bewachsen war, als der Hund stand. Tedl fasste ihn mit der linken Hand unter die Halsung, hielt in der rechten die Pistole und ging sachte Schritt um Schritt vor und hinter ihm hielt der Wolfsbauer und hatte scharf gemacht. »Ein Zaunigel oder ein Ilk oder eine Adder ist es nicht«, dachte der Bauer, denn Gripto wedelte. Aber dann fuhr er zurück, denn so wie Tedl die Büsche beiseite bog, schrie ein Frauenzimmer auf und so schrecklich schrie sie, dass es harm durch Mark und Knochen ging. Als er näher ritt, sah er halb unter den Steinen ein Mädchen auf den Knien liegen, das hatte die Hände unter dem Munde gefaltet, machte Augen, als wenn ihr ein Messer am Halse saß, zitterte am ganzen Leibe und schrie, »Ach Gott, ach Gott, ach Gott, tut mir doch nichts, tut mir doch nichts! Mein lieben Vater haben Sie tot gemacht, meine Mutter haben Sie umgebracht. Um unseres heiligsten Herrn Jesu leiden und sterben willen tut mir nichts, lasst mich hier sterben!« Der Knecht riss den Hund zurück und machte ein ganz unglückliches Gesicht, und der Bauer sah hin und her, als ob es ihm selber an das Leben gehen sollte. Dann steckte er die Pistolen fort, hob die Schwurhand in die Höhe und rief über den Hals des Schecken dem Mädchen zu, »Wir tun keinem was, so er nicht ein Erzhalunke ist. Wir sind ehrliche und rechtliche Bauern und haben selber genug ausgestanden. Habe man keine Bange!« Er zeigte auf den Hund, »Kick wie Gripto, mit dem Stern wackelt. Bei wem er das tut, der braucht vor uns keine Angsten zu haben. Siehst du, Mädchen, der Hund will dich lecken. So recht, mein Hund, so brav, Gripto! Die arme Dern braucht nicht zu schreien. Tädel, lass ihn mal los!« Der Hund ging schweiffädelnd und mit kleinen Ohren auf das Mädchen zu, leckte ihm die Füße und dann das Gesicht und knurrte und fiebte und mit einem Malen nahm ihn das Mädchen in den Arm, drückte ihn an sich, küßte ihn, weinte erbärmlich los und rief, indem sie die beiden Männer ansah, »Oh Gott, Lob und Dank! Ja, ich sehe es euch an den Augen an, ihr seid rechtliche Leute und werdet mir nichts tun!« Dann fiel sie auf ihr Gesicht und blieb so liegen und ihr Haar, das so rot war wie ein trockener Machangelbusch in der Sonne, fiel vor sie hin. Wulf stieg ab und gab Tädel, die Pferde zu halten. Er nahm das Mädchen auf und brachte es dahin, wo die Sonne das Heidmoos abgetrocknet hatte, zog seine Jacke aus, drehte sie zusammen und legte sie ihr unter den Hals. Dann bog er den breiten Machangelbusch nieder, schnitt ihn ab, steckte ihn so ein, dass er seinen Schatten auf das Gesicht der Jungfer warf. Einen Augenblick sah er sie genau an, indem er bei ihr kniete. Sie hatte schwarze Höfe unter den Augen, ihre Backen waren eingefallen, am Halse sah man alle Sehnen und Adern und ihre Lippen waren kreideweiß. Er schüttelte den Kopf und stand auf, »Sie ist vor Hunger halb tot und halb vor Angst!« Er machte das Sattelholster auf, holte die Flasche heraus, goss etwas Wein in seine Hand, kniete nieder und, nachdem er dem Mädchen ein bisschen davon auf die Lippen hatte laufen lassen, rieb er ihr mit dem Rest die Nase und die Schläfen. Sie schlug die Augen auf, machte wieder das Gesicht, als wie da, wo sie die Männer zuallererst sah, versuchte dann, sich aufzurichten, fiel aber wieder auf die Jacke zurück und sagte, »Mich hungert so, oh, wie mich hungert!« Harm hatte schon das Holster in der Hand. Er setzte sich neben sie, brach ein ganz kleines Stück Brot ab, denn er sah, wie ihr das Wasser aus dem Munde lief, als sie das Brot roch, gab es ihr und sagte, »Langsam! Je langsamer du es essen tust, desto mehr sollst du haben!« Aber sie konnte es nicht herunterkriegen, so viel sie auch schluckte und wirkte, und da goss er aus der Flasche ein bisschen von dem spanischen Wein in seine Hand und gab ihr das ein, und als sie das herunter hatte, da seufzte sie tief auf, lächelte dumm und gibberte mit beiden Händen nach dem Brote hin. Der Bauer nahm sie in den Arm, als wenn sie ein kleines Kind war, und hielt das Brot so, dass sie jedes Mal nicht mehr als ein Stück wie ein Fingernagel groß abbeißen konnte. Und dazwischen gab er eben so kleine Stücke Salzfleisch und ab und zu von dem Weinen. Es wurde ihm ordentlich leicht um das Herz, als sie immer ruhiger aß und trank und nicht mehr so blau unter den Augen anzusehen war und die Hände stillhalten konnte. Dann legte er ihr auf den Holsterdeckel das Brot und das Fleisch hin, stellte die Flasche daneben und sagte, »So, nun bist du soweit, dass du allein fertig werden kannst und dich nicht krank essen tust.« Und dabei nahm er seinen Arm von ihren Schultern weg. Das Mädchen sah ihn so an, dass ihm die Binde um den Hals zu eng wurde, und da merkte er, was für ein Bild von Mensch sie trotz des ungemachten Haares und obschon sie im Gesicht schmutzig war und überall geschunden. Und dann merkte er auch, dass sie an sich heruntersah und heimlich ihr Hemd unter dem Halse zumachen wollte. Aber das war kurz und klein gerissen, und das Leibchen hing so um sie herum, dass er die drei halb roten, halb schwarzen Schrammen gewahr wurde, die ihr kreuz und quer über die Brust gingen. »Tedl«, rief er, »geh nach dem Anberge, wir müssen aufpassen.« Der Knecht tat, wie ihm geheißen. Wulf band sein Brusttuch ab, legte es dem Mädchen von hinten über die Schultern und zurück, sodass er es ihr im Kreuz zusammenbinden konnte. »Es ist doch noch immer frisch«, meinte er, »du könntest dir was wegholen.« In dem zog er auch schon die Schuhe aus, band sich die Kniebänder los, zog die Strümpfe ab und gab sie mit den Worten, »reichlich weit sind sie ja wohl, aber wenn einer Mann eine Kuh hat, kann er keine Ziegenmilch verkaufen.« Und dabei lachte er. Aber er bekam einen Kopf wie ein Leghuhn und ihm wurde, als wenn er auf einem Ameisenhaufen zu sitzen gekommen war, als sie ihn groß ansah, die Hände faltete, die Augen überlaufen ließ und mit einem Male seine Hand zu fassen kriegte, sich bückte und ihm die Hand küßte, dass sie nass von ihren Tränen wurde. Fast grob stieß er sie zurück und fragte, »Bist du auch satt? Wir haben noch genug, und die Katz soll uns den Magen schon nicht hinter die Stachelbeeren schleppen. Aber nun wollen wir zusehen, dass wir irgendwo Wasser zu finden kriegen, denn ein Spiegelglas pflege ich nicht bei mir zu haben, wogegen ich ein Stück Band habe, dass du dir das Haar ein bisschen machen kannst.« Er machte einen langen Hals. Da unten sind Ellern, und wo die sind, ist eine Beke, und wo eine Beke ist, pflegt Wasser zu sein, denn so wollen wir los. Er nahm sie auf den Arm und ging mit ihr nach dem Grund. Wie leicht sie bloß ist, dachte er, und dann wurde ihm sonderbar zu Sinne, denn ihr Atem ging ihr über den Mund und ihr Haar roch, dass ihm die Brust eng wurde. Und zudem fühlte er, wie ihr Herz schnell gegen das Seine schlug, und das wurde davon angesteckt. So war er heilsfroh, als er sie bei der Beke absetzen konnte, aber ehe er sie für sich ließ, brach er einen Ellernzweig ab, nahm ihr am Fuß Maß und sagte lachend, »So, jetzt so muss ich mich an das Schustern begeben, und wenn du wieder in der Reihe bist, denn so kannst du dich ja melden.« Thedel wusste nicht, was er sagen sollte, als der Bauer ihn anwies, »Zieh die Stiefel aus!« Aber er machte ganz krumme Augen, als Wulf das Messer nahm und die Krimpen, Thetels größter Stolz, Abschnitt. Und erst, als er sie aufschnitt und Löcher hineinstach und eine Strippe durchzog, wusste er, was das zu bedeuten hatte, und da sagte er, »Erst wollte ich meist falsch werden, denn ich dachte, du wolltest mir einen Schabernack vor die Tür stellen.« Das Mädchen hätte beinahe gelacht, als Wulf ihr die Strippenschuhe gab, aber sie nahm sie gern, denn sie ging in den Strümpfen auf der Heide wie die Katze über den heißen Dehle. »Alles in Ordnung?« fragte der Bauer sie, und als sie nickte, nahm er sie um, hob sie auf den Schecken und setzte sich hinter sie. »Tedl, reite vorweg, denn ich kann so meine Augen nicht recht brauchen.« Der Himmel hatte sich noch mehr aufgehellt, die Dullerchen sangen aus ihm heraus, die Moormännchen stiegen auf, zwitscherten und ließen sich nieder, der Post war am Aufbrechen, und hier und da steckten sich ein Weidebuschgelb an. Harm ließ den Schecken Schritt gehen, denn, sagte er, da wir noch einmal Aufenthalt gehabt haben, soll es uns auf die Zeit nun auch nicht mehr ankommen. Ihm war leicht um das Herz, er dachte es war, weil er ein armseliges Menschenkind geborgen hatte, aber, wenn er ihr Haar roch und ihr Herz schlagen hörte und ihre Backen ansah, so mager, so blass und doch so schön, und das kleine, feine Ohr, das die roten Locken ab und zu frei ließen, und den dünnen, weißen Hals, der aus dem roten Tuch herauskam, und ihre Hand, die auf seinem Schenkel lag, und wenn er fühlte, wie ihr linker Arm um seinen Leib war, da wusste er nicht, ist das nun schön, oder ist das scheußlich? Aber im Allgemeinen gefiel es ihm so, wie es war, doch ganz gut. Siehst du die beiden Hainottern? fragte er sie und zeigte mit dem Kopf an ihrem Gesicht vorbei dahin, wo zwei Waldstörche über ihren Wohl in die Runde flogen, dass es nur so blitzte und blinkerte. Das Mädchen nickte. Da wollen wir hin, da sollst du dich erst mal nach Lusten ausschlafen, und hinterher wollen wir dafür sorgen, dass du sonst in die Reihe kommst. Und damit du es weißt, ich heiße Harm, und war auf dem Wolfshofe zu Ödringen Bauer, bis eines Tages der Teufel seine Knechte auf uns losließ. Und nun leben wir denn jetzt, wie der Wolf auf der Heide und der Adler über dem Bruche, bloß, dass wir keine Hasen fangen tun, denn so sind wir nicht, nämlich wir jagen man bloß auf Füchse und allerhand anderes Beisterzeug. Und das da ist der Nihustädel. Dem geht es just so, man, er hat mit der Zeit irgendwo sein Herz bei einem Mädchen in der Schuhe zu vergessen, und so hat er es ganz gut, denn wer was will, der hat schon was. Er hörte auf, denn er wunderte sich, wie er dazu kam, diesem Mädchen, das er gar nicht kannte, und von dem er nichts wusste, woher sie war, und was mit ihr los war, seine halben Trümpfe zu weisen. Aber dann merkte er, dass seine Zunge von selber galopp ritt. Wie heißt du denn, fragte er. Und als sie sagte, Johanna, meinte er, und was willst du jetzt anfangen? Sie drehte ihm das Gesicht zu und sah ihn an. Behalte mich bei dir. Ich kann allerlei, und ich will gern alle Arbeit tun, die es gibt. Was soll ich bloß anfangen, wenn ich nicht bei dir bleiben darf? Bitte, bitte behalte mich bei dir. Deine Frau braucht vielleicht eine Markt. Hör zu, sagte er, und seine Stimme hörte sich mit einem Male an, als wenn Asche darauf war. Ich habe keine Frau. Ich bin ein Mann, der wie der Mausader in der Luft ist. Aber ich sehe es dir an, dass kein Falsch in dir ist, und wenn es dir bei uns gefallen tut, denn so sollst du gern bei uns bleiben. Also sorgen brauchst du dich nicht. Die nächste Zeit kommen wir freilich nicht nach Hause, weil ich ein Geschäft hier herum habe. Und das ist derart, dass es besser ist, du gehst vorläufig als Mannsbild durch. Auf einem Pferderücken kannst du dich halten, das sehe ich. Weiter brauchst du nichts. Ich will alles tun, was du willst, antwortete sie, und er musste wegsehen, denn er hielt die Augen, die sie ihm machte, nicht aus. Und nun, damit du weißt, wer ich bin, sagte sie, mein Vater war Prediger im Bayerischen. Wir lebten in Frieden, bis der Krieg kam, dann ging das halbe Dorf in Flammen auf und die meisten Leute kamen um. Da suchte Vater sich eine andere Stelle und so kamen wir bis in diese Gegend, wo die Leute sehr gut zu uns waren, besser als anderswo. Vater wollte nach Hannover, denn er dachte, dass er vielleicht da wohl ein kleines Amt bekommen könnte, denn er hatte Briefe an Ratsherren und andere Herren von Ansehen mit. Da holten uns die Tilly ein, denn ein Tatern-Mädchen, dem ich ein böses Geschwür aufgemacht hatte, sagte ihnen, welcher Art Leute wir waren und da waren sie wie die leibhaftigen Teufel. Ich will dir das ein anderes Mal erzählen, ich darf jetzt nicht daran denken. Ich habe zusehen müssen, wie sie meinen Vater so schlugen, bis ihm das Blut aus dem Munde kam und als meine Mutter ihnen fluchte, haben sie sie vor meinen leiblichen Augen in den Brunnentrog ersäuft. Ich weiß heute noch nicht, wie ich fortgekommen bin. Ich weiß nur, dass sie alle betrunken waren und dann bin ich immer zu gelaufen und erst wieder zu mir gekommen, als ich im Busche hinfiel. Und dann bin ich wieder gelaufen, was ich konnte und bin wieder hingefallen und habe da gelegen, bis ich wieder bei mir war und habe das Gras gegessen und Wurzeln und bin allem aus dem Wege gegangen, was Menschen angesicht hatte. Und dann hast du mich aufgefunden. Sie warf ihm den anderen Arm um den Hals und legte ihren Kopf auf seine Brust. Du willst mich behalten, sagst du, das ist gut, du bist so gut. Sie weinte, dass die Tränen ihm durch die Hose schlugen und er ließ sie weinen, was sie wollte, denn er merkte, dass es ihr es gut tat. Erst als sie dicht vor Jeversen waren, sagte er, so, jetzt müssen wir absteigen. Tedl, sieh zu, wie die Immen fliegen und ob wir unter oder über dem Winde sind. Wir bleiben derweil im Busche. Und sieh zu, dass du Mannszeug bekommst und alles, was dazu gehört, dass der Jung verpasst, aber rede nicht weiter darüber, was bloß die Heidewissen braucht. Er legte dem Mädchen seinen Mantel hin, drehte seine Jacke zusammen, machte ihr ein Kopfkissen daraus und sagte, leg dich hin und schlaf. Ich will mich ein bisschen waschen. Gripto, dahin! Der Hund wird dafür sorgen, dass du geruhig schlafen kannst. Ich bleibe ganz in der Nähe. Er wickelte sie in den Mantel und bettete sie zurecht. Sie lächelte ihm zu, wie ein kleines Kind, das zu Bett gebracht wird, seufzte auf und machte die Augen zu. Der Hund setzte sich neben sie, beroch sie und dann legte er sich auch hin, behielt den Kopf aber hoch. Harm hatte schon die zweite Pfeife aus, da kam Tedl zurück. Er brachte das Zeug mit, was dazu gehörte und flüsterte, der Wind küselt. Im Kruge sitzen vier Leute, die da nicht hingehören und haben das große Wort. Der Krüge hat ein Gesicht wie eine Kartulle, so haben sie ihn geschlagen und nun sind sie besoffen und schinden die Frauensleute. Kein einer traut sich an sie heran, denn sie haben damit geprahlt, dass noch mehr von ihren Leuten nachkommen tun. Wulf klopfte seine Pfeife aus. Hm, meinte er. Hm. Weiß der Wanken, Wiebert schon Bescheid und Hilmas Heine? Das ist gut, denn so wollen wir uns nicht länger aufhalten und mal sehen, was für Gäste das sind. Er nahm das Zeug und ging nach dem Buschel. Gripto wedelte ihn an, dass sein Schwanz laut auf die Erde schlug und davon wachte das Mädchen auf. Hier, sagte der Wulfbauer, bis eben warst du eine Johanna, jetzt musst du einen Hans aus dir machen. Ich gehe jetzt so lange bei zu, bis du dich umgezogen hast. Ich und Tädel, wir haben im Dorfe zu tun. Willst du lieber mit dem Hunde bei den Pferden bleiben oder willst du mit uns? Aber ich sage dir, es gibt tote Männer zu sehen. Also, willst du mit? Schön. Ein Mann muss Wehr und Waffen haben, hier ist ein Messer und da nimm die Pistole. Sie ist fertig und nun komm. Gripto, dass du mir keinen an die Pferde lässt. Der Hund ließ die Ohren hängen und sah ihnen so lange nach, bis sie um die Ecke waren. Also hör zu, Hans, sagte Harm. Es ist wie der Gesindel im Kruge, das die Leute schindet. Das können wir nicht leiden und darum wollen wir mit dem groben Besen ausfegen. Du hältst dich immer hinter mir, verstehst du? Und erst wenn der Ast an zu knastern fängt, kannst du mir die Hand hinhalten. Er sah nach dem Machangelhagen und winkte, na, da haben wir euch wohl beim Vesper aufgestört, meinte er zu den beiden jungen Leuten, die da standen und das Mädchen ansahen. Das ist ein guter Freund und nun wollen wir los. Wer Raben fangen will, darf nicht warten, bis sie Flügge sind. Sie gingen durch den Eichbusch, stiegen über eine Stege, gingen quer durch eine Dele und dann sagte Wulf, ihr beide geht nun ein jeder für sich hin und seht zu, dass ihr bei der halben Tür bleiben könnt und wenn einer aus der großen Tür Wasser gießt, so ist das das Zeichen, dass wir kommen sollen. Die Bleiknüppel habt ihr ja wohl. In einer ordentlichen Wirtschaft muss man saubere Arbeit machen. Die beiden Bauernsöhne lachten im Halse und gingen ab. Harm, Tädel und Johanna stiegen über einen Zaun, drückten sich unter den Fenstern des Kruges her und dann sagte der Bauer, so Tädel, denn so mach dein dümmstes Gesicht. Hinter einem Stapel Brennholz blieb Wulf stehen und das Mädchen stand hinter ihm. Er fühlte ihren Atem über seiner Halsbinde. Aus dem Krug kam ein rohes Lachen, dann quietschte ein Frauenzimmer. Harm fühlte, wie das Mädchen hinter ihm am ganzen Leibe flog. Er drehte den Kopf nach ihr. Hast du Bange, flüsterte er. Bange nicht, aber was anderes, sagte sie und er nickte ihr zu. In demselben Augenblicke goss die Wirtin einen Eimer Wasser aus der großen Türe. Komm, flüsterte Wulf. Pfiff erst das Brummelbärlied und ging dann lautlachend in das Haus, wo ein Kerl am Feuer saß und die jüngste Tochter ein Kind von zwölf Jahren in den Klauen hatte, in des ein anderer die Magd hin und her zog. Die beiden anderen, die schon gehörig einen Sitzen hatten, standen da und tranken. Na, das geht ja hier mächtig lustig zu, rief der Oedringer laut. Namen zusammen! Und in dem schlug er den Kerl, der vor dem Feuer saß, mit dem kurzen Bleiknüppel, den er aus dem linken Ärmel holte, über den Kopf, dass der Mensch tot auf die Brandruten fiel und kaum, dass er da lag, klappte der um, der die Magd im Arme hielt, denn der Warneggensbiebert hatte ihn gut bedient. Die beiden anderen Reiter machten dumme Gesichter, aber ehe sie recht begriffen hatten, was los war, lagen sie überkreuzt da, denn Wulf hatte den einen besorgt und Hilma seine den anderen. So, nun sind wir wieder unter uns, jetzt gebe ich einen Aus, lachte der Wulfsbauer, als das Fleht sauber war und dann fragte er das Mädchen leise, hast du nun wohl Angst vor uns gekriegt? Sie sah ihn mit blanken Augen an und schüttelte den Kopf. Na, denn wollen wir festbannen und darauf werden wir das Schlafen nötig haben, vorzüglich du, wo du dazu in der letzten Zeit nicht gekommen bist. Hast auch Platz für uns drei, Cordes Cord? Der Wirt nickte. Masse. Das heißt, Tädel kann bei unserem Knecht schlafen und ihr beide nehmt die Gästebuze. Als Harm mit dem Mädchen allein war, sagte er, so, nun leg dich hin, Hans, ausziehen brauchst du nicht viel, denn wir müssen früh los. Du kannst ruhig schlafen, ein ganzes Dorf wacht über uns. Wer wir sind, das wirst du ja nun gewahr geworden sein. An unseren Händen ist kein Blut, höchstens an unseren Bleistöcken, aber das ist auch nicht mehr viel wert. Einen Schelm muss man wie einen Schelm begrüßen und die Wespen kriegt man am besten durch kochliches Wasser aus dem Grasgarten. Johanna hatte sich kaum lang gemacht, da schlief sie schon. Der Wolfsbauer konnte anfangs gar nicht schlafen, denn er mochte sich nicht rühren und aufs Mädchen nicht aufzuwecken. Allerlei Gedanken gingen ihm durch den Kopf, aber zuletzt fielen ihm die Augen doch zu und er schlief, bis die Wirtin hereinkam und sagte, »Es ist bei fünfe und die Morgenszeit ist fertig.« Damit ging sie fort und ließ den Krüsel auf dem Schemel stehen. Harm stand leise auf und leuchtete hinter der Hand in die Butze hinein. »Schade«, dachte er, »sie schläft just so schön.« Aber da seufzte das Mädchen tief auf, hob die Hände in die Höhe, machte die Augen auf und als sie den Bauern vor sich sah, flüsterte sie, »Ach so, du bist es!« Und dabei lachte sie ihn an. »Ja, nun musst du aufstehen«, sagte er. »Bleib noch einen Augenblick liegen, ich hole dir erst eine Schüssel Suppe und Waschwasser und unterdessen besorge ich dir ein Pferd, denn wir wollen flott reiten.« Als es eben helllichter Tag war, waren sie bei einem einstelligen Hofe. »Hier bleiben wir bis Mittag«, sagte Harm. »Sag mal, Hans, Freund, du reitest ja wie ein Koppelknecht.« Johanna lachte. »Pastorenkinder lernen alles, außer fromm sein«, sagte sie, »und schießen kann ich auch nicht schlecht, aber ich verstehe mich auch auf das Kochen und Strümpfestricken.« Wulf lachte. »Das muss ich sagen, denn kannst du mehr als ich.« Und da lachte sie noch einmal und er dachte bei sich, »wenn sie noch öfters so lacht, dann wird die Geschichte sängerig für mich.« »Wo zorn«, hieß der Hof. Der Bauer sprach kaum ein Wort und die Bäuerin auch nicht vieles mehr. Sie ließen es aber an nichts fehlen. Um Uhr neune kam ein Bauernsohn an und teilte Wulf etwas unter vier Augen mit und dann sagte Harm zu Johanna, »Nun müssen wir doch bis morgen bleiben. Das Beste ist, du legst dich wieder schlafen. Ich will das auch tun. Wer schlau ist, der isst und schläft heutzutage im Voraus. Du kannst mit der Bäuerin ganz offen reden, sie weiß Bescheid. Sie hat ein Herz wie Gold, aber sie hat Schreckliches durchgemacht. Deshalb spricht sie nicht und darum hat sie auch das Lachen verlernt.« Es war bei zwölf Uhr, da wachte das Mädchen auf. Die Bäuerin stand vor ihr und sagte, »Wenn du lieber liegen bleiben willst, dann bringe ich dir das Essen in das Bett.« Johanna schüttelte den Kopf, »Nein, dann müsste ich mich erschämen. Ich will aufstehen.« Die Frau lächelte, »Willst auch lieber Mädchenzeug anziehen?« »Es ist was da, das dir passen wird. Hier im Hause sind bloß lauter Leute, die nicht mehr reden, als sie sollen. Morgen kannst du wieder als Koppelknecht gehen.« Sie legte ihr den roten Rock, das Leibchen, Strümpfe und Schuhe und alles, was dazu gehörte, hin und als sie nach einer Weile wieder in die Dünze kam und das Mädchen fix und fertig stehen sah, nickte sie ihr zu, aber mit eins nahm sie es in den Arm, küßte sie und weinte an ihrem Halse. »Ich hatte zwei Töchter, gesunde, glatte Mädchen, Zwillinge. Alle beide haben wir vor einem Jahr tot im Busch gefunden. Wenn es dir im Peer-Hobstel nicht zusagt, komm hierher, du sollst wie eine Tochter gehalten werden.« Sie wischte sich die Augen. »Ja, was hilft das Weinen?« »Und es sind mehr da, denen es so gegangen ist, dem Wolfsbohrn nicht zum wenigsten. Ich will dir das erzählen, denn einmal musste es doch gewahr werden.« Das Mädchen hörte zu und holte kaum Luft, solange die Frau sprach, aber die Tränen liefen ihr über die Backen. »Tja,« sagte der Bauer, der auch in die Dünze gekommen war, »den Wolfsbauern hattest du früher sehen sollen. Bei dem war jeden Tag Feiertag und jetzt, da ist er wie ein Grauhund, der über die Heide läuft und erst zufrieden ist, wenn er Blut lecken kann.« Nach dem Mittagsbrot, bei dem kaum ein Wort geredet wurde, half Jana der Bäuerin im Hause, dann setzten sich beide hinter das Haus auf die Bank und strickten. Die Sonne schien warm, im Rasen blühten die Osterblumen, die gelben Buttervögel flogen, die Elster suchte sich reisig für ihr Nest, im Holze schlug die Zippe und über die Wolt flogen zwei Adernadler und riefen laut. Zwei Tage blieb der Wolfsbauer mit Tädel aus, als er wiederkam, sah er müde aus, hatte dunkle Augen und enge Lippen. »Das Geschäft hat sich zerschlagen,« sagte er. »Heute bin ich zu müde und will erst ausschlafen, morgen früh wollen wir nach Perhopste.« In der Nacht zog ein Gewitter vorüber. Johanna wachte davon auf und verjagte sich, aber als sie neben sich die Bäuerin und vor der Butze Griebto fest und tief atmen hörte, schlief sie gleich wieder ein. Als sie am Morgen das Manneszeug anzog, packte die Frau die Mädchenkleider zusammen, machte ein Bündel daraus und sagte, »So, das soll deins sein, meine Tochter, und dass du es nicht vergessen tust, auf Wutzhorn ist immer eine Butze und ein Platz am Tische für dich da.« Es war ein schöner Morgen geworden. Die Moorhühner waren überall zu Gange, die Kraniche prallten, die Kiebe zu Riefen und die Himmelsziegen meckerten. Überall in den Gründen war der Post ganz rot und ab und zu stand ein Weidenbusch da, der wie eine helle Flamme aussah. Ein Rudelhirsche zog über die Heide, blieb stehen, als es drei Ritter ansichtig wurde und zog dann schneller dem Moore zu. Als sie vor Fuhrberg über die hohe Reide ritten, heulte hinter ihnen der Wolf. Der Bauer drehte sich um und sagte, »Das sind unsere Leute« und er gab den Wolfsruf zurück. Bald darauf kamen zwei Reiter aus dem Busche, es waren Fiken, Ludolf und Grönhagen, »Na, schon so früh auf, Ludolf«, begrüßte ihn Wolf, »bist du gar nicht im Bett gewesen?« Der Dollhund griente, »in meinem allerdings nicht. Schade, dass du gestern nicht dabei warst. Wir haben einen guten Zug gemacht. Na, wir kommen da ja vorbei, kannst dir selber ansehen.« Er sah nach Johanna hin, »ist ein Freund von mir, Hans geheißen«, sagte der Ödringer. »Hm«, brummte der Rammlinger und wollte grienen, »verkniff es sich aber, denn der andere lud ihn dazu nicht ein.« Er ritt mit Wolf und flüsterte ihm etwas zu. Harm ließ ihn dann vorausreiten und fragte Johanna, »Hans, kannst du es mit ansehen, wenn ein Birkenbaum faule Äpfel trägt?« »Es sind ein paar Schandkerle weniger geworden auf der Welt. Ich muss da hin. Wenn du willst, kannst du mit Tädel hier so lange warten.« Das Mädchen schüttelte den Kopf. »Ich wollte froh sein, wenn alle Birken so reich tragen wollten, dann hätten es alle Menschen, die frommen Herzens sind, besser.« Der Bauer nickte. Da, wo der Dietweg die Heerstraße schnitt, standen etliche hohe Birken beieinander. Fünf Männer und zwei Frauen hingen daran, über jedem war eine aufrecht stehende Wolfsangel in die Rinde gehauen und der älteste Mann, ein Kerl mit einem schwarzen Bart, hatte ein Brett zwischen die Hände gebunden, mit Rötel waren darauf folgende Worte geschrieben. »Wir sind unser dreimal Elfe und nennen uns die Wölfe und geben auf jedwedem Acht, der lange Finger macht.« Die Schnitter Wulf und seine Begleitung blieben bis zur Uhlenflucht auf dem Fiekenhofe in Fuhrberg und kamen erst im Dunkeln nach Per-Hobstl. Alles machte lange Augen, als es hieß, der Wulfsbauer hat sich eine Markt mitgebracht. Aber weil sie sich nicht sehen ließ und alles, was eben helfen konnte, alle Hände voll zu tun hatte, so kümmerte sich keiner weiter um sie. Mit der Zeit wurde Johanna mit den Frauensleuten bekannt. Erst mussten sie heimlich über sie lachen, weil sie das rote Haar hatte, Hochdeutsch sprach und Hände wie eine Edelfrau hatte. Als aber Wittenmutter zu liegen kam und die Magd vom Wolfshofe ihr in ihrer schweren Stunde auf das beste beistand und auch hinterher jeden Tag dafür sorgte, dass die Zwillinge zu ihrem Rechte kamen, sah man, was man an ihr hatte, zumal sie sonst wie eine Magd arbeitete. Die Kinder, die erst mit dem Finger im Munde dagestanden hatten, wenn sie ihnen mit der Hand über die Köpfe ging, gewöhnten sich an sie und bald hatte sie alle miteinander jeden Sonntag um sich, dann erzählte sie ihnen allerhand Geschichten und brachte den Mädchen Stricken, Nähen und Stopfen bei. Das hat uns hier gefehlt, Arm, sagte Uhlenvater, der das Mädchen ganz an das Herz genommen hatte. Nun haben wir einen Schulmeister, wie es besser keinen gibt, wenn er auch lange Haare hat. Mit Geschichten erzählen hat es angefangen und jetzt bringt sie ihnen auch das Lesen und Schreiben bei. Weißt du was? Krakenmutter ihr Mieken, das wäre eine Lütjemarkt für uns. Denn hat die andere mehr Zeit für die Kinder und die Kranken, denn darauf versteht sie sich wie ein gelernter Doktor. Der Wolfsbauer war sehr zufrieden. Als er ihr Gripto hielt, der sich einen Schledorn eingetreten hatte, woraus ein Geschwür geworden war und sie es aufschnitt und dem Hunde die Pfote verbunden hatte, fragte er sie, sag mal, was kannst du eigentlich nicht? Reiten kannst du, schießen kannst du, der Hausarbeit bist du gewachsen, auf das Vieh verstehst du dich auch, kannst mit kranken Leuten umgehen, bist dabei auch Schulmeister und Wehmutter und Gärtnerst, dass es eine Freude ist. Wo hast du das alles her, Mädchen? Sie steckte sich rot an und sagte, Reiten musste ich zu Hause lernen, weil ich Vater bei seinen Krankenbesuchen begleitete. Und das Schießen hat mir der alte Amtmann, Gott hab ihn selig beigebracht, denn der sagte, ein Frauenzimmer hat das noch nötiger als ein Mannsmensch, die weil es mehr zu verlieren hat als bloß das nackigte Leben. Das andere, das kommt wohl, weil Vater Doktor werden wollte, aber aus sich heraus später einen anderen Ruf bekam und weil der Lehrer, den wir hatten, besser Hosen flicken konnte, als die Kinder leeren. Und dann nahm Vater sich ihre an und ich musste ihm dabei an die Hand gehen. Und von meiner Mutter habe ich dann das andere gelernt, besonders das Umgehen mit dem Vieh und mit den Blumen, denn darauf verstand sie sich vorzüglich. Das musste wohl so gewesen sein, denn sonst hätte es um den neuen Hof nicht so glatt ausgesehen. Tedl hatte einen schönen Zaun um den Garten gemacht und da es sich gerade so passte, kam die Pforte zwischen zwei großmächtige Hülsenbüsche zu stehen, die von Johanna so zurechtgeschnitten wurden, dass sie ganz gleich aussahen, unten breit und oben spitz, und vor die kleine Tür setzte Tedl zwei spitze Machangeln. Von allen Blumen und Büschen, die in den Wüstengärten von Oedringen wuchsen, schleppte der Knecht so viel heran, als nötig war, und wenn er mit den Bauern über Land musste, sah er nach, wo schöne Blumen in den Gärten waren oder in Töpfen gezogen wurden, und davon ließ er sich Ableger geben, sodass er bald allgemein nicht mehr anders hieß als der Blumentedel. Es war aber auch eine Pracht, wie in dem Garten alles gediehlt. Zwar für die Schneeglöckchen, die Maiblumen und Osterblumen und die Kaiserkronen und Pfingstrosen und Tulpen war es in dem Jahre schon zu spät, aber die Schlüsselblumen hatten so schön geblüht und im Juni hingen alle Zaunecken voll von wilden Rosen. Am ganzen Hause kletterten die Efeuranken hoch, der Hollerbusch beim Backhause war über und über weiß und die Goldlackbüsche waren in der Sonne anzusehen wie kupferne Kannen. Wenn dann Johanna an den Büschen sich mit dem Messer zu schaffen machte und die Sonne schien ihr auf das Haar und die bloßen Arme, von denen die weißen Ärmel weit zurückgingen und der rote Rock wippte, wenn sie sich bückte, um ein Unkraut auszureißen, dann sagte der alte Uhl, ein Staatsfrauenmensch ist es und stieß Arm in die Rippen und blinkte ihm zu. Wenn ich halb so alt wäre, denn so wüsste ich, was ich zu tun hätte. Oder soll sie dir ein anderer wegschnappen? Denn dass sie dir in die Augen sticht, das habe ich alllange spitz und eine bessere Frau kriegst du sobald nicht wieder. Der Ansicht war der Bauer auch und mehr als einmal hatte er sich einen Stoß gegeben, um dahin zu kommen, wohin er wollte. Aber immer war es ihm, als wenn ein Graben zwischen ihnen war. Denn was war er? Nicht, dass er sich minder vorkam, weil sie mehr gelernt hatte, aber er traute sich nicht an sie heran und das umso weniger, je mehr er mit ihr zusammen war. Früher war er mit Leib und Seele dabei gewesen, wenn es galt, der Heide die Flöhe aus dem Pelze zu klopfen. Wenn er jetzt aber im Moore lauerte oder im Busche lag, dachte er immer an ein Gesicht, um dass das Haar so rot war, wie die Abendsonne auf den Fuhrenstämmen und an zwei runde Arme, die aus weißen Ärmeln herauskamen. Denn mit Freuden sah er, dass Johanna Fleisch und Farbe bekommen hatte, das Leibchen saß ihr prall und der rote Rock hing ihr nicht mehr so lose um die Lenden. Am Johannestage war Uhlenvater mit Tädeln nach Obershagen gefahren, wo sein Vetter einen Hof hatte. Harm und Johanna waren allein, denn Mieken war auf einige Tage zu Hause, weil Krakenmutter nicht ganz munter war. Es war den ganzen Tag glühheiß gewesen und gegen Abend kühlte es sich keineswegs ab, sodass der Bauer, der mit Johanna im Garten auf der Bank saß, meinte, wir werden wohl ein Wetter kriegen, denn über dem Halloberge standen dicke Wettertürme. Als Wetter leuchtete dann auch immer mehr und Wulf sah, dass jedes Mal, wenn die Wolke auseinander riss, das Mädchen mit der Hand nach dem Mieder fasste. Hast du Bange? fragte er. Sie schüttelte den Kopf. Nein, es steckt mir bloß so in den Gliedern. Ich bin ganz alle. Sie sah auch blasser aus als sonst und hatte wieder einen Blick in den Augen, wie damals, als Krepto sie aufgespürt hatte. Harm kam es in den Sinn, wie er sie damals in den Armen gehalten und wie ein Kind gefüttert hatte und wie er nachher, als sie vor ihm auf dem Schecken saß, ihr Haar so gerochen hatte, dass ihm ganz sonderbar wurde. Er sah ihre Hände an, die auf ihrer Schürze lagen. Sie waren braun geworden und die Arme gleichfalls, aber fein und vornehm waren sie deshalb doch geblieben, ob zwar sie von keiner Arbeit zurückgingen. Sie ist und bleibt ein feines Fräulein, dachte er und seufzte so tief auf, dass sie ihn anlachte. Das hört sich ja ganz gefährlich an, meinte sie. Hast du was auf dem Herzen, was dich drückt? Wie sie ihn so lustig von der Seite ansah, dachte er, jetzt oder nie. Aber es blieb beim Denken, denn er wusste nicht, geht das wohl, dass du sie einfach um den Leib fassen tust oder ist es wohl anständiger, dass du ihr sagst, wie dir zumute ist? Da kam ein Kind angelaufen, das sich einen Splitter eingerissen hatte und nun hatte er es wieder verpasst. Er aß abends wenig, wusste meist nicht, wo er mit seinen Augen bleiben sollte, kam sich überhaupt ganz unglücklich in seiner Haut vor und war froh, als es Zeit zum Schlafen war, denn das Wetter war zurückgegangen. Er konnte lange Zeit nicht einschlafen, er ärgerte sich über sich selber, wusste aber keinen Weg, der ihn zum Busche herausbrachte. Zudem hatte er Angst, er könnte es mit dem Mädchen verderben und so lief er mit seinen Gedanken immer in die Runde. Zuletzt musste er doch wohl eingeschlafen sein, denn mit einem Male sah er einen blauen Schein und hört einen harten Schlag. Das Wetter war wieder zurückgekommen. Die Pferde schlugen gegen die Wand, die Kühe rissen an den Ketten. Er stand auf, hing sich den Mantel um und ging auf die Diele. Da lief er Johanna in die Möte, die ebenfalls im Mantel aus der Dönse kam. Der Blitz zeigte ihm, dass sie kreideweiß war. Ist dir schlecht? fragte er. Sie schüttelte den Kopf. Es ist bloß das Wetter, im Bett war es mir zu stickig. Aber als der nächste Blitz und hinterher ein gewaltiger Donnerschlag da war, schrie sie auf, fasste sich nach der Brust und fiel gegen die Wand. Er sprang schnell zu, fasste sie um und führte sie in die große Dönse, ließ sie sich auf die Ofenbank setzen und rückte an sie heran. Blitz und Donner kamen Schlag auf Schlag. Das Mädchen wollte sich zusammennehmen, aber ihr Mund behielt den Schrei nicht und dann nahm er sie in die Arme, legte ihren Kopf an seine Brust und deckte ihr seinen Mantelkragen über das Gesicht. So hielt er sie, ihr ab und zu, wenn es wieder blitzte und krachte die Schulter klopfend und ihr zuredend wie einem jungen Pferde, das vor einem Machangel scheuen will. Sie lag ganz still und zitterte keinmal mehr und bloß, wenn das Wetter es gar zu gut meinte, fühlte er, dass ihre Hände flogen. Nach einer kleinen halben Stunde hörte das Blitzen und Donnern auf. Es goss wie mit Mollen und es wurde kühl in der Dönse. Er nahm ihr den Mantel von dem Gesicht und da merkte er, wie sie ihn fest in den Arm nahm und er fühlte, dass zwischen ihnen kein Wall, kein Graben mehr war und dass sie zusammengehörten in Freude und Leid und er nahm sich, was ihm zukam. Das war eine schlimme Nacht, rief Uhlenvater, als er am anderen Mittag in die große Dönse trat. Er war das letzte Ende zu Fuß gegangen, denn Tedl wollte noch etwas Tannenhecke zum Streuen holen und weil der Alte einen leisen Schritt hatte, so konnte Johanna nicht so schnell von Harms Schoß herunter, wie sie wohl wollte. So stand sie da, hatte die Augen auf dem Estrich und Backen wie Pfingstrose so rot, strich an ihrer Schürze herum und platzte schließlich heraus, bloß anfangs. Dann schlug sie aber die Hände vor das Gesicht und lachte und auch Harm lachte und Uhl erst recht, denn er merkte bald, wo es eingeschlagen hatte. Er sah von einen zum anderen und schließlich sagte er, Na, denn so wünsche ich euch alles Gute, meine Kinder, denn das seid ihr mir beide geworden. Aber dann schlug er auf den Tisch, Das ist mir ja ein dröges Löfft, nicht einmal ein Glas Wein und ein Stück Kuchen kriegt man vorgesetzt. I, das ist doch sonst keine Weise hierzulande. Die junge Frau lief, was sie konnte und bald stand eine irrende Flasche mit Wein auf dem Tisch, über den sie ein reines Tuch gelegt hatte und ein bunter Teller mit Kuchen und ein noch bunterer Krug mit einem noch viel bunteren Blumenstrauß und drei hohe Gläser von der feinsten Art, aus denen die spanischen Offiziere von den Kaiserlichen eigentlich trinken wollten, kamen auf den Tisch und der Wein, der auch für andere Leute bestimmt gewesen war, schmeckte denen, die ihn tranken, darum doch nicht schlechter, wenn auch Johanna bloß ein halbes Glas trank und dann schon sagte, dass die Dönse mit ihr in die Runde ginge. Harm, sagte der Alte, als Johanna aufwusch, eins will ich dir aber sagen, der erste Pastor, den ich auftreiben muss, her und die Sache richtig machen. Es sind jetzt wilde Zeiten und der Teufel kann sein Spiel haben. Deine Frau steht ganz allein da. Gibt es ein Unglück, dann kann sie am weißen Stocke über Land gehen, denn es wird manche da sein, die ihr den Platz nicht gönnt und allerhand anhängen wird. Es sind jetzt die Zeiten nicht, dass wir eine regelrechte Hochzeit abhalten, denn der Himmel bezieht sich immer mehr. Der Tilli, der papistische Hund, jagt die Dänemarkchen hin und her und die Pestilenz ist auch wieder da. Lasst euch einsegnen und damit Holla. Die Hauptsache ist die, dass du dich des Nachts nun nicht mehr so zu graulen brauchst. So wurde es dann auch gemacht und es war auch gut, dass der Bauer sich mit der Trauung beeilt hatte, denn so konnte er mit mehr Ruhe an Per Hobsel zurückdenken, wenn er wieder den Wolf auf der Heide spielen musste. Das war jetzt nicht ganz selten der Fall. Tilli und die Dänen zogen sich um die festen Plätze wie die Hunde um den Knochen und wo man hinhörte, gab es Not und Tod und Menschenschinderei. Wo die Kriegsvölker geerntet hatten, da zogen die marode Brüder mit der Hundemharke hinterher und man vernahm alle Tage grässliche Geschichten von totgequälten und hingemetzelten Frauen, denn das, was den Unmenschen in die Hände fiel, ob ein sicher Greis oder ein Brustkind, es musste des Todes sein. Die Wehrwölfe hatten darum alle Hände voll zu tun. Es waren jetzt ihrer hundert und elf Nachboten geworden, wozu noch an die zweihundert Tagboten kamen. So ging die Arbeit flott vonstatten und manche Bäume an den Straßen trugen Früchte, die selbst der happigste Junge liebend gern hängen ließ. Dabei sahen sich aber die Wehrwölfe ihre Leute genau an und behandelten jeder Mann, wie es seine Stellung mit sich brachte. Was eine Feldbinde am Arm hatte, bekam die Kugel und kam unter die Erde. Das andere Pack aber wurde mit der Wiede geehrt und die Krähen und Wölfe mussten das Weitere besorgen. Es war ein grauer Märzentag, da hatte der Wolfsbauer auf dem Amte zu tun. Irgendeine Spürnase hatte es herausgebracht, dass die Ödringer jetzt per Hobstler heißen und noch nicht so verhungert waren, als dass man ihnen nicht die Schatzung zumuten könnte. Das stand ihnen aber gar nicht an und Harmwulf als Vorsteher wollte ihnen das vom Halse schaffen. Als er den Herren vom Amte sagte, solange ihr uns nicht schützt, wird von uns nicht geschatzt, wurde er ein ausverschämter Kerl geheißen, aber er hielt die Nase hoch und sagte, ich will doch mal sehen, ob unser Herr Herzog Christian nicht eine andere Meinung von der Sache hat. Ansonsten stecken wir lieber unsere Häuser an und leben vom Betteln und Stehlen, bis man uns ein Amt gibt, damit wir auch Leute schinden können, die sich im Bruch und Busch bergen müssen. Als er aus der Türe ging, stand Tedl da. Er war ganz weiß um die Nase, hatte Augen wie ein Buschkater im Dunkeln und sagte, der Säugling und das Heilige Kreuz sitzen halb besoffen im Kruge und Wieken-Ludolf macht sie noch besoffener. Der Bauer riss die Augen auf. Wahr und gewiss! Der Knecht nickte. Ich stand hinter dem rotbärtigen Hund und hatte schon die Hand an der Metz, aber da dachte ich noch zum Glück daran, dass das nicht in deinem Sinne ist. Heute kommen sie uns nicht mehr aus dem Sackbauer, wie seinerzeit in Algen. Ich bin schon in Hesel gewesen und in Schillers Lage und von da an ist alle gerechten Leute Meldung gemacht, denn so sollen sie diesmal wohl daran glauben müssen. Indem Wolf mit Tedl nach dem Kugel ging, bedünkte es ihn, als wenn ihm gar nicht so froh zu sinnen war, wie es eigentlich sein musste. Er dachte mehr an Peer Hobstl und an seine Frau als an die Galgenklöppel, aber darum ging er zuerst doch schnell, bis er sich selber zurief und so langweilig die Straße hinaufging, als hätte er so viel Zeit wie ein Knecht, der den Stall ausmisten soll. Er fragte auch noch die Krügerin, die vor der Türe stand, nach ihren Kindern, aber mit eins konnte er nicht mehr zuhören, denn er hatte eine Stimme gehört, eine Mannsstimme, aber so hell, als ob ein Hengstfohlen loslegt, eine Stimme, die er noch keinmal gehört hatte und die er doch kannte. Denn wenn er allein im Busche lauerte oder über die Heide ritt, hatte er sie oft so oft vernommen, er dachte an den Nachmittag auf dem Hingstberge und daran, wie er mit Hennig und Klaus durch das Torfmoos geritten war und Brandluft in die Nase bekommen hatte und an all das andere. Seine Rose stand vor ihm, Hermke an der Schürze und auf dem Arme die kleine Maria und er biss die Zähne aufeinander, dass es krachte, sodass die Krügerin sich ordentlich verjagte. Aber dann ging er in die Bauernstube, ohne hinzusehen, wer da saß, stellte sich an die Tonbank und ließ sich Bier einschenken, hörte, was der Krüger ihm vorschnackte mit einem Ohr an, stellte dann seinen Krug auf den Tisch, der neben der Türe stand, holte sein Brot und seinen Speck aus der Tasche, zog sein Messer und aß so langsam und bedachtsam wie alle Zeit, bis Ficken-Ludolf aufsah, seine rechte Hand auf den Tisch legte, erst den Daumen, dann den Zeigefinger und dann den Mittelfinger aus der Faust aufspringen ließ, gleich als wollte er die Zeche nachrechnen und dann das Heilige Kreuz anschrie, »Noch so ein Stück, du altes Saufloch, dann gebe ich noch einen aus, denn lachen tue ich vor meinem Leben gern.« Der Peer-Hobstler sah sich jetzt die Leute genauer an und ihm war auf einen Augenblick, als wenn sie die Hälse schon lang und die Zunge vor dem Munde hatten, denn bei ihnen saß noch Wulff, genannt Schütte aus Wennebustel, Harms Halbbruder, der da in einem Hof geheiratet hatte, Münstermanns Detmer und Grönhagen-Krischern, am Ofen stand Duven-Hinrich und Flebben-Dietrich und Aschenkot spielte mit der Katze, die unter der Bank saß und nach seinen Fingern hakte. Und da saßen die beiden Unholde, hielten die Augen mit Mühe offen und freuten sich wie die Schneekönige, wenn ihre Zotenreden und Gräuelsgeschichten die Männer zum Lachen brachten. »Bist du all schon in Schillerslage gewesen, Säugling?« fragte Fiken-Ludolf. »Da ist eine lustige Wirtschaft. Der Wirt hat dir da ein Mädchen, da werden die alten Kerle noch nach verrückt, sage ich dir. Aber das Mädchen ist als wie eine Nessel. Ich möchte den sehen, der der den Kranz abnimmt. Unter uns ist keiner, der das kann.« Harm lachte im Halse, denn erstens hatte der Wirt bloß eine alte Magd und das war ein liederliches Stück und die sah noch dazu aus wie eine tote Katze, die acht Tage im Regen gelegen hat. Der Säugling aber schlug sich auf die klapprige Brust. »Wenn einer, dann bin ich das, denn ich habe ein ausverschämtes Glück bei die Menschen.« Sein Lumpenbruder stimmte ihm bei. »Ja, das hat er. Alles, was recht ist. Das ist ein Aas auf der Fiedel, das heißt«, fuhr er fort und sah dabei halb frech, halb mange aus. »Wenn es nicht anders geht, dann macht er nicht viel Faxen und dreht ihnen den Schluck ab.« Der Säugling, der gerade einen großen Kruch Honigbier durch seinen langen Hals hatte rutschen lassen, lachte wie ein Kuckuck in. »Verdammt, das tue ich! Wozu sind denn die Menschen da? Und überhaupt und so! Was ein Forscherkerl ist, der Kurasche hat, der wird nicht erst acht Tage herumpiepen wie ein Lüning. So ein bisschen zureden, das hilft schon«, sagte er und klappte seine Hand auf und zu, wie ein Stoß habe ich die Krallen. Unter der Tür stand Tedel und sah ihm in den Nacken. Dem Wulfbauern lief es kalt über den Rücken, als er den Blick sah, den sein Knecht nach dem Halunken hinschmiss. Ihm war, als prallte da kein lebendiger Mann mehr, sondern ein toter Leichnam. Und nun fing der Kerl auch noch an zu singen und lachte dabei, als er quiekte, »O Galgen, o hohes Haus! Du siehst so gräsig aus, so gräsig aus! Ich seh dich gar nicht an, denn ich weiß, ich komme dran, ich komme dran!« Der Bauer ging in den Hof, denn Fiegel-Ludolf hatte mit der Zunge geklappt. »Bald ist der Haber reif zum Schneiden«, sagte der Rammlinger. »Er lässt den Kopf schon hängen.« Er sah nach dem Himmel. »Es klärt sich noch. Noch eine Lage mäht und sie laufen hinter uns her, wie die Hennen unter dem Hahn.« Er klopfte seine Pfeife aus. »Morgen früh um sieben sind wir auf der Heide ober dem zweiten Dorfe.« Er stopfte die Pfeife und ließ sich vom Harm einen Krümel Feuer geben. »Schweres Stimmarbeit, solche Sauflöcher, um den Verstand zu bringen, kann ich dir sagen.« Der Wolfsbauer machte seine Zeche glatt und ging gegenüber zum Juden, wo er so lange auf eine Brustnadel handelte, bis Flemmendietrich und der Wennebostler Wulf und Duvenhinrich fortritten, und dann ritten Fiken, Ludolf und Aschenkurt fort und hatten die beiden Männer zwischen sich, die nicht merkten, dass hinter einem jeden von ihnen sein leidhaftiger Tod aufgesessen war, denn sie juchten und blökten das Lied vom Butzemann, der im Deutschen Reiche umgeht. Als sie schon um die Ecke waren, hörte der Prähobstler sie karjölen, »Der Kaiser schlägt die Trümmel mit denen in den Füßen« und dass die Kinder ihnen nachschrieen, »Dune dir! Dune dir!« Da brach er den Handel ab, bezahlte, was der Jude angeschlagen hatte, wofür dieser einmal über das andere Mal den Rücken krumm machte und da kam der Knecht auch schon mit dem Schecken aus der Einfahrt. Der Bauer stieg steif in den Sattel und ritt, als wenn er zum ersten Mal einen Pferderücken zwischen den Beinen hatte, aber so, wie er das Torgeld los war, setzte er sich in Trab und war bald hinter den Reitern. Im Schillerslägerkruge verhielt man sich ganz ruhig, aber als er auf seiner Strohschütte lag, konnte er nicht viel schlafen, denn er hatte alle seine Gedanken da, wo seine Frau war. So war er dann schon bei Fünfe in den Stiefeln. Tedl saß vor der Türe des Stalles, in dem die beiden Halsabschneider schliefen. Er grief lachte. »Der eine ist schon eine Weile munter und vernüchtert hat er sich auch. Und wenn er nicht einen alten Scheuerlappen im Maule hätte, würde er eine schöne Schande machen, die, weil ich ihm die Ärmel vor den Händen zugebunden habe. Und vom Estrich kann er auch nicht, weil da ein Ring auf der Kellerklappe ist und da ist ein Strick an und den hat er um den Leib. Er spuckte seinen Prim aus. Der andere hat gestern noch so viel Honigbier gesoffen, dass er überhaupt von nichts weiß und ich glaube, vor heute Abend ist er nicht so weit, dass wir uns mit ihm befassen können. Der Wulffsbauer ließ sich Suppe und Brot geben, rauchte zwei Pfeifen aus und schickte dabei sechse Tädel voran. Um halb sieben kamen etliche Bauern angeritten, klappten mit dem Peitschen, bis der Wirt herauskam, taten so, als säen sie den Persthubsler nicht, tranken ihr Warmbier im Sattel und ritten weiter. Dann knarrte ein Wagen, der Knecht knallte dreimal hintereinander und viermal in Abständen und pfiff, »Zieh, Schimmel, zieh! Im Dreck bis an die Knie!« Aus dem Hause rief Fiekenludolf, »Jochen, kannst du mich ein Ende mitnehmen? Ich habe kleine Füße von eurem Bier gekriegt.« Da stand der Harm auf, »Mir geht es nicht anders. Nimm mich auch mit. Auf eine Handvoll Tabak soll es mir nicht ankommen.« Er setzte sich auf das Schütt und sah vor sich hin in das Wagenstroh, das ab und zu hin und her flog und aus dem mitunter ein Ton kam, als wenn ein Schwein darunter lag. Noch saß der Nebel in der Heide. »Das wird ein schöner Tag,« sagte der Knecht. »Die Wettmarer Musiker blasen,« denn man hörte die Kraniche vom Moore her lauthals prahlen. Eine Anbauerfrau sah den Wagen kommen, nickte und sagte, »Na, denn sieh mal zu, Jochen, dass du deine Schweine gut los wirst.« Ein Raug rief aus dem Nebel. Das Wagenstroh ging hin und her. »Hast du den schwarzen Bruder gehört?« fragte der Rammlinger den Knecht. »Die Raben kriegen es heute gut.« Aus dem Stroh kam ein Grunzen. Ein Reiter trabte vorbei, noch einer und hinterher ein dritter. »Nach dem Schweinemarkt«, riefen sie dem Knechte zu. Der nickte und griente. Alle hundert und elf Wehrwölfe und meist ebenso viele Boten standen um den Heidberg. Als der Wagen angefahren kam, ging ein Gemurmelrei um. Der Nebel teilte sich und fing zu tanzen an, und da wurden zwei Fuhrbäume sichtbar, denen die Kronen abgehauen waren und die oben ein Querholz hatten, das sie zusammenhielt. Darin hing links ein toter Hund und rechts ein verrecktes Schwein, und dazwischen waren zwei Stricke, die bis auf den Erdboden reichten. Um die Bäume war ein Kranz von Steinen gemacht, der vorne offen war, und in jenem Stamm war die Wolfsangel aufrecht eingehauen, sodass sie offenbar zu sehen war. Der Knecht nickte den Männern zu und schrie »Brrrr«, band die Zügel an, stieg ab, spuckte aus, ging langsam hinter den Wagen, zog das Schütt fort, winkte zwei Männer zu, und dann zog er einen Sack unter dem Stroh weg, der sich bewegte, und die Männer halfen ihm, ihn auf den Boden zu legen, und bei dem anderen auch. Der Wolfsbauer und Fieken Ludolf waren abgestiegen und dahin gegangen, wo meine Drehfüß stand. Er hatte zwei abgeschälte Weidenstöcke in der Hand. Er winkte, und es war so still, wie in einer leeren Kirche. Alle zweihundert Männer sahen dorthin, wo die Knechte die Säcke aufbanden, die beiden Männer herauszogen und ihnen die Fußkoppeln abbanden, sie auf die Beine stellten und bis vor den Oberobmann brachten, nachdem sie ihn die Lappen aus dem Munde genommen hatten. Kein einer ließ einen laut hören, sogar Nihustele nicht, der mit dem Wolfsbauer voranstand und ein Gesicht machte wie ein Untier. Vierhundert Augen sahen kalt auf die beiden Erzhalunken, die dastanden und vor Todesangst und Katzenjammer wie Espen laut beberten, aber keinen Ton herausbrachten. Der Oberobmann sah ihnen in die Gesichter und fing an. Als Obmann der Wehrwölfe habe ich euch entboten zu einem offenen und gerechten Ding auf hoher Heide und gemeinem Lande, weil wir das Recht sprechen wollen, ob diese beiden Männer. Wer hat wieder sie etwas vorzubringen? Der Wolfsbauer stellte sich vorne hin. Ich verklage sie auf den Feuertod meiner Ehefrau Rose, gebürtigen Uml aus Ödringen und derer und meiner unmündigen Kinder Hermke und Maria Wulf und wegen Brandstiftung Raub und Dietstahl an totem und lebendigem Gut. Er ging zurück und Tedl stellte sich an seinen Platz und rief, Ich verklage sie auf den Feuertod meiner Schwester Alheid Niehus aus Ödringen, eines Waisenkindes, noch nicht 15 Meilen alt. Er ging zurück und machte Ficken-Ludolf Platz und der schrie, Ich verklage sie im Namen von ehrbaren Jungfrauen, Wittfrauen, Schwangeren und Wöchnerinnen, unschuldigen Mädchen und unmündigen Kindern, Kranken und Schwachen, an denen sie sich vergriffen haben. Ich schreie Hallo über sie und abermals Hallo und zum dritten Mal Hallo und Hallo und Hallo und Hallo und will es mit sieben Eiden beschwören, dass sie siebenmal und siebzig den Tod verdient haben, nach dem, was sie mir gestern mit ihren eigenen Mäulern im Kruge zu Burgdorf in ihrer dummen Besoffenheit verzählt haben. Der Obmann sah sich um. Ist einer da, der noch etwas vorzubringen hat gegen diese Männer oder der für sie ein Wort einlegen will? Hier darf ein jeder frei reden, ohne dass es ihm nachgetragen wird. Es wurde ganz still in der Runde. Die Sonne kam heraus und beschien die 200 Gesichter der Männer. Sie waren alle wie aus Stein. Eine Krähe flog vorbei und quarte und in den Krausenfuhren lockten lustig die Meisen. Die dreimal elf Unterobmänner sonderten sich ab und murmelten durcheinander. Dann ging einer von ihnen zu dem Oberobmann hin und sagte ihm etwas. Denn so haben wir befunden, sprach der Richter, dass sie beide um ihre Hälse eine Wiede haben sollen und aufgehängt werden sollen, sieben Schuh höher, denn ein gemeiner Schandkerl und zwischen den Äsern von einem verreckten Köter und einer gefallenen Sau bis sie tot sind und es soll sich keiner getrauen und sie abnehmen und bestatten, wenn es ihnen nicht gelüstet, an ihre Stelle zu kommen. Er brach den einen Stock und warf ihn hinter sich und den anderen und gab die Wieden hin und da fiel der Säugling auf die Knie und schrie, Erbarmen! Denn weiter kam er nicht, weil er die Wiede schon über dem Adamsapfel hatte und das Heilige Kreuz hatte knapp gewimmert, noch einen Augenblick, mir ist so schlecht. Da stand er schon mit der weinenden Krause um die Strosse zwischen den dreimal Elfmännern unter der Feldglocke. Ehe die Krähe dreimal geschrien hatte, schwenkte der Wind sie hin und her und dazu das Brett, das ihnen zwischen die Hände gebunden war und auf dem zu lesen war, »Wir sind die Wölfe einhundert und Elfe. Dies sind zwei Hunde und zwei Schweine, sie sind ganz ober eine.« Der Steinkreis wurde geschlossen, die Männer gingen weg. Der Wolfsbauer hatte das Kinn auf der Brust. Tedl sah noch einmal zurück und Fiken-Ludolf sagte, indem er nach dem Galgen hinwies, »Kick, Tedl, deine Hochzeitsglocken läuten!« Aber Tedl antwortete nicht und ging hinter Wolf her. Als sie beide durch die Fuhren ritten, sagte der Bauer, »So, und nun wollen wir da nicht mehr dran denken, Tedl. Wann her willst du freien? Am liebsten wohl gleich heute. Na, von mir aus kann es losgehen. Bringe man alles in die Reihe. Oder hast du das all?« Er sah sich um und lachte, denn der Knecht hatte die Sonne im Nacken und deswegen waren seine Ohren so rot anzusehen, wie an dem Morgen in der Jevenserheide als Kripto das Mädchen fand. »Und jetzt Galopp, Bunczek!« rief Harm seinem Pferde zu und sie flitzten dahin, dass die Plaggen nur so flogen und die Tüten hinter ihnen herschimpften. Der Bauer dachte an seine Johanna und der Knecht an seine Hille und eine Stunde später standen die Pferde vor den Krippen. Am anderen Tage hatte der Bauer blanke Augen und sein Knecht erst recht. Sie fuhren nach der Wüste, denn sie wollten da junge Obstbäume und was da noch zu gebrauchen war für den Garten ausgraben. Als Wolf sich über Mittag hinter einem Busche die Augen wärmte, stöberte Tedl in dem Schutt herum. Er fand allerlei Geschirr, das noch gut zu brauchen war, das gleichen Äxte und anderes Gerät, und als er die schwarzen Balken vorzog, auf denen schon allerlei Moos wuchs, schlug er mit der Hake auf Eisen. Er hatte den Kesselhaken des Wolfshofes gefunden, ein Prachtstück, wie es weit und breit kein zweites gab, auf dem oben am Kopf für die Wolfsangel die Hausmarke der Wolfsbauern eingehauen war, darunter aber stand zu lesen A.O. I.L. Do. Das ist mehr wert, als wenn du hundert Taler in Gold gefunden hast, Tedl, sagte der Bauer, und dafür will ich dir ein Haus hinstellen mit allem, was dazu gehört. Denn ich will dir etwas sagen. Knecht bist du jetzt lange genug bei mir gewesen. Wenn du mir in der Folge, in der Hillenzeit, mit deiner Frau helfen willst, gegen den üblichen Lungen, so bin ich das sehr zufrieden. Ich habe mir das aber nämlich lange überdacht. Gerade so, wie ich nicht der Lehnsmann des Edelherrn sein will, sollst du auch nicht mein Hausmann sein. Du bist mir mehr als ein treuer Knecht gewesen diese schlimmen Jahre über, und es ist nicht mehr als recht, dass du jetzt dein eigener Herr wirst, vorausgesetzt, dass du vor deiner Hille die Hosen zu wahren weißt. Tedl brummte etwas vor sich hin, als wenn ihm der Bauer das Bett vor den Hof gestellt hätte, aber als er ausgespannt hatte, konnte er gar nicht schnell genug nach seinem Mädchen kommen, und als er zurückkam, da flötete er wie unklug. Dann setzte er sich hin und scheuerte mit Wasser und Asche den alten Kesselhaken ab und hatte nicht eher Ruhe, als bis er da hing, wo er hingehörte. Dann aber griff er die Arbeit an, wie der Fuchs den Hasen, und ob zwar der Bauer nicht wusste, wo der Knecht die Zeit zum Essen und Schlafen hernahm, so wurde Tedl mit jeder Woche Runder im Gesicht und der Barz wuchs ihm zusehends. Seine Hille ging aber auch nicht schlecht auseinander, sodass der Bauer sagte, Mädchen, wenn du so beibleibst, denn so brauchst du das doppelte Zeug für den Rock und wirst deinem Tedl eine teure Frau. Hille aber lachte und grub darauf los, als wenn der Boden die reine Butter war. Wie ihr und Tedl, so ging es aber meist allen Leuten auf den Perhopsberge. Sogar die Kinder halfen beim Roden und umgraben und was früher für eine Schandnot angesehen war, wenn nämlich ein Frauensmensch sich in den Fluge spannte, jetzt galt das als ein Vergnügen. Es gab keine Bauern und keine Knechte und keine Bäuerinnen und keine Mägde in Perhopskel. Es war eine Gemeinde fleißiger Leute, von denen jeder für sich und alle für das Gesamt schanzten, sodass es auf den Dörfern um das Bruch hieß, einig wie die Perhopsler. Ödland war genug da. Holz und Weide wuchs allen zu und wem es an Saatkorn mangelte oder an Geräten, dem wurde ausgeholfen, ehe er darum gebeten hatte. Der neue Boden trug nicht so schlecht, als man gedacht hatte, zumal der Sand, denn eine Mergelbank, stand nicht allzu weit an, der Schmorboden in der Ellaride war fett wie eine Hochzeitssuppe und wo das Moor gebrannt und mit Sand gemengt wurde, lohnte sich die Mühe schon. Wenn es auch an Unkraut nicht gebrach, es stand doch alles besser, als man gehofft hatte und als die Hauptarbeit getan war, sagte der Wolfsbauer zu den 33, und jetzt wollen wir unserem Bruder Tedl sein Unterkrieg bauen, denn ich glaube, es wird Zeit. Die Weih viele Hände mithelfen, stand das Haus bald da und Tedl wusste nicht, was er sagen sollte, als Bettzeug und Geschirr und was sonst noch dazu gehörte, wenn der Mensch zu Selbstzweienhausen geht, ganz von selber ankam, denn die Hundertelfe machten sich ein Vergnügen, daraus ihm zu helfen, wo sie konnten, ohne dass sie hinterher ankamen und ihr Teil wieder abasen. Es war überhaupt kaum einer von den geschworenen Wehrwölfen bei der Hochzeit. Am Abend vorher war nämlich wieder einmal der bunte Stock von Dorf zu Dorf gegangen, und zwar mit einem roten Bande darum, und so mussten sämtliche hundert Elfe und alle Tage und Nachtboten am Platze sein, weil zwei Haufen von marode Brüdern bestätigt waren. Der eine davon verschwand im Meizerbusche und die Raben und Füchse wussten allein die Stelle anzugeben, wo das Gesindel unter den Tannen lag. Der andere aber kam bei Tünse unter die Räder und es blieb nichts davon übrig als der Anführer und der hing da, wo der Dietwig sich zwillte, so lange an einer Birke, bis es ihm da zu langweilig wurde. Drei Tage darauf machte Ficken Ludolf einen Hauptstreich. Er gab mit zweien von den 33 einigen Pappenheimern, die auf den Dörfern Pferde und Kriegspreise gekauft hatten, das Ehrengeleit. Im Burgwedeler Holze machten die Reiter Halt, tränkten die Pferde und dann sich selber, aber nicht mit Wasser und so lange, bis sie die Heide für ein Federbett ansahen. Da schlich sich Ficken Ludolf hin, dümmte die Wache, bis sie an kein Luftholen mehr dachte und schnitt schnell allen Pferden die Fußfesseln durch. Mittlerweile war Kunrad, sein Knecht, nach dem Dorfe geritten und hatte sich eine rossige Stute und ein Dutzend Leute geholt, die gerade weiter nichts zu tun hatten. Dann ritt Ficken Ludolf mit der Stute über dem Winde an dem Lagerplatz vorbei und zockelte die ganzen Pferde hinter sich her und die jungen Leute aus Burgwedel sorgten dafür, dass die Reiter sich keine Blasen liefen. So behielt mancher Bauer sein Pferd im Stall und brauchte nicht mit der letzten Kuh zu pflügen. Denn die Not war stellenweise schon groß. Dänen und Kaiserliche zogen über die Heide und wo sie gewesen waren, wurden die Suppen länger. Am besten hatten es noch die Leute auf dem Peerhubsberge, denn zu ihnen fand das Kriegsvolk nicht hin und das übrige Ungeziefer ließ sich im Bruche nicht blicken. So konnten die Bruchbauern ihren Hafer in Ruhe bergen und brauchten sich nicht immer dabei umzusehen. Es fehlte die Erntekrone nicht und auch das Erntefeuer war da und es schlug Hellwege auf, als nach Altem Brauch die Opfergarbe hineingeworfen wurde. Dann zogen die Knechte und Mädchen ab, Mertens Hinrich schwenkte eine lange Fuhrenstange, die ganz bunt abgeschält war und daran war oben der Kopf von einem Hahn und darum die Ehrenhalme aus der letzten Feldecke und bunte Bänder, die der Wind bewegte und lustig war es anzuhören, als das junge Volk sang Wode, 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 wie halt Dienen Päre Fode in diesem Jahr Düssel und Dorn, Anaya, Beta-Korn. Die Kirchenleute Besseres Korn gab es im nächsten Jahr wohl, aber auch reichlich Disteln und Dornen, denn der Krieg wollte und wollte nicht aufhören. Tilly und die Dänen zogen sich immer noch hin und her und wo sie sich krabbelten, war alles zertreten. Herzog Christian, der nicht wusste, auf welche Seite er sich schlagen sollte, musste es mit ansehen, wie das Land verwüstet und die Leute ausgeraubt wurden, aber alle Einnahmen konnte er auch nicht schießen lassen und so kam auf dem Landtage wieder eine dreifache Schatzung heraus. Als der Per-Hobsler-Vorsteher davon Meldung bekam, sattelte er den Schecken und ritt mit Tädel nach Zelle. Ihm wurde schlecht zumute auf dem Wege. Man merkte es, dass überall der Hunger an dem Herdfeuer saß und dass die Pest in die Fenster sah. Unter den Mauern von Zelle waren erbärmliche Hütten und Schuppen aufgebaut, darin fristeten die Bauern aus den ausgeraubten Dörfern ihr Leben durch Betteln und Stehlen und auch durch Raub und Mord. Als die beiden Per-Hobstler, zu denen unterwegs noch sechs von den 33 gestoßen waren, damit der Unterobmann sicherer reisen konnte, vor dem Kruger einen Schnaps tranken, sahen sie eine Frau, die auf dem Anger ihr Kind begraben hatte und dabei ein ganz zufriedenes Gesicht machte. Als Wulf sich darüber verwunderte, meinte sie, Ja, so wie es heutigen Tages zugeht, muss man weinen, wenn eins kommt, und Gott loben, wenn es wieder geht. Just kam ein Kerl aus dem Kruge, ging auf die Frau zu, fasste sie um, ob zwar die Frau nicht danach aussah, als ob sie einem Manne gefallen konnte, denn sie hatte kaum ein Lot Fleisch im Gesicht. Sie wehrte sich, aber der Kerl lachte und wollte sie vor sich herstoßen. Da ritt der Wulfsbauer hin, langte den Mann am Hosenbund hoch und setzte ihn so unsacht in einen Schlebusch, dass der Lümmel für das erste darin blieb. Das war mannhaft getan, rief sie hinter dem Bauern, und aus einem herrschaftlichen Wagen nickte ihm eine Edeldame zu, als er sich umdrehte. Wie heißt er? fragte sie, und als er seinen Namen offenbarte, sagte sie, wenn er einmal eine Hilfe nötig hat, die Gräfin Trutter von Meereshoffen kann ihm vielleicht die Tür aufmachen lassen. Der Bauer zog den Hut, dann bin ich so frei, gnädigste Gräfin, auf dem Fleck darum zu bitten. Ich habe den großen Wunsch, unserem allergnädigsten Landesherrn ein Gemeindeanlegen vorzutragen, und ohne Fürsprache ist es wohl ein schweres Ding, für einen einfachen Bauernsmann, als wie ich bin, an ihn heranzukommen. Die Gräfin lachte, melde er sich nur um elf Uhr, er kommt schon ran. Sie nickte ihm zu, lachte noch einmal und fuhr weiter. Schlagelfe war der Bauer im Schlosse. Ein Lakai fragte ihn, was will er? Wulf sah den kleinen Mann von oben an, für ihn bin ich ein Ihr und kein Er. Er gab ihm auf den Kopf, ich bin bei dem allergnädigsten Herrn Herzog angemeldet. Der Mann machte ein dummes Gesicht, ging fort, und bald darauf kam ein anderer Diener, der den Peer-Hubsler in ein Zimmer führte, in dem ein Offizierwache stand. Einige andere herrschaftliche Personen lauerten da auch schon. Alle sahen den Bauern an, der zwischen ihnen aussah, wie ein Eichbaum über lauter Machangelbüschen. Erst wurde ein kleiner alter Herr abgerufen, der gleich wiederkam und einem anderen zuflüsterte, schön Wetter heute. Dann winkte der Offizier dem Bauern. Dem war anfangs erst etwas banaut zumute, aber als der Herzog ihm die Hand gab und ihn fragte, na, wo drücken denn die Krähen Augen? Da erzählte er kurz, womit er hergekommen war. Der Herzog sah ihn ernst an, geht nicht, geht schlecht, könnten alle kommen, Schatzung muss bezahlt werden. Wovon Wege erhalten für Ordnung sorgen? Er kniff sich die Stirn. Will ihm was sagen, aber behalte er es für sich. Will in Anbetracht der besonderen Umstände Steuer aus meiner Tasche hinlegen auf fünf Jahre. Dann müsst ihr aber schatzen, wie die anderen alle. Übrigens aller Ehren wert, das Kopf hoch gehalten und Maul nicht hängen lassen, wie Leithund. Habe schon von ihm gehört, das und, er sah ihn scharf, aber nicht ungut an, auch noch etwas anderes. Immer vorsichtig sein, sich nicht auf mich berufen, wenn es sich nicht um augenscheinliche Räuber und Mörder handelt. Verstanden? Der Bauer nickte. Der Herzog besann sich einen Augenblick, fragte nach der Ernte und ob im Bruche die Pest auch schon Quartier genommen hatte und dann schmiss er Wulf das Wort zwischen die Beine. Wer sind die Wehrwölfe? Der Perhubsler hob die Hand. Darüber steht mir keine Rede zu. Der Herzog machte eine Krause Stirn. Auch ging mir über nicht? Und als er wieder keine andere Antwort bekam, fragte er, gehört wohl selber dazu? Dann aber lachte er und sagte, na, vielleicht besser so. Darf nicht alles wissen, sonst am Ende aufkommen dafür. So schon Sorge genug, schlimme Zeit, Gott sei's geklagt, hoffen bald anders wird, halt er sich wacker. Als Wulf die Türe im Rücken hatte, sah er lauter runde Augen um sich und auf der Treppe zeigte ihm der Diener, der ihn heraufgebracht hatte, einen Rücken, so krumm, als wie ein Rotbrüstchen ihn zu machen pflegt. Und er wollte ihn ausfragen. Der Bauer aber stellte sich dumm und machte, dass er nach der goldenen Sonne kam, hielt sich aber auch da nicht lange auf, sondern aß nur einen Happen zu seinem Schoppen und ging wieder los. Am Dorfkruhe traf er die anderen Wehrwölfe, die zu Zweien und zu Dreien vor und in dem Krug gestanden oder saßen und so taten, als ob der eine Teil den anderen nicht kannte. Es waren noch einige andere Männer da, auch der Kerl, der vorhin die Frau umgefasst hatte, und jetzt kannte Wulf ihn. Es war der Mensch, der sich damals in der goldenen Sonne so verdächtig um sein Pferd angestellt hatte. Er hatte gehörig einen Sitzen und prallte wie ein Markwart und als der Bauer an den Tresen ging, schrie er, »Kannst du nicht die Tageszeit bieten, wenn du hereinkommen tust, wie es sich gehört, du Pflegel?« Der Bauer ging auf ihn zu. »Ich will dich beflegeln«, sagte er, und damit schlug er ihn mit dem Handrücken gegen das Gesicht, dass der Kerl mit einem Male die Stiefel da hatte, wo eben der Hut gewesen war. Sofort sprang er wieder auf. »Hund«, brüllte er, »Hund von einem Drecksbauern, du musst sterben!« Er zog das Messer heraus, aber da warf ihm Gödecken Gustl einen Stuhl gegen die Schienbeine, dass der Kerl den Estrich unter sich verlor, und Schälenludchen und Meineckenfritze langten in sich, nahmen ihm die Pistolen ab, walkten ihn, bis er so weich wie Quark war, und schmissen ihn vor die Türe, dass es man so mümte. Er hinkte nach dem Stalle und holte sein Pferd. Als er aufsteigen wollte, legte ihm Wulf die Hand auf den Arm. »Wahre dich, Stehldieb, wahre dich! Es wachsen Birkenbäume und Wieden die Massau in der Heide. Du bist mir das zweite Mal in die Möte gekommen. Beim dritten Male ist Schluss und du kommst unter die Wolfsangel zu hängen.« Er hatte es ganz leise gesagt, aber Jasper Hanebrot verlor alle Farbe und zitterte so, dass er kaum auf das Pferd kommen konnte. Schäle lachte, »Hätte ihm lieber gleich heute das Fliegen umsonst beibringen sollen.« Der Obmann schüttelte den Kopf »Unter dem Stadtbann, das wollen wir lieber bleiben lassen.« Und als Meinecke meinte »Na, wenigstens war es ein kleiner Spaß«, da machte der Wolfsbauer eine krause Stirn und sagte »Ich habe diese Späße dicke. Es vergeht ja meist kein Tag, dass man seine Faust oder was man gerade drin hat nicht gebrauchen muss. Und gerade heute wäre ich meinen Weg liebend gerne in Frieden gegangen.« Es sollte aber noch besser kommen. Als die Bauern eine Stunde geritten waren und an einem Fuhrenbusche vorbeikamen, knallte es. Gödeckes Rappe stieg in die Höhe und stürzte zusammen. »Deckung nehmen!« schrie der Wolfsbauer und hob Gödecke, der heil geblieben war hinter sich. Es knallte noch dreimal, aber die Kugeln fanden nicht zu den Reitern hin. »Umsonst nehmen wir nichts«, sagte Wulf. »Reitet sofort los und holt so viele Leute, wie ihr kriegen könnt. Und dann wollen wir die Füchse ausräuchern, die hinterhellschen Hunde, denn dies geht mir doch über den Spaß. Ich passe derweilen auf, wo sie bleiben.« Er band sein Pferd an einer Fuhre an und schlich sich mit Gödecke von der Rückseite so nah an dem Busch, als es eben ging. Beide standen bis an die Lenden in einem alten Torfstiche und sahen hinter den Birkenwischen dahin, wo die Wegelagerer saßen. Es war ein Dutzend tillischer Soldaten, die sich unter dem Winde ein Feuer gemacht hatten, über dem sie einen Bratspieß hin und her drehten. Ab und zu stand einer auf, holte trockenes Holz und warf es in das Feuer. Es mochte eine Stunde vergangen sein, da flüsterte der Wulfsbauer, »Pass auf, Gustl, gleich geht es los.« Damit hing er sich dem Bleiknüppel über das Handgelenk und spannte die Pistolen. Gödecke nickte und machte gleichfalls scharf, denn mit eins sprangen die Soldaten auf, sahen sich wild um und man konnte ordentlich sehen, dass ihnen nicht sauber zumute war. Denn sie liefen hin und her, bückten sich und sahen sich um wie Schafe im neuen Stall. Da hörte Harmwulf hinter sich ein Rotkehlchen ticken und als er sich umsah, stand Tedl da, griente über das ganze Gesicht und flüsterte, »Wir haben sie im Kessel, alle miteinander!« Dann drückte er sich linker Hand in einen Busch. Kaum war er fort, hörte man ein Schreien, »Heiliges Maria!« und hinterher kam es, »Huns Blut, verdamm ich, das Niederträchtiges!« Der Wulffau lachte im Halse. »Ja, ja, Blut um Blut«, flüsterte er und sah mit blanken Augen dahin, wo die Soldaten hin und her liefen. Dann knallte es jenseits des Busches und dann noch einmal und es roch nach Rauch und dann wurde es heiß und mit einem Mal brannte der Busch von unten bis oben und der Rauch schlug hin und her und da schrie es, »Hörst du, wie sie piepsen, Gustl?« flüsterte Wulf mit blänkigen Augen. Dann nahm er die Pistole hoch, strich an dem Baume an und schoss. So wie der Schuss fiel, hörte Gustl einen Schrei und sah einen Mann, der lichterloh brennend aus dem Busche kam, in den Abstich fallen, dass es quatschte. In demselben Augenblicke fiel hinter dem Busch wieder ein Schuss und gleich darauf noch einer und dann rechts einer und dann links einer und dann hörte man einen Schrei. »Erbarmung!« schrie es. »Aber bloß einmal.« Vor Gödecke kroch etwas Brennendes aus dem Busche heraus, schleppte sich bis an den Graben und sprang hinein, blieb einen Augenblick in den nassen Mose liegen, drehte sich dort wimmernd hin und her und versuchte dann herauszuklettern, aber der Bauer ließ es nicht dazu kommen. Er schlug mit dem Bleistock danach hin und es wurde still vor ihm. »Ich glaube, das war der Letzte«, meinte Wulf und Gödecke nickte. Da rief es auch schon hinter ihnen. Hermenarm, Otten Christoph und Plessen Otto kamen von der einen Seite an und von der anderen, Holstönes, Hassenfilipp und Hornbostel Willem. Die sieben Fuhrberger Bauernsöhne waren nass wie die Katzen und hatten Gesichter und Hände wie die Kohlenbrenner, aber sie lachten unbändig. »Die schießen nicht wieder auf ehrliche Leute«, sagte Gödecken Gustl. Hermenarm schüttelte den Kopf. »Sicher nicht« »und alte Weiber schlagen sie auch nicht mehr bis auf den Tod.« »Lüdecken Mutter haben sie ein Schaf weggenommen und sie geschlagen, als sie kein Geld hatte, dass sie nun da liegt und Blut spuckt. Lumpenzeug. Aber nun braucht der Wolf und der Fuchs kein Messer, sie werden alle so schön murbe genug sein.« »Alle haben sie daran glauben müssen, alle mitsamt.« »Schade, dass es nicht mehr waren.« »Und nun wollen wir löschen.« Die Arbeit war bald getan, denn über dem Moorgraben konnte das Feuer nicht, rechts lag ein Sandfeld und links war eine Torfkuhle neben der anderen und hinter dem Busche ein nasses Flatt. »Hätten sie sich vorher gut umgesehen«, meinte Otten Christoph, »denn so wäre manch einer uns wohl noch fortgekommen. Aber sie waren ja so unklug wie die Schafe, wenn es brennt, und wo der eine hinlief, musste der andere auch hin.« Sie lachten alle, nur der Ödringer Burvogt machte ein böses Gesicht. »Wenn es so beibleibt, kommen wir heute nicht mehr nach Hause, Tädel«, brummte er. »Dass man noch nicht einmal in Moor und Bruch seines Weges sicher ist, überall treibt sich das Beistervolk jetzt rum, wo man es nicht vermutet. Beim besten Willen kann man jetzt nicht über Land reiten, ohne sich die Hände rot zu machen.« So war es in der Tat. Als sie das Feuer gedümmt hatten und die Fuhrberger nach Hause geritten waren und Wulf und Tädel und die drei anderen auf der Höhe von Ödringen waren, heulte hinter ihnen der Wolf. Tädel gab Antwort und da kamen zwei Bauern angeritten, dass das Feuer aus dem Kies schlug. Wieken, Ludolf und Schütte waren es. Auf Thornhob war Danze fest, schrie der Rammlinger und schlachte fest dabei. »Na, es ist noch halbwegs gut gegangen. Wir kriegten früh genug Wind in die Nase und haben den Leuten gezeigt, was Landesbrauch in der Heide ist.« Mit einem Male machte er ein anderes Gesicht. Den schönen Hof hat das Gesindel natürlich angesteckt und Steerswieschen, die als Markt diente, musste ihnen gerade in die Möte gelaufen sein, denn die fanden wir tot im Busche liegen, die anderen haben sich aber alle bergen können. Harms Halbbruder knurrte durch die Zähne und wurde rot und blau unter den Augen. »Es wird wohl nicht anders kommen, als dass wir alle unsere Dörfer anstecken und uns im Bruche bergen müssen.« »Ich bin gestern zwei Pferde und das ganze Feder fiel losgeworden. Was soll man machen, wenn dreißig, vierzig solche Kerle auf einmal ankommen? Vor dem, was einzeln in der Heide herumläuft, braucht man ja keine Bange zu haben. Drei von dem Ungeziefer haben wir vorgestern im Mastroche angetroffen. Nun bitte ich einen Menschen, was tun die da mitten in der Wildnis?« Er lachte. »Na, wenn es euch hier so gut gefällt, da sollt ihr auch bleiben«, sagte unser Krisch an und machte den Finger krumm »und ich auch.« Der Wulfsbauer hatte seine gute Laune schon lange verloren und machte ein Gesicht wie ein Kat-Ule und Tedl sah aus wie ein Zaunigel. Immer und immer kommt einem was dazwischen, spuckte er und Harm wusste wohl, was er meinte, denn Tedl hatte noch Gras schneiden wollen, wenn er früh genug nach Hause kam und jetzt war es meist Abend. In der Schweineriede brüllte ein Moor-Ochs, die Enten flogen um und nach der Wohlt hörte man den Uhu rufen. Der Fuchs braute in den Gründen und über dem Halloberge war der Himmel so rot wie ein Mädchenrock. Sie ritten langsam und als sie vor dem Auskick waren, machte Tedl den Wolf. »Kannst man stille sein, Tedl?« rief es vor ihnen und Bollenkrischan kam hinter der Machangel hervor. »Na, du wirst dich wundern, wenn du auf den Hof kommen wirst,« lachte er dann, »es ist Besuch bei dir angekommen.« Der Bauer riss die Augen auf. »Besuch?« Der andere nickte. »Jawohl, Mensch, feiner Besuch, Besuch aus Seben springen.« »Krischan!« schrie der Bauer und bückte sich ganz tief. »Krischan, ist das wahr? Und was denn, eine Junge oder ein Dern?« Wolle zog seinen Mund ganz breit. »Ein Junge und eine Dern,« Wolfsbauer. Um Uhre viere der Junge und eine Stunde hinterher das Mädchen. Und was die Bäuerin ist, der geht es soweit gut und den beiden Lütchen auch.« Wolf machte ein Gesicht wie ein Pfingstmorgen. »Tedel rief!« »Hast du gehört, Tedel?« »Zwei auf einmal!« »Junge!« »Bin ich dir aber doch über!« »Fixer warst du ja!« »Na, dafür hast du ja auch eine Frau, die Hille heißt!« »Du bist ja auch ein großer Bauer,« sagte Tedel und lachte, »und ich habe Mann eine kleine Stelle und muss es auch darin langsam angehen lassen.« Wenn Harm hätte sagen sollen, wie er auf den Hof gekommen war, er hätte das nicht gekonnt. »Däubel, Mädchen!« sagte Tedel, als er bei seiner Frau saß und zusah, wie die ihren Jungen stillte. »Däubel ist der Bauer geritten!« Ich musste Mann in einem Fortrufen »Wahr dich!« »Denn es war mir meist so, als kümmere er sich den Kuckuck um die Wolfskulen.« Als er das erzählte, saß der Bauer vor der Butze, hatte seinen Arm um den Nacken seiner Frau und ihre Hände in seiner linken Hand. »Meine Johanna!« sagte er. »Meine gute Frau!« »Ist das ein Glück und ein Segen!« Er sah dahin, wo zwei, drei, vier Kinderhände auf der Bettdecke zugange waren, schüttelte den Kopf, lachte und gab seiner Frau einen Kuss auf den Mund, aber bloß so sachte hin, denn er sah, dass ihr die Augen wieder zufallen wollten. Und als Dudenmutter ihm zuwinkte, ging er aus der Dönze und stellte sich vor die große Türe. Ihm war ganz dumm im Kopf. Nun hatte er wieder zwei Kinder und eine Frau so schön und so klug und so gut. Er sah über das Bruch nach den Heidbergen, über denen der Himmel immer noch so hell war. In den Ellern schlug die Nachtigall, die Frösche waren am Prahlen, der Ziegenmelker pfiff und klappte mit den Flügeln und die Luft brachte den Geruch von allerlei Blumen her. Er ging in das Haus zurück und aß, aber hinterher ging er noch einmal um den Hof, denn er hatte Gripto und Holwis Knurren hören, aber das taten sie wohl bloß, weil hinten in der Heide ein Wolf röhlte. Dem Bauern war sonderbar zumute geworden. Als er sich umdrehte, sah er, dass der Himmel über dem Halloberge immer heller wurde, aber nicht so, als ob da ein Feuer war, sondern mehr, als wenn die Sonne schon wieder in die Höhe kommen wollte. Ganz rot wurde es da und immer heller und lange blaue Striche waren darin zu sehen. Er schüttelte den Kopf, was das nun wieder für ein Unsinn ist, dachte er, ist das jetzt ein gutes Wahrzeichen oder ein schlimmer Vorspuk? Dann war es ihm, als ob in dem roten Schein und gewiss und wahrhaftig, er konnte es ganz deutlich sehen, dass eine große schwarze Wolfsangel sich am Himmel bildete, die dort lange stehen blieb, bis sie auseinander ging und der rote Schein allein noch über den Bergen war und schön anzusehen. Er nahm das für kein schlechtes Zeichen. Eine Weile noch würde die Wolfsangel in Kraft bleiben müssen und die Wehrwölfe hatten das Bruch zu hüten, aber dann würde es sich aufklären, Friede würde es sein auf Erden und statt Heulen und Zähne klappern würde Jubeln und Frohlocken auf den Gefilden sein. So dachte er, als er im Einschlafen war. Vorläufig wurde es aber damit noch nichts. Oft genug noch heulte der Wolf in der Heide, mehr als einmal jagten die Tagputen hin und her und die 33 hatten mehr Arbeit, als ihnen recht war und die 111 kamen nicht zur Ruhe. Sie waren es alle reichlich leid, dass Land hüten und das Schandwehren. Manch einer von ihnen kam nicht mehr recht zum Lachen, außer Fiken-Ludolf, aber bei dem kam es auch nicht so recht aus dem Herzen, denn den einen Abend hatte er noch ein hübsches Mädchen im Arm gehabt und am anderen musste er dabei stehen und zusehen, wie sie begraben wurde. Und es war ihm ein schlechter Trost, dass anderthalb Dutzend Dänen, die den Hof überfallen, steif und kalt unter der Erde lagen. Es wurde schlimmer als je vor dem. Als es sich herumsprach, dass der Tilly den Dänenkönig bei Luther geschlagen hatte und hinter ihm her war, war die Angst vor ihm groß im Lande, aber die Dänen trieben es eher ärger als die Kaiserlichen. Wo sie hinliefen, hinterließen sie Asche, Schutt und Not und waren sie vorbei, dann kamen die Waldsteinchen und wüteten wie die Besessenen. Zwar hieß es, dass es Frieden geben sollte, denn Tilly war in Celle und verhandelte mit dem Herzoge, aber es kam nur schlimmer. So schlimm wurde es, dass Ficken-Nudolf ein ganz anderes Lachen bekam. »Drewes«, sagte er und schlug mit der Faust auf den Tisch, dass der Hund an zu bellen fing. »Bislang war das ja mehr ein Spaß, wenn es auch manch einem nicht zuvor kam, dem wir das Luftholen abgewöhnten. Jetzt aber hört sich die Gemütlichkeit auf. Wer Wölfe waren wir, jetzt müssen wir Beißwölfe werden.« Der Wulfsbauer denkt genauso, Drewes. »Wer heute nicht zubeißt, der wird gebissen. Man kommt ja nicht mehr zu seiner Ruhe und es ist wahrhaftig bald eine Woche her, dass ich in einem ordentlichen Bette war. Und wie sieht es im Lande aus? Hunger und Pest und Pest und Hunger, wohin man sehen tut. Wer nicht umgebracht wird, der hängt sich auf oder springt in das Wasser. Ein Donnerwetter soll da dreinschlagen.« Er sorgte dafür, dass es oft genug einschlug, denn seitdem der Wulfsbauer befreit war, hatte er das Leid in die Hand nehmen müssen und das hatte er gern getan, denn das Ackern hatte doch keinen Zweck mehr. Kaum war der Hafer unter Dach und Fach, so fraßen ihm fremde Pferde und wer Brot backte, der tat es für andere Leute. So lag den Fieken Ludolf mit seinen Leuten meist im Busch und Heide herum und die anderen Obmänner auch und wenn sie zusammenkamen, dann hieß es, na, wer hat nun die meisten Läuse geknickt? Und der beste Mann war, musste einen ausgeben. Wie die Wölfe, so wurden sie alle miteinander, die Männer. Wehe dem, den sie fingen. Hatten sie Zeit genug, dann war ihnen das Blei zu schade und die Wiede zu milde und grässliche Dinge trugen sich in Wohlt und Heide zu. Als Wulf an einem mächtig kalten Wintertage mit Schevenkasper, dem neuen Knechte, durch die Heide ritt, sahen sie über einem Fuhrenhorst etliche Raben umschichtig auf- und niedergehen und als sie hinkamen, fanden sie vier splitterfasernackte Männer, die zwischen die Bäume gebunden waren. Drei davon waren schon totgefroren, der eine jappte noch. Schevenkasper war Knecht auf dem Turnhope gewesen, der von den dänischen Mordhunden niedergebrannt war und Stiers Mädchen, die als Magd gedient hatte und ihr Leben lassen musste, weil sie dem Schandvolke gerade in den Weg gelaufen war. Das war sein Schatz gewesen. Kasper hatte früher schon nicht viel gesagt und bloß gelacht, wenn es gar nicht anders gehen wollte. Aber jetzt sprach er kaum mehr und das Lachen hatte er ganz verlernt, außer wenn er den Hof erben oder das kleine Mädchen wartete, das Rose hieß. Du hättest man auch gleich ein Frauenmensch werden sollen, pflegte Mieken zu sagen, wenn er sich mit den Kindern abgab. Was ist das für ein Werk? Schleppst dich da in einem Fort mit den Kröten ab und andere Leute hüten das Land. Kasper aber sagte nichts und ließ vor Bartholz und Roses Nasen einen Hampelmann tanzen, dass es klingelte und klapperte, denn er hatte ihn von oben bis unten mit Perlen und bunten Steinen behängt, die er bei einem Waldsteiner Hauptmann im Hosensack gefunden hatte. Dumme Trine, dachte er, als er Mieken's roten Rock nicht mehr sah. Dumme Trine. Und während er den Hampelmann tanzen ließ, dachte er an den Abend, als er mit Götigin Gustl und Schelenludien und Bollenbernd an der Heerstraße auf Anstand gewesen war. Alle Tage ist Jagdtag, aber nicht alle Tage ist Fangtag, hatte Ludien gesagt, als es schon zu schummern anfing. Aber dann hatte er das Ohr auf die Erde gelegt. Die Irsche ziehen, flüsterte er und machte sich fertig. Vier Reiter kamen in hellem Galopp an. Da riss Bernd an einer Schnur, die auf der Straße lag, ein weißer Lappen flog vor dem Pferde auf, dass sie scheuten und dann knallte es dreimal und dann noch einmal und Kasper machte ein ganz dummes Gesicht, als auf seinen Teil fünf blanke Dukaten, ein paar neue Stiefel und noch allerlei Kram kamen, so die bunte Kette, die der Hauptmann in der Tasche hatte. Ja, jetzt, wo es zu spät ist, Wieschen, dachte er, da haben wir das Geld. Was soll ich jetzt mit dem Schied? Er gab es den Bauern zum Aufheben, denn er brauchte nichts als Essen und Kleider und die waren billig, denn es wuchs davon genug in der Heide, wenn man sich darauf verstand. Und Schäfes Kasper verstand sich darauf. Es war ihm wahrhaftig, nicht um die Beute zu tun, aber wenn er mit den anderen mal wieder ein paar Dänen oder Kaiserliche oder was es sonst war beiseite gebracht hatte, dann dachte er, so, ihr bringt anderer Leute Mädchen nicht mehr um. Wenn er dann mit den Kindern spielte, dann sah er aus, als hätte er nie einen Finger krumm gemacht. Viel machte er sich auch nicht daraus, aber Arbeit ist Arbeit, dachte er, wenn er wieder einmal heran musste. Viel lieber war es ihm schon, wenn er rechtschaffen arbeiten konnte oder Wolfsfallen bauen musste, denn die Wölfe nahmen ganz gefährlich zu und auch die Luchse spürten sich wieder mehr, weil keiner ihnen wehrte, da schlimmere Biester, die wie Menschen aussahen, aber die reinen Teufel waren, sich mehr als nötig blicken ließen. Schneller als sonst bekamen die Bauern Falten um den Mund und mancher Sohn war schon mit 40 so grau, wie sein Vater es kaum mit 60 war. Harmwulf war noch immer ein junger Kerl, aber als sein Hof abgebrannt war, war ihm Asche auf den Kopf geflogen und Ruß in die Augen gekommen und Rauch in den Mund. Wenn er seine schöne Frau und seine beiden gesunden Kinder ansah, wurden seine Augen wieder hell und seine Lippen gingen auseinander. Sein Haar aber war und blieb an den Seiten grau und nicht mehr oft flirtete er das Brummelbeerlied. An einem Juliabend aber hörte die Bäuerin, wie er flötete, als er dem Knechte den Fuchs gab. Er ging auf sie zu, fasste sie um und sagte, Freue dich, Johanna, es wird Frieden. Die Dänen ziehen ab, ich habe es in Burgdorf als fest und sicher vernommen. Die Frau machte ihr glücklichstes Gesicht, aber dann fasste sie sich mit der Hand nach der Brust und verlor alles Blut aus dem Backen. Gleich darauf aber lachte sie wieder und sagte, Es war eine große Freude, Harm. Frieden, ja, den wünscht sich ein jeder. Gott sei Lob und Dank. Es war ein schöner Abend, der Himmel über dem Heidberge war rot, die Rosen rochen stark und in dem Risch an der Beek sank ein Vogel ganz wunderschön. Der Bauer und die Bäuerin saßen auf der Gartenbank und sahen in den Abend. Ab und zu rief eine Eule in der Wohlt oder eine Ente schnatterte an der Beke und unter dem Dache piepten die jungen Schwalben. Die Bäuerin hatte ihren Kopf an die Schulter ihres Mannes gelegt und hatte ein Gesicht wie ein Kirchenengel. Frieden, Frieden, flüsterte sie und bekam nasse Augen. Aber so schnell vertrugen sich die hohen Herren nicht. Zwar die Dänen zogen ab, aber die anderen blieben und noch manches Mal war der Himmel rot von etwas anderem als von der Abendsonne. Und die Wehrwölfe mussten mitten in der Ernte die Sensen liegen lassen und die Kugelbüchsen hinter dem Schab hervorkriegen. Denn allzu sehr drückten die Kaiserlichen in das Land, ob zwar der Herzog treu zu dem Kaiser stand, so viel ihm das auch verdacht wurde. Der Hunger und die Not waren so groß im Lande, dass die rechtlichsten Bauern nicht mehr anders konnten, als wenn sie auf Mord und Raub ausgingen. Das war dann das Allerschlimmste, wenn die Wehrgenossenschaft Hand an Leute legen musste, die vor dem kein anderes Blut vergossen hatten als das von Vieh und Geflügel. Es war an einem Aprilabend, als der Wulfsbauer abgerufen wurde. Von Mellendorf her war eine Bande von Räubern gemeldet, die den Weg auf das Bruch zunehmen sollte. Bauern aus dem Karlenbergischen, der Neustädter Gegend und aus dem Stifte Hildesheim waren es, die längst kein Dach mehr hatten, unter dem sie schlafen konnten. Dieses Stück will mir nicht gefallen, sagte Drewes zu Wulf. Fremde Völker, wenn es die noch wären, da kommt es auf ein paar mehr oder weniger nicht an. Aber diese Leute da, die bloß der Hunger so weit gebracht hat, das ist, als wenn man seinem besten Hund an den Kopf schießen muss, weil er die Dollwut hat. Es sind doch Menschen wie unser eins. Der Perhubsler nickte. Weißt du, sagte er, das Beste ist, wir geben ihnen auf, dass sie einen anderen Weg nehmen, vielleicht, dass sie Verstand annehmen. Ich will ihnen das sagen. Ich glaube kaum, dass einer von ihnen ein Schießgewehr hat und wenn schon, so fällt er um, wenn er Dampf macht. Da ist keiner bei, der noch ein Kalb festhalten kann, wenn er es weg will. Am Dietberge habe ich sie dicht an mir vorbeiziehen sehen, ordentlich Elend ist mir dabei geworden. Der Engenser schüttelte den Kopf. Es ist besser, ich mache das. Stößt mir etwas zu, dann ist das weiter nicht schlimm. Meine Kinder sind groß genug, um sich selber zu helfen, deine aber nicht. Zudem kommt mir das als Oberobmann auch mehr zu. Der Junge, den er bei sich hatte, kroch hinter den Krausen fuhren her und sagte den Wölfen Bescheid. Der reinste Duffsinn ist das nun wieder, knurrte Fiekenludolf. Dreeves wird alt und bei Kleinem taugt er nicht mehr zum Obmann. Mich soll bloß wundern, was dabei herauskommt, was Gutes bestimmt nicht. Er sollte Recht behalten. Kaum war Dreeves hinter dem Busche heraus und hatte eben gerufen, Leute, ich rate euch zum Guten, bleibt hier weg, die Welt ist groß genug. Da zog ein langer Kerl, der einen roten Frauenrock als Mantel umgehängt hatte, eine Pistole heraus und schrie, denn so mach uns Platz und schoss den Engenser über den Haufen. Er und sechs andere lagen beinahe in demselben Augenblicke da und färbten den Sand rot und eine Viertelstunde später liefen zwei Drittel der Bande den Weg zurück, den sie gekommen waren, ohne sich nach denen umzusehen, die in der Heide liegen blieben. Aber davon wurde Dreeves nicht besser. Er lag mit dem Rücken gegen einen Machangelbusch, stöhnte und hielt sich den Unterleib, denn da hatte er den Schuss hinbekommen. Der Wolfsbauer untersuchte den Einschuss. Weißt du was, Dreeves meinte er, was das Beste ist? Wir tragen dich zu mir. Einmal ist es bis dahin der ebenste Weg und dann liegst du da auch am ruhigsten und du hast außerdem die beste Pflege, denn was meine Frau ist, die versteht sich auf sowas vorzüglich. Dreeves war das zufrieden, vorausgesetzt, dass anderen Tages sein Wieschen kam, denn die könne er um sich nicht missen, sagte er. Sie kam auch. Der Wolfsbauer machte große Augen, als er sie sah, denn er hatte sie lange nicht gesehen, wenn er auch oft genug auf dem Dreevesrufe gewesen war. Ein Bild von einem Mädchen ist das ja geworden, dachte er, als sie vor ihm stand und ein um das andere Mal weiß und rot aussehend wurde. Was hat sie bloß, dachte er, als er das sah, aber dann kümmerte er sich nicht weiter um sie. Mit ihrem Vater stand es besser, als es zuerst aussah. Die Wolfsbäuerin hatte die Kugel gleich gefunden und herausgenommen, aber dem Engenser gesagt, unter zwei Wochen dürfe er nicht aus dem Bette. Na, Langeweile wirst du nicht haben, meinte sie. Erstens hast du ja Wieschen und wenn ich Zeit habe, will ich dir immer etwas vorlesen. Das war Dreeves sehr zufrieden, denn in der letzten Zeit war er immer frömmer geworden. Wieschen, kannst da auch sitzen gehen, rief er, wenn die Bäuerin mit der Bibel kam. Das tut dir auch keinen Schaden, wenn du zuhörst. Aber meistens hatte Wieschen dies oder das zu tun und wenn sie endlich kam, dann wurde sie umschichtig, weiß und rot, wenn die Frau sie ansah, sodass sie aus ihr nicht klug werden konnte, zumal das Mädchen beim Essen kein eines Mal aufsehen mochte und an jedem Bissen herumwürgte. Den einen Vormittag stand die Bäuerin in der Dönse und sah Wieschen zu, die im Garten mit den Kindern spielte, denn das tat sie, sobald es eben anging. Da kam der Bauer und nickte die Mädchen freundlich zu und die Frau sah, dass ihr die Brust auf und ab ging und dass sie erst ganz weiß im Gesicht wurde und sich dann rot ansteckte. Der Bauer lachte, als er sie so da sitzen sah. Musst sehen, dass du auch bald zu welchen kommst, rief er lustig. Mich wundert überhaupt, dass du noch immer unbeschrieben bist. Die Engenser Jungens müssen wohl alle keine Augen haben. Damit ging er um die Hausecke. Da ging der Bäuerin mit einem Male ein Licht auf, denn das Mädchen sah hinter dem Bauern her, gleich als hätte er ihr ein großes Unrecht angetan, küßte den Jungen, den sie auf dem Schoße hatte und der seinem Vater wie aus dem Gesicht geschnitten war, wie unklug, und dann hielt sie die Hand vor die Augen und weinte, dass es sie schüttelte. Die Frau umfasste mit der Hand nach ihrem Mieder, trat vom Fenster zurück und setzte sich in den Ohrenstuhl. Sie holte tief Luft und griff sich ein über das andere Mal nach der Brust. Aber da stand sie auf, ging in den Garten, nahm dem Mädchen die Hand von den Augen weg und sagte, »Du bangst dich wohl nach eurem Hofe? In drei, vier Tagen denke ich, kann dein Vater wieder hin.« Dabei sprich sie ihr über die Backe. Nach dem Mittag war sie mit ihr allein im Hause. Dreeves schlief, der Bauer war mit Uhl und dem Knecht nach den Koppeln gegangen und Mieken war in den Busch nach Feuerholz geschickt. So, sagte die Frau und zog das Mädchen neben sich auf die Bank. Nun wollen wir beiden großen Frauensleute uns aber einmal gemütlich machen. Die Kinder schlafen wie die Ilke. Das Mädchen wurde weiß und rot und konnte der Frau nicht in die Augen sehen. Die nahm sie bei der Hand. Das ist mir doch verwunderlich, dass ein Mädchen wie du noch keinen an der Hand hat. Machst du dir aus den Mannsleuten nichts? Denn dass sie sich aus dir nichts machen sollten, das redet mir doch keiner ein. Dem Mädchen ging die Brust auf und ab. Sie wusste nicht, wo sie mit den Augen bleiben sollte und wirkte, als ob ihr etwas im Hals steckt. »Wieschen«, sagte die Frau und legte ihr den Arm um die Schulter. »Ich weiß mehr, als du dir denkst. Bleib ruhig sitzen, wir müssen einmal ganz offen reden.« Sie nahm die Hand des Mädchens und legte sie ihr an ihr Mieder. »Fühlst du, wie mein Herz arbeitet?« Sie zog den Kopf des Mädchens an ihre Brust. »Jetzt kannst du es ganz genau hören.« Wieschen fuhr in die Höhe und sah die Frau ganz erschrocken an. »Ja, Mädchen«, sagte sie dann, »jetzt arbeitet es wie wild und zu Zeiten ist es, als ob ich überhaupt keins habe.« Bei meinem Zwillingsbruder war es just so, mitten im hellen Lachen und fiel er um und blieb uns weg. Und so wird es mit mir auch gehen. Seitdem ich so Schreckliches mit ansehen musste, ist es ganz schlimm damit geworden. Wenn ich mich bloß ein ganz bisschen verjage oder wenn ich mich sehr freuen muss, dann bleibt mir das Herz stehen und hinterher ist es, als wenn es mir aus dem Halse heraus will.« Sie seufzte tief auf, »So, jetzt ist es wieder besser damit. Aber das kann heute sein oder morgen, denn lange dauert es nicht mehr und ich schlage um und dann...« Sie nahm das Mädchen fest in den Arm, »Dann haben meine Kinder keine Mutter, die für sie sorgt.« Und nun, sagte sie und trocknete sich die Augen aus, »weiß ich ein Mädchen, ein treues und gutes Mädchen, das meine Kinder von Herzen gern hat und ihren Vater auch. Und deswegen ist sie bis heute noch ledig geblieben, ob zwar sie rund um die schönste von allen ist.« Lieschen schnappte erst nach Luft und mit einem Male fiel sie der Bäuerin um den Hals und weinte, »Ja, aber dafür kann ich doch nichts und es ist schlecht von mir, dass ich ihn dir nicht vergönnt habe, wo du doch dreimal besser für ihn bist als wie ich.« Sie versuchte zu lächeln, »Aber so schlimm wird es doch mit dir nicht sein. Ich will meine Gedanken zu Bette bringen, denn...« Sie barg ihren Kopf von Neuem an der Brust der Frau, »Du bist so gut und aus mir macht er sich doch kein bisschen. Die Bäuerin lächelte, »Wieschen, glaubst du, eine Frau als wie ich, die so viel durchgemacht hat, macht in solchen Dingen Spaß? Ich habe meinen Teil gehabt, Elend und Not genug und hinterher mehr Glück und Segen als eine Frau in diesen Zeiten verlangen kann. Und wenn ich weiß, dass du einmal für die Kinder sorgen wirst, dann wird mir meine letzte Stunde nicht so sauer werden. Versprichst du mir das?« Das Mädchen nickte ohne ein Wort zu sagen und die Tränen liefen ihr über die Backen. Als der Bauer zurückkam, sah er seine Frau und dann das Mädchen an und sagte, »Ihr seht ja beide aus, als wenn ihr das Abendmahl genommen habt.« Die Bäuerin lächelte ihm zu, aber Wieschen ging schnell in das Flat. Am Morgen des Tages, an dem Dreeves wieder nach Engensen fahren sollte, setzte sich die Bäuerin zu ihm. »Dreeves«, sagte sie und nahm ihn bei der Hand und seine Augen, die lange nicht mehr so waren, wie er dem, bekamen ordentlich Feuer, als sie ihn ansah. »Dreeves, jetzt will ich dir einmal etwas sagen, aber du darfst mir nicht dazwischenreden, also höre zu. Du hast mir selber gesagt, du wirst aus Wieschen nicht klug, weil sie sich um die Mannsleute nicht kümmert.« Seit letzten friege Tage weiß ich, warum das so ist. Sie hat alllange einen, aber einen, der Frau und Kinder hat und der an ihr vorbeisieht. Sie drohte den Bauern mit dem Finger, denn der machte seine bösesten Augen. Erst abwarten und dann krumme Augen machen. Die Frau, von der ich rede, weiß das und sie ist von Herzen froh darüber, denn sie ist sich bewusst, dass sie heute oder morgen sterben kann, weil sie ein schwaches Herz hat. Und nun kann sie sich für ihre Kinder keine bessere Zweitmutter wünschen und für ihren Mann, denn hier liefen ihr die Augen an, keine bessere Frau als dein Wieschen, denn die Frau, das bin ich, trief Spur. Sie fasste sich nach der Brust, holte tief auf und sah ihn freundlich an. So, nun weißt du es und ich denke, der Wolfsburg wird dir als Eidam wohl passlich sein und mit Wieschen habe ich auch schon geredet. Natürlich kommt sie sich nun etwas dumm vor, aber sie kann mir jetzt mitten in die Augen sehen, denn sie weiß, wie ich ihr zugetan bin. Dreebis schüttelte den Kopf, er wusste nicht, was er dazu sagen sollte. Dann nickte er, darin kannst du recht haben, Wolfsburgerin, darin hast du sicher recht, dass das Mädchen ihre Gedanken da hat, wo du meinst. Nun wird mir allerlei klar, wo mir bis zur Stunde Busch und Kraut vor war. Aber das andere, das schlage dir mal aus dem Kopf. Du siehst aus wie das ewige Leben und wenn ich 30 Jahre jünger wäre und du ein lediges Mädchen, denn so solltest du mal sehen, wer sich am meisten um dich kümmern täte. Er lachte lustig, wenigstens tat er so, aber sogleich schrie er, Wieschen, Wieschen, Mieken, Mieken. Denn die Bäuerin war vorn übergeschlagen und lag mit dem Gesicht auf seinem Schoße und als Wieschen hereinkam, sah sie zum ersten Mal in ihrem Leben, dass ihr Vater Angst haben konnte. Richtige Angst, denn er hatte ein paar ganz unglückliche Augen im Kopf. Die Bäuerin kam bei Kleinem wieder zu sich und sah beim Essen so frisch aus und gesund wie immer. Aber bevor Dreebis in den Wagen stieg, nahm er sie bei der Hand und sagte, ich komme bald wieder, halte dich gesund. Und dann drehte er sich um, denn dass ihm die Augen nass wurden, das brauchte keiner einer zu sehen. Wieschen aber nahm die Bäuerin um den Hals und weinte hellwegelos, sodass Harm hinterher den Kopf schüttelte und sagte, ein putzverwunderliches Mädchen, diese Wieschen. Erst dachte ich, sie kann dich vor dem Tod nicht ausstehen und jetzt hat sie dich, als wenn sie dich vor gernhaben auffressen will. Dann stieg er auf den Rappen und ritt mit Tedel hinter dem Wagen her. Vom Wieschen bekam er aber kein vernünftiges Wort heraus und er wusste nicht, was er von ihr halten sollte. Es war überhaupt ein putzwunderlicher Tag, denn als Wulf gegen Abend mit Tedel zurückritt, hörten sie etwas singen und als sie sich in die Bügel stellten, sahen sie einen Mann hinter einem Machangel sitzen, der ein Knie zwischen den Händen hielt und lauthals sang, umgürte die, oh Gott, mit Kräften in ihrem Amt Beruf und Stand, die es zu Predigtamt geschäften dein Gnade voller Ruf gesandt. Die beiden Bauern sahen sich an und schüttelten die Köpfe, aber als der Vers zu Ende war, ritten sie dicht heran, denn, dass sie diesen Mann gegenüber nicht scharf zu machen brauchten, das war so klar wie eine Brandheide. Guten Abend, rief der Bauer, na, was machst du denn hier? Der junge Mann nickte, stand langsam auf und sagte, ich wünsche ihm dasselbe und was ich hier mache? Ich warte, was der Herr mir schickt, doch gestatte er mir, da ich ein Prediger bin, wenn auch ohne Amtes seit einiger Zeit, dürfte mir wohl die Anrede ihr und Herr zukommen. Nihus geriente und der Bauer lachte, nichts für ungut euer Ehren, aber dass ihr ein geistlicher Herr seid, konnte ich euch von der Nase nicht ablesen. Aber wo kommt ihr her und wohin des Weges? Nehmt meine Neubegier nicht krumm, doch es geht jetzt nicht gerade sauber auf der Welt her und wer sich bei uns blicken lässt, der muss uns schon Rede und Antwort stehen. Der Fremde sah ihn mit klaren Augen an. So wisse er denn, ich bin der Kaplan Jakobus Jeremias Josefus Putfakenius. Seitdem der Herr den Jebusitern Macht über die Gerechten gegeben hat und als Strafe für unsere Sünden ihnen die Zuchtrouten des Restitutionsediktes verlieh, ward ich meiner Kapell anstelle ledig und bewehe ein Blatt, das der Wind vor sich herweht. Der Bauer lachte, viel anders seht ihr auch nicht aus, aber da wir doch gerade festbauen wollen und mehr bei uns haben als wir brauchen und ihr nicht so ausseht, als hättet ihr heute schon satt gekriegt, so könnt ihr mittun, wenn ihr dazu Lust habt. Der junge Geistliche sah gegen den Himmel. Herr, rief er, deine Güte wehret ewiglich. Er gab dem Bauern die Hand. Es war gestern Morgen in dem Dorfe Fuhrbergern, als ich das letzte Stück Brot aß. Seitdem ist die Rinde der Birkenbäume meine Nahrung gewesen, doch bin ich dieser Speise nicht gewöhnt und wollte fast verzagen, wenn ich mich nicht mit dem Spruche getröstet hätte, der, der die jungen Raben schmeißt, wird auch meiner nicht vergessen. Er aß wie ein Drescher und hinterher sah er gleich ganz anders aus. Die Hose hing ihm nicht mehr so bummelig vor dem Leibe, dankbar sah er den Bauern an und fragte dann, in Fuhrberg habe ich die Bekanntschaft eines Bauern gemacht, der Ludolf Fieken heißt und zu Rammlingen gebürtig ist. Zu diesem Manne fasste ich ein Zutrauen, ob zwar er mir nicht auf dem Wege des Herrn zu wandeln schien, dieweil er Flüche und unnütze Schwüre aus seinem Munde herausgehen ließ. Aber der Herr wird ihn schon erleuchten, denn er hat mich aus den Händen der Heiden gerettet, so man Tata nennt, und unaufgefordert sein Brot mit mir geteilt und sein Bier, als er hörte, dass ich nüchtern war wie ein Kindlein, das zum ersten Male die Wand beschreit. Er sah den Bauern mit seinen großen hellen Augen an. Kennt ihr hier in der Gegend einen Mann namens Harm Wulf? An den hat mich der Rammlinger gewiesen, denn er sagte mir, derselbe könne in seinem Dorf, dessen Namen mir entfiel, vielleicht einen Prediger gebrauchen, und die Ehefrau dieses Mannes soll, wie mir gesagt wurde, eines ausgetriebenen Predigers Tochter sein. Der Bauer lächelte, hat Ficken-Ludolf euch kein Zeichen mitgegeben? Der andere nickte, das wohl, doch scheint es mir dürftig zu sein und fast hätte ich es von mir getan. Seht her, er zog einen Lappen aus der Tasche und wickelte eine Rabenfeder aus, die zweimal geknickt und deren Enden auf geheime Art ineinander gedreht waren. Denn so ist es recht, sagte der Bauer, ich bin der Burvogt Harm Wulf aus Perhobstl und es kann sein, dass ihr bei uns eine Stätte finden könnt, denn wir Männer können uns in diesen Zeiten kaum noch nach der Kirche trauen und die Frautsleute schon gar nicht. Ich sehe es euch an, dass ihr ein rechtlicher Mann seid. Es ist eine böse Zeit, landfremden Leuten trauen wir gemeiniglich nicht über den Weg und deshalb müsst ihr mir in die Hand versprechen, an Eiles statt nichts zu verraten, was ihr hört oder seht, ob ihr nun bei uns bleibet oder nicht. Putfaken sah ihn ernst an. Ich habe eine Probe davon erlebt, welcher Art er zu sein scheint. Die drei Tatern, die mich auf der Straße hinwarfen, um mich auszurauben, hängen an drei Birkenbäumen. Hätten die Toren gewusst, dass ich nur das mein Eigen nenne, was ich auf dem Leibe trage und das wohl kaum ein Jude als Geschenk nimmt, sie lebten vielleicht noch. Ich habe viel Gräuel gesehen auf meinen Wegen und ich glaube, wer dem Übel wehrt, der handelt nicht wieder des Herrn Gebot und so will ich denn geloben, was er von mir fordert. Der Bauer wartete, bis es schummerte und der Weih fragte er aus dem Prediger heraus, was er heraushaben wollte. Der Mann gefiel ihm und Tedl auch und grieb doch nicht minder und somit durfte er vor Nihus aufsitzen und bis vor die Wohltreiten. Mädchen, sagte Tedl nachher zu seiner Hille, die schon wieder so aussah, als ob es bald noch einen kleinen Nihus geben sollte, da haben wir dir einen Kerl auf der Heide aufgegabelt, eine ganz putzige Kruke. Sitzt da im Sand und singt nach der Schwierigkeit ein geistiges Lied, hat nicht Messer noch Schießgewehr bei sich und macht ein Gesicht, als wenn es lauter Engel auf der Welt gibt und dabei haben ihn gestern erst die Tatern unter sich gehabt. Es ist meist so, als ob er zu dumm ist, als dass er Bange hat. Nicht einmal hat er sich verjagt, als wir von den Wachen angerufen wurden. Tedl hatte recht, Furcht hatte Ehrenputtfarke nicht, zumindest keine Menschenfurcht. Das musste Fiekenluder spüren, als er nach vier Wochen auf den neuen Hof geritten kam und auf der Dele Mieken zu fassen kriegte. »Däubel auch deren!« rief er und drückte sie, dass ihr die Rippen knasterten. »Du machst dich ja prächtig heraus!« Aber was machte er für runde Augen, als der Prediger aus der Dönze trat und ihm sagte, »Der Herr segne seinen Eingang, Fiekenbur. Aber sage er mal, ist es notwendig, den Teufel zum Zeugen anzurufen, weil Gott diese Jungfrau blühen und gedeihen lässt? Und schickt es sich in einem ehrbaren Bauernhause und passt es sich für einen rechtlichen Bauern einer ordentlichen Wiedfrautochter zu behandeln wie ein liederliches Weibstück?« Fiekenludolf machte so verbiesterte Augen wie ein Hund, der eine Adder anprustet. Aber dann lachte er, »Ist das der Dank, dass ich euch vor den Tatern bewahrt habe?« Der Prediger nickte, »Jawohl, das ist der Dank. Er hat mich vor Tatern und Heiden bewahrt und ich will seine Seele vor dem Höllenfeuer bewahren. Und nun trete er ein und nehme Platz, bis die Bäuerin kommt, die Magd soll sie rufen.« Von dem Tage an hatte er zwei dicke Freunde. Der eine war Schevenkasper, denn er sagte nachher zu Tädel, »Er hat es dem Fiekenbue aber gehörig gegeben, sage ich dir. Ist das aber auch eine Art, sich aufzuführen, wie er es tut? Kein eines Mädchen kann sich ja vor ihm bergen.« Der andere aber war Fiekenludolf selber, denn als er nachher wieder ein Donnerwetter aus dem Munde ließ, wusch ihm der Prediger den Kopf noch einmal und das gefiel dem Tausendäubel, denn das war ihm etwas Neues. »Du«, sagte er zu den Wolfsbauern, »den behaltet man, der ist gut.« So dachten die Perhubsler auch, denn nachdem Puttverhaken von der Bäuerin ordentlich herausgefüttert war, sah er wie ein rechtschaffener Prediger aus und ob zwar er noch reichlich jung war, so war er doch ein guter Prediger und trotz seiner Redensarten ein Mann, der in die Welt passte. Er scheute sich vor keiner Arbeit, soweit sie sich für ihn schickte, und mehr als einmal sagte der Wolfsbauer zu ihm, »Wie ein Knecht braucht ihr nun nicht gerade zu arbeiten.« Aber dann bekam er jedes Mal zu hören, »Glaubt er, Wolfsbauer, dass mir das bei den Leuten nicht nützt, wenn ich grabe und rode wie sie selber und außerdem, es macht mir Freude. Ich bin doch auch eines Bauernsohn.« Er saß so gut zu Pferde wie ein Perhubsler selber und mit der Zeit lernte er auch mit dem Schießgewehr umzugehen wie ein gelernter Jäger und manchen Braten brachte er aus dem Busche mit. Auch Aalkörbe konnte er machen, Netze stricken und Setzangeln stellen, denn sein väterlicher Hof, den die Mannsfelder samt allem, was darauf war, niedergebrannt hatten, hatte da unten an der Weser gelegen. Der Wolfsbauer fand, dass er kein schlechtes Geschäft gemacht hatte, als er diesen Mann auf der Heide aufsammelte, allein schon, weil die Bäuerin immer einen von ihrer Arbeit bei der Hand hatte, wenn Wolf über Land musste, was immer öfter der Fall war. Denn das mit dem Frieden, das war wie der Raufrost auf der Heide gewesen und lange vergessen und es wurde schlimmer denn je. Die Schweden waren gekommen und der Herzog, dem es längst nicht mehr gepasst hatte, die Geschäfte der Papisten zu besorgen, war zu ihnen übergegangen und nun senkten und brannten die Pappenheimer in seinem Lande. Öfter als sonst kam der Bauer mit grauser Stirn nach Hause und dann war es ihm ein Trost, wenn der Prediger ihn mit mutigen Worten und einem geistlichen Liede über die Sorgen weghalf, denn Puttfarken hatte Abendandachten auf dem Hofe zu Gange gebracht, zu denen ein jeder kommen durfte, der dazu Lusten hatte. Besonders den alten Leuten, die seit Jahren keine Kirche mehr gesehen hatten, war es ein großer Trost, konnten sie einmal wieder gemeinsam Gott mit Gebet und Gesang ehren. Es war von jeher ordentlich und sinnig auf dem neuen Hofe zugegangen, aber seitdem der Prediger da war, waren die Abende noch gemütlicher als sonst, denn der junge Mann hatte allerlei Kenntnisse und konnte erzählen wie ein Buch von dem, wie es in der Welt zugegangen war, von Adam an bis auf die letzten Zeiten, da nun der Bauer in den ganzen Jahren jedes Buch, das ihm bei den Wehrfahrten in die Hände gefallen war, mitgebracht hatte, weil er wusste, dass seine Frau darin ihre Freude hatte, so las der Prediger ihnen an den langen Winterabenden daraus das Beste vor und wusste alles so zu erklären, dass selbst Steven Kasper in dem einen Winter mehr lernte als in seinem ganzen Leben. Seitdem die Bäuerin eigene Kinder hatte, konnte sie sich der anderen nicht mehr so viel annehmen wie anfangs und so machte es sich ganz von selber, das der Predigerschule abhielt, zuerst für die Kinder und dann auch für die Knechte und Mägde und dazu kamen auch die Bauern gern, denn alles, was ihre Gedanken von der schlimmen Zeit abhielt, wurde ihnen zum Trost und zur Erquickung. Ging es doch immer schrecklicher in der Welt her, so abgelegen das Dorf auch war, es sprach sich genug bis zu ihm hin und die Bauern bekamen es mit der kalten Angst, als Grönhagenkrischan ein fliegendes Blatt mitbrachte auf dem Gedrucktstand, was der Tilli und die Pappenheimer in Magdeburg angestellt hatten. Am nächsten Sonntage war Predigt auf dem Neuen Hofe. Schäfen, Kasper und Tedl hatten aus Plötzen und Stangensitz Reihen vor dem Hause aufgeschlagen und vor der großen Tür eine Art Kanzel gebaut, die von der Bäuerin und Mieken mit Tannhecken und Maien zurecht gemacht war und ein weißes Tuch mit einem roten Kreuz war darüber gesteckt. Bei halbigen Zähne waren die Pärhubsler auf dem Hofe, alle waren da außer den Brustkindern und den Wachen. Es war ein Morgen, wie er nicht schöner sein konnte. Die Sonne stand hell am Himmel, die Buchfinken schlugen, die Schwalben spielten in der Luft und auf allen Misten waren die Hähne am Krähen. Alle waren sie in ihrem besten Zeuge da, die Männer und die Frauen und alle hatten ihre Kinder herausgeputzt, so gut es ging. Sie stießen sich an und zeigten auf die Kanzel und flüsterten leise miteinander und die Altmutter Horstmann bekam nasse Augen, als sie das rote Kreuz auf dem weißen Laken sah. Der Wulfsbauer stimmte das Lied an, allein Gott in der Höhe sei er und Dank für seine Gnade und alle fielen mit ein. Währenddem stieg der Prediger auf die Kanzel und betete vor sich hin. Er hatte einen schwarzen Gehrock an, den die Bäuerin gemacht hatte und er kam den Bauern anders vor als bislang, wo er in Blaulinnen und beider Wand gegangen war. Es war kirchenstill auf dem Hofe, als der Vers zu Ende gesungen war und die Leute aufgestanden waren, nur, dass man die jungen Schwalben piepen hörte. Die Gnade unseres Herrn Jesu Christi und die Liebe Gottes und die Gemeinschaft des Heiligen Geistes sei mit uns allen, begann der Prediger und fuhr fort, vernehmet in Andacht das Wort der Heiligen Schrift, das geschrieben steht, Psalm 137, an den Wassern zu Babel saßen wir und weinten, wenn wir an Zion gedachten. Er schlug sein Buch zu und fing an zu sprechen. Die Leute horchten auf, denn eine solche Predigt hatten sie noch keinemal vernommen. Das war, als wenn sie selber zueinander redeten, so klar und doch so ganz anders. Er sprach, wie es vor dem war um das Bruch und wie es nun aussah. Er ließ Ödringen wieder aufleben und ließ es in Rauch und Asche aufgehen, erinnerte an Tod und Not und an alles andere, was die Jahre gebracht hatten an Leid und Elend. Alle Frauen weinten in ihre Schürzen und die Männer sahen vor sich hin. Ruhig und eben hatte der Prediger gesprochen, aber dann ließ er Blitz und Donner aus seinem Munde kommen. Mit einer Stimme, die sich wie ein Ungewitter anhörte, las er das fliegende Blatt vor und hing die Worte daran, die herunterkamen wie die Axt auf dem Baum. Des Herrn Hand wird sie treffen. Die Bluthunde, die der Kindlein in der Wiege nicht schonten, kein Erbarmen hatten mit unschuldigem Blute, rief er. Zermalmen wird er sie in seinem Grimme und hinstreuen, dass ihre Feinde sie mit Füßen treten und wenn sie dann rufen, Herr, oh Herr, ach, ach, so wird er seine Ohren verschließen, denn nicht zu tilgen ist ihre Schandtat und die Gräuel bleiben ewiglich bestehen. Da hörten die Frauen auf zu weinen und die Männer sahen mit blanken Augen ihn an. Alle Gesichter wurden klar, als er tröstliche Worte und Sprüche fand, die Herzen zu erquicken und die Seelen zu laben, mit Hoffnung auf bessere Zeiten und Zuversicht auf die Güte des barmherzigen Gottes. Und es war keiner da, der sich nicht gelobte, treu auszuharren in der Furcht des Herrn. Möge kommen, was da wolle. Wie ein Wetter rollen hörte es sich an, als die Gemeinde ihrem Prediger das Glaubensbekenntnis nachsprach und bis zum Himmel schallte es, als sie sank. Das Wort sie sollen lassen starren und kein Dank dazu haben. Er ist bei uns wohl auf dem Plan mit seinem Geist und Gaben. Nehmen sie uns den Leib, Ehre, Kind und Weib, lass fahren dahin, sie haben's kein Gewinn, das Reich muss uns doch bleiben. Die Hochzeiter Der Prediger sollte Recht behalten. Anderthalb Jahre später, zu der Zeit, als im Perhobstel der Hafer geschnitten wurde, kam das Tillische Heer unter die Sense des Schwedenkönigs. Es dauerte nicht lange und die Botschaft davon kam bis in das Bruch. Der Wulfsbauer hatte sie in Burgdorf vernommen, wo er zu tun hatte. Junge, sagte Tädel zu Bollenatze, heute sind wir aber geritten, als ob der böse Feind hinter uns war, so ging das. Drei Tage darauf war Erntedankfest auf dem neuen Hofe. Noch keinmal war die Kanzel so schön mit Heidkränzen und Blumen ausgeschmückt gewesen und noch niemals hatten die Leute so helle Augen gehabt, seitdem sie im Bruche leben mussten und es war ihnen, als ob der Himmel noch nicht einmal so blank gewesen war. Aber eine solche Predigt, wie sie an dem Tage zu hören bekamen, hatten sie noch nie erlebt. Die Bauern rissen die Augen auf. Das war doch etwas anderes, als ihnen der alte Pastor in Wettmar bieten konnte. Das war wie eine Posaune des jüngsten Gerichtes und dann auch wieder, als wenn ein Engel Gottes zu ihnen redete und wenn ihnen eins an der Predigt nicht gefiel, so war es, dass sie sie unter freiem Himmel anhören mussten. Tja, sagte der alte Horstmann, eine Kirche, die müssen wir haben, das steht bei mir fest und wenn auch kein Turm daran ist und sie auch man aus Balken und Ortstein ist, ist doch etwas anderes, als wenn die Hähne mitsingen und die Hunde mitten in die Predigt blaffen. Das ist meine Meinung und dabei bleibe ich. Die anderen dachten nicht anders und so trugen sie dem Prediger das vor. Meine lieben Kinder, sagte er, und kein einer grinste, als der junge Mann so zu ihnen sprach, das war schon immer mein herzlichster Wunsch, doch wollte ich euch nicht die Last zumuten, aber da ihr selber damit ankommt, so sage ich nur, der Herr lohne euch und euren Kindern und Kindeskindern die Freude, die ihr mir damit gemacht habt. Es ging nicht ganz so schnell mit dem Bau, denn die Feldarbeit durfte darüber nicht liegen bleiben und zudem mussten die jungen Leute mehr als einmal aufsitzen und über die Heide reiten, wenn das Horn rief oder der bunte Stock umging. Es wurde auch keine stolze Kirche, sondern mehr eine Kapelle, aber fest genug waren die Ortseinwände und dicht genug das Dach aus Eichenbalken und in dem hölzernen Glockenturm, der dabei stand, hing zwar bloß eine ganz kleine Glocke, denn viel weiter, als man sie auf jedem Hofe hören konnte, sollte sie nicht zu vernehmen sein. Denn es wurde schlimmer und schlimmer von Tag zu Tag. Seitdem der Herzog schwedisch geworden war, schickte der Kaiser ihm einen Bullenbeißer nach dem anderen ins Land und es war kein Ende der Not. Bislang waren die schwersten Wetter immer an dem Dorfe vorbeigezogen, aber bald schlug es dicht dabei ein. Die Pappenheimer stürmten Burgdorf, ein halbes tausend Bürger kamen dabei um und die anderen waren zu Bettlern geworden, denn was nicht geraubt wurde an Geld und Gut, das fraß das Feuer. Kaum war das vorüber, so kamen die waldsteinischen Bluthunde und die Burgdorfer mussten Haus und Hof im Stiche lassen und zusehen, wie sie in dem wilden Walde ihr Leben fristeten. Gräulich ging es jetzt im Lande her, so schlimm, dass die Leute am Leben verzagten und alle Zucht und Sitte aufhörte. Die Wehrwölfe bedachten sich nicht mehr lange, wenn der ganze Haufen von fremden, halb verhungerten Bauern angezogen kamen, sondern machten schnell die Finger krumm. Dreißig marode Brüder fingen sie auf der Margitheide auf einmal und hingen sie an einem einzigen Galgen quer über den Dietweg und der Anführer bekam ein Brett vor dem Leib und darauf stand geschrieben, Wir sind die Wölfe dreimal einhundert und Elfe Wahret euch, wir bellen nicht, sondern beißen sogleich. Davor verjagte sich eine Bande von hundert Mann, die unter dem grünen Johannesweges kamen so sehr, dass sie unbesonnen umdrehte. Ihr Anführer wurde so geschimpft, weil er vom Kopf bis zu den Füßen grün gekleidet war. An seinen Händen backte mehr Blut als an denen aller Männer, die hinter ihm herzogen und von denen ein jeder es doch reichlich wert war, von unten herauf lebendig geredert zu werden. Er pflegte zu fluchen, so war mir der Teufel, mein lieber Freund, helfe! Das tat er auch, als er mit seiner Bande an dem Tage vor einem Tannenbusche lag und eine grässliche Schande machte. Schöne Lumpenkerle seid ihr mir, schimpfte er, vor Männern wegzulaufen, die an ihren Hälsen hängen, der Teufel, mein guter Freund, soll euch lotweise holen. Die Pfeife fiel ihm aus der Hand, denn eine Stimme, von der keiner wusste, ist sie hier oder ist sie da, war zu hören. Er steht hinter dir und holt dich, ehe, dass die Sonne untergeht, rief sie. Und dann kam ein Lachen hinterher, dass die Weibsleute schrien wie die Schweine und Hals über Kopf sprangen, die Männer auf und wankten durch die Heide. Der Wolfsbauer und Tedel mussten sich das Lachen verbeißen. Da waren nun an die 60 Kerle und an die 40 Weiber und ein einziger alter Mann jug sie hin, wo er sie hinhaben wollte. Ja, ich kann es noch zur Genüge, sagte Uhlenvater und ich bin heilfroh, dass ich die Kunst diesem verrückten Tesel von Rabitze seiner Zeit angelernt habe, womit er in Helmstedt in der Schenke den Leuten die Haare in die Hölle stellte. Er hob den Finger hoch. Sie blasen all. Na denn, bis nachher, ich alter Kröppel kann euch dabei doch nicht weiterhelfen. Der Oberobmann und Tedel drückten sich vorne in den Busch. An vier, fünf Stellen wurde geblasen, dann fiel ein Schuss. Die Weibsbilder schrien und dann knallte es überall und Wulf und Tedel sprangen von einem Machangel zum anderen, schossen, luden wieder, sprangen weiter und warteten, bis einer von der Bande herankam, zielten dann lange und wenn es knallte, schlug er ein Rad. Wie die Hasen im Kessel wurden sie zusammengeschossen, ganz gleich, ob sie Hosen oder Röcke anhatten. Damit sie nicht hecken, die Betzen, sagte Grönhagen, als eine große Frau mit schwarzen Haaren, die sich hinter dem grünen Johann bergen wollte, durch den Kopf schoss. Da sprang er von hinten zu, riss den Mann an seinem Barte zu Boden, drehte ihm die Arme auf den Rücken und Gödigengustel band ihm die Daumen übereinander. Dann stellten sie ihn an eine Fuhre und er musste zusehen, wie seine Mordgesellen unter die Erde kamen und als das vorbei war, wurde er aufgehängt, ehe die Sonne unterging. Wenn nun auch derartige Begebenheiten mehr als nötig dazwischen kamen, die Kapelle wurde fertig bis auf den Schlussstein über der großen Türe und darin war ein Kreuz eingehauen, das aus zwei übereinander liegenden Wolfsangeln gebildet war. Auch die Kirchhofsmauer wurde fertig, hoch und fest war sie, denn es lagen genug große Steine in der Heide herum und hinter die Mauer wurde ein Zaun aus spitzen Pfählen gemacht und Weißdornbüsche dazwischen gepflanzt und um die Mauer ein Graben gezogen, so tief, dass das Grundwasser herauskam, damit in der höchsten Not die Kapelle den Bauern als letzte Rettung dienen konnte. Am 18. Nebelung des Jahres 1632 wurde das erste Grab auf dem Kirchhofe gemacht und als der Prediger die Leichenrede hielt, waren alle Augen nass, auch die der Männer, denn die Wolfsbäuerin war es, die sie begruben. Sie hatte wohl ab und zu einen ihrer Anfälle gehabt, sah aber immer so frisch und rot aus, als fehlte ihr nichts und bloß der Prediger wusste, wie es um sie stand, denn dem hatte sie sich anvertraut. Er sah blass und elend aus, als er am Abend in seiner Dönze bei der kleinen eisernen Öllampe saß, denn sein Herz, das sich bis dahin noch keinem Weibe zugewandt hatte, hatte immer schnell geschlagen, wenn er die Frau nur vom Weitem sah. Aber mit keinem Blicke, geschweige denn mit einem Worte, hatte er sie merken lassen, wie es um ihn stand. Als Mieken kam und sagte, die Frau ist uns eben weggeblieben, da war er wohl so weiß wie eine Wand, als er in die Dönze kam und seine Hände beberten, als er ihr die Augen zudrückte, aber keiner sah ihm an, wie ihm zumute war. Als er am Abend nach der Beerdigung das Kirchenbuch auf den Tisch legte und die Gänsefeder in das schwere silberne Tintenfass steckte, das einer von der Bande des grünen Johann im Zwerchsack gehabt hatte, da fielen zwei Tränen auf das grobe Papier, auf das er mit seiner schönen Schrift die Worte hinsetzte, A.O.D.N.J. 1632, den 18. Novembris, wurde die Wulfsbäuerin und Ehefrau des Burvogtes Harm Wulf, Johanna Maria Elisabeth, gebürtige Neugebauerin des ausgetriebenen bayerischen Prädikatoris Bertoldi Neugebauri, ihren eheliche Tochter Allie bestattet. Selbige war eine Leuchte vor allen Weibern. Herr, gib ihr die ewige Ruhe und das ewige Licht leuchte ihr. Als er einen Monat später darunter schrieb, sie starb desselbigen Tages, da der schwedische König Gustavus Adolfus, Gott habe ihn selig, bei der Stadt Lützen zu Tode gekommen ist, da fielen noch einmal zwei Tränen auf das Blatt. Über diesem Büche saß der Prediger manchen lieben Abend, denn er hatte aus den Bauern alles herausgefragt, was sich in Oedringen und hinterher in Per Hobstl an wichtigen Dingen begeben hatte und das hatte er sich auf allerlei Zettel geschrieben. Von einem Wehrzuge hatte dann Renneken Klaus außer einem silbernen Kreuze und einem goldenen Attalkelche das Buch mitgebracht, das die marode Brüder mit sich geschleppt hatten, weil es in teures Leder gebunden war und drei silbervergoldete Schlösser hatte und nun saß der Prediger so oft er Zeit hatte darüber und schrieb alles das hinein, was er erfahren hatte. Auf der ersten Seite war ein schwarzes Kreuz gemalt, das aus einem roten Herze kam. Darunter war zu lesen, unser Anfang und unser Ende steht im Namen des Herrn, der Himmel und Erde gemachet hat. Auf der zweiten Seite aber stand Historia Perhobstelianer Oedring-Sigwe. Das ist gründlicher, wahrhaftiger und beständiger Bericht von dem an jetzt Wüstendorfe Oedringen und der Notkirche und Gemeinde Perhobstel. Sowohl was sich unter seinen Zeiten begeben, als was Ehrfeber die früheren herausbekommen, der Posteritit und nachgekommen zu Gut und Besten durch J.J. Josefum Putfakenium Predicatorium A.O.D.N.J. 1632 Schon im nächsten Monat musste der Prediger wieder einen Todesfall eintragen und wenn ihm dabei auch keine Träne aus den Augen lief, so ruhig wie sonst schrieb er doch nicht, denn wieder war ihm jemand genommen, dem er mehr zugetan war als irgendeinem anderen aus der Gemeinde. Der alte Uhl war's. Schon längere Zeit hatte er es auf der Brust gehabt, und als die Wolfsbäuerin ihm unter den Händen wegblieb und nicht wieder zu sich kam, da wurde er wie ein Schatten an der Wand, denn wer es nicht wusste, wie es war, der hätte die beiden für Vater und Tochter gehalten, wenn er sie zusammen sah. Bevor er ganz von sich kam, hatte er noch gesagt, ich komme zu meinen Töchtern Rose und Johanna. Ein Vierteljahr darauf, als die erste Dullerche über der Heide sank und die Räuke über der Wohlt riefen, ritt der Prediger mit Schäfenkasper, der ihm neben der Arbeit auf dem Neuen Hofe und dem Gotteslohn als Küster diente, und mit Mertensgard, der auch einer von den Stillen um ihn war, die keine starken Getränke und kein unchristliches Wort in den Mund nahmen, nach Engensinn. Die Wolfsbäuerin hatte ihm alles anvertraut, was zwischen ihr, Wieschen und Dreves Vater abgemacht war, denn ihrem Mann wollte sie keine Unruhe machen. Der Prediger hatte ihr in die Hand versprechen müssen, dass er dafür sorgen wolle, dass das Mädchen als Bäuerin auf den Neuen Hof käme. So also sieht der berühmte Oberobmann meine Dreves aus, dachte der Prediger, als er dem Burvogt die Hand gab. So alt und mit so weißen Haaren und so vielen Falten um den Mund und bei den Augen hatte er ihn sich nicht vorgestellt. Wenn der Mann auch noch wie eine Eich dastand, der Wurm saß in ihm unter der Burke war er morsch und olmig. Er wusste wohl, was den Mann drückte, der eines Tages gesagt hatte, ehe, dass ich mir und meinen Leuten auch nur einen Finger ritzen lasse, will ich lieber bis über die Enkel im Blute gehen. Aber wem ging es nicht so von den Männern, die sich auf ihren Höfen gehalten hatten? Als er dann mit dem Bauern über Wieschen und den Wolfsbauern gesprochen hatte und mit ihm allein war, denn das Mädchen war mit der Magd melken gegangen und der alte Mann ihm offenbarte, was er auf dem Herzen hatte, tröstete er ihn so gut er konnte. Wer sich und die Seinen gegen Schandtat und Gräuel wehrt und Wittfrauen und Waisen beschützt, Drewsbuhr, sagte er, dem wird unser Herrgott willkommen heißen und wenn seine Hände auch über und über rot sind. Da hatte der alte Mann tief aufgeseufzt und gesagt, denn so wille ich mir darüber keine Gedanken mehr machen, euer Ehren. Hinterher sprach der Prediger dann mit Wieschen. Das Mädchen wurde immer stiller, je mehr er sprach und schließlich sagte sie, ich habe gedacht, dass ich darüber hinweg bin, aber dem ist nicht so. Mein Wort halte ich und ich würde es halten, wenn ich auch in der Zeit gelernt hätte, einen anderen gern zu haben. Das ist nun nicht so, jene noch, der Wolfsbauer denkt in keiner Weise an mich und es wäre mir schrecklich zu denken, wenn er glaubte, ich hätte auf den Tod seiner Frau gelauert. Ich bin kein eines Mal in der Kirche gewesen, ohne Gott zu bitten, dass er ihr ein langes Leben geben soll, seit dem Tage, dass sie sich mit mir ausgesprochen hat. Sie ist mir so lieb gewesen, als wie eine Schwester. Und wenn er eine andere findet, die ihm lieber ist und die ist gut zu den Kindern, keine sollte es mehr freuen als mich, denn um alles in der Welt möchte ich nicht, dass er denkt, ich wollte ihn zwingen, weil seine selige Frau einmal diesen Wunsch hatte. Der Prediger gab ihr die Hand. Eine solche Antwort, die passt sich für eine christliche Jungfrau. Verlasse dich ganz auf mich. Mein lieber Freund soll nichts von ihr denken, was ihr nicht angenehm ist. Und nun will ich gern, wie es ihr Vater wünscht, eine kurze Abend Andacht halten und bei dem Kleinen wird es Zeit, dass wir uns zum Aufbruch rüsten. Während der Andacht sah er neben der Haustochter ein Mädchen knien, die ein Gesicht hatte, das ihn an seine selige Mutter erinnerte. Sie sah aus, als hätte sie viel Böses ausgestanden, aber als sie einmal nach ihm hinsah, merkte er, dass ihr Herz rein und gut geblieben war. Er sah hinterher, dass es die Magd war. Er wusste nicht, warum er nach ihr hinsehen musste, als sie die Stühle beiseite stellte und er hätte gern gewusst, was es mit ihr für ein Bewenden habe, aber er fragte darum doch nicht danach. Es schummerte schon, als er mit den anderen durch die Heide ritt. In den Gründen stieg der Nebel auf, die Frösche knurrten in den Pümpen, von der Wohlt heulten die Wölfe den Mond an und im Moore waren die Kraniche am Prahlen. In der Richtung nach Mellendorf zu war der Himmel rot, da brannte ein Hof oder ein Dorf. Errette sie, Herr, betete der Prediger in sich hinein vor den bösen Menschen, behüte sie vor den frevelhaften Leuten. Sie waren meist am Bredloh, da polterten lauthals schreiend ein paar Krähen aus den Tannen. Rief Merkens Gerd und riss sein Pferd zurück und die anderen taten das auch und nahmen die Pistolen zur Hand. In demselben Augenblicke kam ein roter Schein aus dem Busche und eine Kugel flog über den Prediger hin, aber sogleich schoss der auch und hörte einen Mann aufschreien und da sah er, dass ein anderer auf den Küster anlegte. Er ritt ihn über den Haufen und als er kehrt machte, hörte er einen Schuss und der Kerl, der sich gerade wieder aufrappeln wollte, fiel um. Mertens Gerd hatte ihn geschossen. Als sie in der blanken Heide waren, hielt der Prediger an. Lasset uns dem Herrn danken für seine Güte, sagte er, indem er die Kappe abnahm, lasset uns beten. Herr, Herr, meine starke Hilfe, du beschirmst mein Haupt zur Zeit des Streites. Als er sich wieder bedeckt hatte, sagte er, es steht geschrieben, wer Menschenblut vergießt, dessen Blut soll wiedervergossen werden. Auf uns trifft das nicht zu. Wer seinem Bruder aus dem Hinterhalte nach dem Leben trachtet, der ist wie der Wolf, sein Blut befleckt den Nicht, der ihn erschlägt. Unsere Hände sind rein vor dem Herrn. Am anderen Tage suchten Tedl, Rennecken, Klaus und Mertens Gerd das Bredlo ab. Die Wölfe hatten saubere Arbeit gemacht, eine Handvoll Thaler hatten sie aber liegen lassen und ein paar gute Pistolen. Das muss ich sagen, meinte Tedl zu dem Wolfsbauern, das ist ein Prediger, wie er zu uns passt. Ich dachte, der kann bloß mit der Schrift schießen. Aber was denkt man nicht alles von einem Menschen, ehe man nicht drei Schöffel Salz mit ihm gegessen hat? Ich sage mal bloß, unser Prediger, so einen soll man erst wieder suchen. Wer hätte das gedacht, als er den Tag hinter dem Machangelbusch saß und lauthals singen tat? Seit diesem Tage stand Puttfarken noch anders da als zuvor und als er sich von selber anbot, auf Wache zu ziehen und das so oft tat, wie die Reihe an ihm war, da brauchte er nicht erst darum zu bitten und es wurde ihm der Kapelle gegenüber ein Haus gebaut, wie es sich schickte und was da rein gehörte, kam alles von selber an. Nun fehlt euch bloß noch eine glatte Frau, meinte der Burvogt, dann habt ihr alles in der Reihe. Aber Puttfarken schlug die Augen unter sich und sagte, damit hat es noch Zeit, Wulfsbur. Als er aber abends über seinem Buche saß, musste er an die Markt vom Dreeveshofe denken. Am anderen Tage, als er den Bauern beim Grabenmachen antraf und mit ihm fesperrte, fing er an. Burvogt, gestern hat er mir gesagt, dass in meinem Hause eine Frau fehlt und ich sagte, dass es damit noch Zeit habe. Aber jetzt will ich ihm etwas sagen. In seinem Hause, da fehlt eine Frau. Lass er mich erst zu Ende reden. Das sage ich nicht, weil ich denke, er kann jetzt schon seine selige Frau vergessen haben und seine Augen auf eine andere schmeißen. Dazu kenne ich ihn viel zu gut. Aber es ist einmal der Kinder wegen und dann auch, weil, was er nicht weiß, ein Mädchen da ist, das ihn vom ersten Tage gern hat, an dem es ihn gesehen hat und dass seinen Kindern die beste Zweitmutter sein wird, die man sich denken kann. Der Bauer schüttelte erst den Kopf, als der Prediger so sprach, aber als er ihm verklarte, dass die Bäuerin ihn aufgetragen hatte, dafür zu sorgen, dass Wieschen ihr Versprechen hielt, da meinte er bloß noch, die junge glatte Dern ist viel zu schade für mich. Seht her! Und dabei nahm er den Hut ab. Halbig grau bin ich schon, denn ich habe doch allerlei aufhucken müssen in diesen Jahren und das Beste, was ich zu bieten hatte, zur Hälfte liegt es in Ödringen unter der Asche und zur Hälfte bei der Kirche unter dem Rasen. Das Mädchen verdient einen Mann, der ihr mehr zu bieten hat, als wie ich. Für den Tag schwieg der Prediger von der Sache, aber nachdem er einmal wieder in engen Sinn gewesen war, kam er ab und zu darauf zurück und ließ nicht eher nach, als bis der Bauer sagte, wenn das Jahr sich gewendet hat, seitdem meine Johanna fort musste und Wieschen noch ebenso denkt, als wie sie zu euch gesagt hat, denn so soll es so werden, wie sie es mit meiner seligen Frau abgemacht hat. Der Kinder wegen wäre es mir schon am liebsten, sie kommt schon morgen, aber das wäre einmal gegen jede Art und außerdem, ehe das Jahr nicht hinter mir ist, fasse ich keine Frau an. Dass ich das beim ersten Male getan habe, hat mich oft genug gedauert, wenn es auch nicht anders ging. Eine Woche später war Wieschen da. Sie kam aber nicht allein, denn ihr Vater war bei ihr. Der Prediger hatte ihnen klar gemacht, dass die beiden Kinder je eher, je besser unter die Hand kämen, die sie fernerhin hüten sollte und da hatte der alte Mann gesagt, und ich, an mich denkt wohl kein Mensch, was bin ich denn, wenn Wieschen weg ist? Lieschen, die hat ihren Mann und ihre Kinder, die hat keine Zeit für mich. Wenn ihr mich mit in den Kauf nehmt, schlage ich ein, sonst kann aus dem Handeln nichts werden. Er hatte aber seine Hintergedanken, als er das sagte, denn wenn er auch seine Tochter nicht missen wollte, in der Hauptsache war es, dass er bei dem Prediger sein wollte. Denn wenn er dem in die Augen sah, dann vergaß er die dummen Gedanken, die er jetzt so oft hatte und sah nicht die vielen weißen Gesichter mit den roten Löchern in der Stirn, bangte sich nicht vor den Männern, die mit einer Wiede um den Hals vor einer Birke hin und her gingen und an die er jedes Mal denken musste, wenn er einen Birkenbaum sah oder den Pendel in der Kastenuhr. Das ist mir gerade recht, sagte der Prediger, der es wohl merkte, wohin aus der alte Mann wollte. Und passt es sich für ihn auf dem neuen Hofe nicht, so ist er mir herzlich willkommen, denn in meinem Hause bin ich doch so allein wie der Dachs in seinem Loche und jedwen geschlagenen Abend kann ich unmöglich bei den Wolfsbauern sitzen. Aber damit war dieser nun nicht zufrieden. Er räumte Dreves und Wieschen die großen Schlafdünze ein. Sie lebten nun so hin wie Bruder und Schwester, der Bauer und das Mädchen und erst im Julmond kam es in engen Sinn zur Löff- und Ehe-Stiftung. Aber ob zwar sie damit schon vor der ganzen Freundschaft nach dem alten Braucher als Eheleute galten, die Ehedünze beschritten sie erst, als der Prediger sie zusammengegeben, denn das hatte er sich als Kuppelpelz ausbedungen. Wisse, sagte er zu dem Bauern, ich bin selbst Bauernsohn und weiß wohl, dass die Löfft als volle Ehe galt, ehe die kirchliche Trauung aufkam. Da wir diese aber nun einmal haben, so soll es sein, dass erst mit ihr eine christliche Ehe beginnt, vorzüglich in seinem Falle, wo er schon einen Hoferben hat, und dann auch, weil der Buervogt auch in diesen Dingen dem Dorfe ein Beispiel sein soll, und schließlich, weil er kein Junggeselle ist, der die Zeit nicht abwarten kann. Er war sehr zufrieden gewesen, als der Bauer sofort einschlug und sagte, das ist ganz meine Meinung. Es war bloß eine stille Hochzeit, denn dem Bräutigam war nicht nach Tanzen und Trinken zumute, und der Braut erst recht nicht, und zudem war Landestrauer, da kurz zuvor Herzog Christian mit Tod abgegangen war, und am letzten Ende waren die Zeiten nicht danach. Aber es war eine schöne Traurrede, die der Prediger hielt, und es war manch einer im Dorfe, der da sagte, in einer Weise ist eine Brutlacht wie diese doch anständiger, als wenn in einem Ende hingesoffen und gefressen wird. Die Braut war sehr still gewesen die ganzen Tage vorher, und unter der Trauung sah sie aus wie Kalk an der Kirchenwand, denn sie hatte zu viel Bange, dass der Bauer sie bloß gezwungen nahm. Am anderen Tage aber sah sie schon wieder aus wie immer, denn als sie mit ihrem Manne allein war, hatte er sie an der Hand genommen und ihr gesagt, ich habe in der Zeit, die du hier warst, doch herausgefunden, dass ich innerlich noch nicht alt und kalt bin, und dass ich es dir nicht gezeigt habe, wie gern ich dich habe, das tat ich, weil ich bis auf den heutigen Tag gelobt hatte, dich nicht anzufassen. Aber jetzt wieschen, und dabei fasste er sie um und gab ihr einen Kuss, bist du meine Frau und soweit es an mir liegt, soll es dich nicht bereuen, dass du es mir geworden bist. Da hatte die junge Frau erst so geweint, dass ihm ganz ängstlich zumute war. Aber als er die Hände vom Gesicht machte, sah er, dass das Sonnenregen war, und seine Frau lachte und warf ihm die Arme um den Hals. Es war gut gewesen, dass auf der Hochzeit des Wolfsbauern bloß ein Tischtrunk gegeben hatte, denn am anderen Morgen wurde die halbe Jungmannschaft von Peerhofsberge abgerufen. Lose Haufen von Schweden ließen sich in der Umgebung blicken und hausten schlimmer als das Vieh. Seitdem ihr König gefallen war, kannten sie keine Zucht mehr und Frauen schänden und Kinder schinden, das war ihnen weiter nichts als ein kleiner Spaß. Aber der eine Haufen, der durch das Bruch ziehen wollte, lernte bald, dass es da auch Wintertags Genitten gab. Als sie mit ihren Gäulen mühselig durch Schnee und Morass zogen, fingen die Am Sonntag drei Könige hatten die Peer Hobstler wieder gesungen und wenn die Welt voll Teufel wäre, es war an dem, was sie zu Ohren bekamen, war Mord und Brand. Wenn einmal eine Woche kein roter Schein am Himmel stand, nachdem die Sonne untergegangen war, dann vermissten die Leute beinahe etwas. Und nach einer Leiche am Straßenbord wurden nicht mehr hingesehen, als vor dem nach einer verreckten Katze. Der Prediger hatte einen schweren Stand, dass er seine Gemeinde bei Christi Wort und Lehre hielt, denn wie an der Pest die Leiber, so siechten an der gräulichen Zeit die Seelen hin. Das Herz wollte ihm im Leibe stehen bleiben, wenn er erzählen hörte, in welcher Weise die Bauern an ihren Peinigern Rache nahmen, und er verjagte sich, als Schwefen Kasper ihnen aller Seelen Ruhe erzählte, in Brelingen hat ein einstelliger Bauer, der im Busche wohnt, seit einem halben Jahre einen von den Pappenheimern an der Kette im Stall liegen, sodass er aus dem Troge fressen muss. Der Mann hat ganz recht, die Hunde haben ihm seine Frau zu Schanden gemacht, und wer sich als Hund ausgibt, muss hieß es, Weinhausen ist ausgeraubt, und hinterher, in alten Zelle ist der Pastor zu Tode geschlagen worden. Je länger es dauerte, umso schlimmer wurde es. Das platte Land wimmelte von Freibäutern und Bärenhäutern. Wenn es so beibleibt, knurrte Schütte, dann werden uns die Wieden knapp und wir müssen nachpflanzen. Und Wieken Ludolf lachte, so viel Mühe machen wir uns schon lange nicht mehr, denn sonst hängen am Ende schon alle Birken voll und auf die Dauer ist das wirklich kein schöner Anblick. Mit dem Bleibängel geht es sowieso schneller. Ganz schlimm wurde es aber erst, als Herzog Georg, der Bruder des Landesherrn, wieder zu dem Kaiser überging, weil die Schweden ihn für einen Bauern kaufen wollten. Es war, als wenn die Hölle alle ihre Teufel auf einmal von sich gegeben hätte und der Prediger sagte nichts mehr, wenn er hörte, wie die Bauern Gleiches mit Gleichem vergalten. Die Feldbestellung hatte meist ganz aufgehört, die Ställe standen leer, die Menschen geruben nach wilden Wurzeln und fraßen Mäuse und Ratten, Schnecken und Frösche, Hunde und Katzen und manches Stück Fleisch, das in den Topf hundert Schritte von seinem Dorfe wegging, kam wohl wieder zurück, aber in Stücken, die unter dem Mantel getragen wurden und die Eltern mussten aufpassen, wenn sie ihre Kinder behalten wollten. Der Prediger war noch keine dreißig Jahre alt, da hatte er schon graue Haare über den Ohren und die Falten, er um den Mund hatte, waren so tief wie bei einem alten Manne. Dabei war es auf dem Pärhofsberge noch auszuhalten. War auch die Ernte schlecht gewesen, musste auch in jedem Hause Baumrinde in das Brot gebacken werden oder Eichelschrot, satt wurden sie noch immer, denn es wuchs allerlei in der Wohlt, dass es sie essen ließ und an Wildbritt und Fischen mangelte es niemals. Aber das Schlimmste für die Leute war, dass sie ewig Angst haben mussten, eines Tages Könner ein so starker Haufen Kriegsvolk nach dem Dorfe hin finden, dass sie sich seiner nicht mehr erwehren konnten. Auch dem Prediger wurde es oft schlecht unter dem Brusttucher. Um sich selber bangte er sich nicht. Doch seitdem in Engelsen Kroaten ziemlich schlimm gehaust hatten, aber schleunigst abziehen mussten, weil die Wehrwölfe dreimal so stark waren als sie, so dass keiner von dem Tagevolk mehr den Weg zurück fand, konnte er keine Nacht mehr ruhig schlafen, denn er musste immer und immer daran denken, wie es Tormanns Grete, die als Magd auf dem Dreveshofe diente, bei einer solchen Gelegenheit gehen konnte. Er hatte es dem Mädchen gleich angesehen, dass sie etwas Schweres hinter sich hatte, und er hatte es von dem alten Dreves heraus gefragt, was es war. Sie als ein Trupp Raubgesindel darauf loszog, und wobei Steerswieschen, Schäfen Kaspers Schatz, elendig zu Tode kam. Der Hof ging in Flammen auf, und da zogen Tormanns auf einen anderen Hof vor Wettmar, der ihnen auch gehörte und den sie verpachtet hatten. Jedoch acht Wochen darauf lebte keiner von der Familie mehr außer Grete, und die bloß deshalb, weil sie sich bei den jungen Dreves verdingt hatte, wo sie wie eine Tochter gehalten wurde, denn Witte, der Dreves Bur war Vetter zu ihr. Ich möchte bloß wissen, was unser Prediger immer und immer in Engelsinn zu tun hat, sagte Tedel zu seiner Hille, die mittlerweile schon das vierte Kind an der Brust hatte und dabei immer völliger wurde. Es geht kaum eine Woche hin, dass er nicht dahin reitet, seine Frau lachte. Er wird da wohl ein Geschäft mit jemand haben, der einen roten Rock anhat und das Haar in einem Dutten trägt, meinte sie. Der, der denkt an alles andere als an die Weibsleute, meinte Tedel. Nee, Mädchen, dieses Mal bist du vom Wege abgekommen. Es war aber doch so. Ehe ein Monat hin war, zog Grete Thormann mit allem, was sie hatte und das war nicht viel auf dem neuen Hof und von da ab war der Prediger mehr da als in seinem eigenen Hause und am nächsten Sonntag schmiss er sich und Grete von der Kanzel und zwei Wochen später traute sie der Pastor in Wettmar in aller Stille. Seit der Zeit sah der Prediger nicht mehr so düster vor sich hin und seine Frau bekam auch ein anderes Gesicht besonders zehn Monate später als sie noch etwas anderes zu tun bekam als Brotbacken und die Kuh zu melken nach zwei Monaten stand ihr der rote Rock hinten ein ganzes Ende von den Hacken ab so rund war sie geworden und auch der Prediger setzte an wie eine Gans die von der Stoppel in den Stall kommt am besten aber bekam das freien Scheven Kasper die ganze Zeit hatte er sich mit Mieken herumgekabbelt der eine stand dem anderen im Wege alle Augenblicke hörte man Miekens Stimme oder so etwas ähnliches und hinter ihr her brummte es dann schließlich wurde es der Bäuerin zu dumm damit und als sich die beiden im Stall mal wieder anbellten schlug sie die Türe zu hakte das Holzschloss ein und rief so und nun kommt ihr erst wieder heraus wenn ihr gut Freund geworden seid nun war die Rückwand des Stalles aber aus flachten Werk und da schlich sich die Bäuerin hin und horchte harm sagte sie abends und lachte dass das Bett knackte ein schade dass du das nicht auch gehört hast erst war alles still dann fing Mieken an vertragen mit so nem ollen potte kehl denke nicht dran du faulmäulischer Hund was ich da wohl nach frage wie der sich zu mir stellen tut nicht so viel wie der Hahn auf den Schwanz tragen kann lieber suche ich mir einen anderen Dienst das fehlte noch gerade wer war denn er da soll hingehen wo er hergekommen ist und dann auf einmal davor hab ich immer in die Fußlappen genäht und Strümpfe hab ich auch gestrickt und die Büchsen geflickt und das ist der Dank und dann heulte sie laut als los na und dann hörte ich Kasper brummen als Sohn Tags und dann war alles stille na als ich sie dann raus lief hatte Mieken die Augen unter sich und Kasper grinte wie ein Honigkuchen Pferd und sagte du sollst auch vielmal bedankt sein Beuren und in vier Wochen da wollen wir freien das taten sie dann auch und über acht Monate waren ein kleiner Kasper und ein Lütjes Mieken da und Scheven Kasper konnte auf einmal das Maul aufmachen und das Lachen lernte er auch noch ich weiß gar nicht euer Ehren was das jetzt ist sagte der Wolfsbauer es ist ja wie die reine Verabredung wohin man hört immer erregnet es Zwillinge wenn es nicht gar Drillinge sind wenn das so beibleibt denn so können sich unsere Kinder eine Kirche bauen die fünfmal so groß ist und mehr Land müssen sie auch unter den Flug nehmen als wir heute mein mein Wieschen bringt mir zu den einem Paar noch eins eure liebe Frau will darin auch nicht zurück stehen bei Bolles sind in zwei Jahren vier Kinder angekommen Scheves Kasper lässt sich auch nicht lumpen das war doch früher nicht so na wenn ich mal den bunten Stock oder das große Horn abgebe dann kriegt der der nach mir kommt die doppelte Arbeit so war es aber nicht nur auf dem Pärhubs Berge es war als wenn das Volk durch doppelte und dreifache Geburten die Löcher wieder anfüllen wollte die Krieg Pest und Hunger gerissen hatten und immer mehr rissen Ganze Dörfer waren Wüst Andere hatten kaum noch ein Viertel der Einwohner was nicht tot war trieb sich im Lande herum oder lag halb verhungert unter den Mauern von Celle wo die Kanonen wenigstens etwas Schutz vor den Mordbanden boten die heute der Kaiser morgen der Schweden auf das Land hetzte und mit denen es gar kein Ende nehmen wollte zehn Jahre und mehr spielten sie schon Schindluder damit und wenn die Kinder die in dieser Zeit aufgewachsen waren zu hören bekamen dass es einmal eine Zeit gab in der man sich jeden Tag satt essen konnte dann lachten sie und sagten kann der aber lügen so schrecklich wurde es dass man pestleichen fraß und dass Eltern ihre Kinder tot machten weil sie ihnen keinen Bissen Brot mehr geben was er unterwegs belebt hatte als er in Zelle zu tun gehabt hatte die stände versammlung hatte dem herzog august die mittel bewilligt dass sein bruder georg eisen hand krieg gegen alles führen sollte was dem lande das blut aussaugte schatzung auf schatzung wurde ausgeschrieben und knecht und markt mussten ihren letzten gorschen hergeben da war der wulfsbauer nach der hauptstadt geritten die gräfin meereshoffen die schon graue haare bekommen hatte denn ihre drei brüder hatte der krieg gefressen und ihre schwester war unter den toren von lüneburg mit ihrer dienerschaft auf grässliche weise umgebracht gab ihm einen brief und so wurde er bei dem minister vor gelassen der behielt den bauern eine stunde bei sich und fuhr mit ihm nachher zum herzog und da erzählte wolf wie er und die anderen sich geholfen hatten denn der minister wusste die hälfte noch schon der herzog der etwas ängstlicher art war wurde ganz weiß im gesicht als der bauer sagte aller gnädigster herr gezählt haben wir sie nicht aber es kann wohl bis auf einige tausend hin langen denen wir das genick länger gemacht haben der minister aber sagte wenn sie alle so wären wenn sie alle so wären dann stände es besser um unser armes land er sprach eine weile vertraulich mit dem herzog und dann sagte er zu wolf der allergnädigste herr erlässt per hobsel jede schatzung solange der krieg anhält dafür dass ihr euch als wackere männer und treue untertanen bewiesen habt zwei Tage später war der bauer mit zwölf von den 33 unter obermännern wieder in zelle und legte dem minister einen beutel mit tausend talern in gold als freiwilliges geschenk auf den tisch das ist mir beim wehren so in den fingern hängen geblieben sagte er und ich denke unser herr herzog hat wohl verwendung dafür der minister schlug ihn auf die schulter und schüttelte ihm die hand er ist ein ganzer kerl burvok eingekehrt als der bauer ihm das gesagt hatte sagte er in zwei stunden schicke ich ihm etwas es war noch nicht anderthalb stunden hin da fuhr ein herzoglicher wagen vor der goldenen sonne vor und ein kammerherr mit einem diener stieg aus sie gingen in das herrschaftliche zimmer und gleich darauf kam der wirt und winkte dem Bauern du sollst mal rüberkommen der kammerherr rollte ein papier auf und las vor was darin stand und dem Bauern wurde es dunkel vor den augen denn das war mehr als er erwartet hatte schatzfreiheit für per hobsel solange der krieg anhielt amtliche anerkennung der kirchengemeinde per hobsel unter belassung des pfarrers puttfarken befreiung des neuen hofes von allen lasten für ewige zeiten mit ausnahme der stellung eines das ist zu viel euer gnaden sagte der bauer das ist zu viel der kammerherr aber lächelte und nahm dem diener den kasten ab den er in der hand trug machte ihn auf und sagte indem er auf ein kleines bild im goldenen rahmen wies auf dem der herzog war wie er leibte und lebte das schickt ihn unser aller gnädigster Herr und einen schönen Dank dazu und er lässt sagen wenn er wieder einmal eine bitte hat soll er man dreist zu kommen am meisten freute sich der prediger als der burvogt nach an dem selben abend den bunten stock rund gehen ließ und bauern mal ansagte er konnte nichts anderes er musste erst nach hause laufen und seiner Frau zurufen der herzog hat die gemeinde anerkannt margarete und mich auch und so die tränen über das gesicht und er musste sich hinsetzen so schwach wurde es ihm in den beinen er hatte aber die freude auch bitter nötig denn immer mehr drückte es ihn wie der krieg auch immer per hobsel seine schatten schmiss und die leute hart und kalt machte nun aber hatte er einen text für den nächsten sonntag er machte der gemeinde offenbar wie gut sie es hätte gegen das was andere leute auszustehen hatten und also sollten sie nicht klagen und verzagen sondern in der furcht des herrn leben und die köpfe hoch halten die leute schuderten zusammen als sie vernahmen wie es anderswo zuging und dankten gott dass es bei ihnen nicht so war wie in der Gegend von der das fliegende Blatt meldete dass der Burvog aus zelle mitgebracht hatte und dass der prediger ihnen vorlas denn am schluss hieß es darin aus hunger nach dem brot in wäldern viel erfroren von haus und hof verjagt zwei kinder man fund mit schmerzen die von ihrer mutter herzen aus hungers not genagt die kaiserlichen es wurde ein harter winter und der schnee blieb liegen die per hobstler hatten Angst dass ihre fußspuren feinde in das dorf ziehen würden und so mussten sie sich nach jedem neuschnee daran geben und an dem dorfe vorbei falsche spuren durch die heide machen so hatten sie wenigstens etwas zu tun und verfielen nicht vor lange weile in trübsinn damit die arbeit nicht abriss so ging der wolfsbauer dabei wenn die kälte einmal nachließ und der boden weich wurde ein festes blockhaus in der wall burg zu bauen denn er sagte sich dass doch noch einmal ein haufen mordgesindel nach dem peahobsberge hinfinden könnte und dann war es schlimm tedel machte ihm das sofort nach und dann bolle und henke und duwe und rennecke und schließlich wollte jeder in der burg ein haus mit stall haben sie bauten die häuser dicht an den wall heran und deckten sie war leiteten sie eine quelle in den burggraben nachdem sie ihn vorher noch tiefer und steiler gemacht hatten zuletzt war der zuweg abgegraben und eine fallbrücke kam statt seiner dahin auch ein brunnen wurde gegraben und schließlich wurde alles pulver und blei das zu entbehren war in die blockhüten geschafft und alle überflüssigen schießgewehre und sonstige Waffen auch Pfannen und Töpfe dort untergebracht Brennholz Kleidungsstücke und Mundvorrat aller Art und Viehfutter sowie alle Immenkörbe aus dem Dorfe als alles fertig war hielt der Burvogt auf dem Bauernmale eine Rede und sagte jetzt können sie kommen wenn sie lustig sind wir wollen sie schon gut bedienen da hielten die Bauern die Köpfe wieder höher was konnte ihnen auch viel geschehen setzte ihnen der Feind den roten Hahn auf wuchs genug in der Wohlt alle Wertsachen und das Bargeld lagen im Wall und ehe der Feind beim Dorfe war hatten die Wachen ihn schon spitz und meldeten ihn an denn nach der Ernte war der Wachdienst noch besser eingerichtet als dreiften den ganzen Tag über berittene Wachen durch die Heide damit den Leuten die Abende nicht zu lang wurden sorgte der Prediger für allerhand Zeitvertreib im Pfarrhaus veranstaltete er Zusammenkünfte bei denen die Heilige Schrift ausgelegt wurde und an etlichen Tagen las er aus anderen Büchern vor damit die Leute wieder einmal von Herzen lachen konnten er erzählte ihnen wie es in der Marsch an der Schule gelebt hatte und er taute einem nach dem anderen die Zunge im Mund los und jeder erzählte irgendetwas sogar Schäfenkasper tat das und er war sehr stolz dass alle so mächtig lachten sie taten das aber weil kein Mensch an dem was er sagte herausfinden konnte was war nun Kopf und was stört alle zwei Wochen gab es auf dem neuen Hof Tanz für das junge Volk denn Wittenfritze spielte die Fiedel und Duven Hinrich verstand sich großartig auf Pickelflöte es ging lustig auf diesen Tanzabenden zu lustig aber doch sinnig denn außer einem Trunk Bier gab es nichts weiter und wenn auch nicht so viel gejucht wurde und die roten Röcke auch nicht ganz so hoch flogen als sonst dafür gab es auch keinen Zank und Streit und am anderen Tag keine dicken Köpfe es tanzten aber auch die befreiten Leute mit ein großes Hallo gab es als sogar der Prediger zeigte dass er und seine Frau so gut tanzen konnten wie einer und als die Mädchen freie Hand hatten wollte eine jede mit ihm tanzen ja unser Prediger das ist einer sagte Tedel als er mit seiner Hille nach Hause schob so ging der Winter schneller hin als man dachte und besondere Ungelegenheiten brachte er auch nicht einmal war allerdings eine große Bande von Schweden dem Dorfe ziemlich nahe gekommen als der Wolfsbauer und seine beiden Knechte die auf Streifwache geritten waren sie spitz kriegten da zeigte Schevenkasper dass er doch nicht so dumm war wie er sich anstellte und lieferte ein Stück dass er auf einmal ein berühmter Mann wurde sogar bei seiner Frau die ihn jeden Tag mit seiner Maul Faulheit und Dröhigkeit aufzog als er das Kalb mit den zwei Köppen kriegte tja da dachte ich gleich wenn das mal nicht zu bedeuten hat dachte ich tja und so war es dann auch so bei uhr achte es kann aber auch schon neune gewesen sein sagte der Bauer zu mir und kiert wollen bischen in Heide vielleicht dass wir was Neues gewahr werden na wir also los tja und als wir meist beim Bullenbruch sind da heißt es wir waren noch auf dem Höld gebrunnen was meint ihr wohl da kommen da Reiter an und gleich an die 40 Stück giert sagte der Bauer da mach dass du nach dem Peerhofsberge kommst lass tuten und blasen wir wollen sehen dass wir Hilfe kriegen tja und dann kam mir ein Gedanke wahrhaftig und ich sagte Wolfsbur sagte ich wenn wir nun in den Busch reiten wo wir über dem Wind sind und ich mache wie eine Kuh oder zwei oder drei und wie ein Kalb und das Schweine Geschrei habe ich auch los tja das habe ich vielleicht dass wir sie damit vom Wege weg zocken und der Bauer war das zufrieden Kaspar sagte er das ist ein Gedanke na wir also in dem Busch bis wir über dem Wind Miu und so eine Stärke und immer gefährlicher gebölkt und dazwischen wie ein Schwein und ab und zu ließ sich eine Stute losgehen oder ein Füllen tja und was meint ihr richtig fallen sie darauf rein die Döllmer und wir zocken sie aus dem Bullenbruche nach dem Osterhol und von da nach Nienwohle und von da nach dem Düsterbrock und von da nach dem Negenbarkenbusch und dann hast du nicht gesehen Klabuster Klabuster nach Rammlingen geritten und Hilfe geholt tja na und das andere das wisst ihr ja besser als wie ich das war nämlich auch ganz lustig in Rammlingen war gerade an die 80 von den 333 zusammen als die beiden Perhobstler angeritten kamen und Meldung machten schrie Schütte das kommt uns gut zu Passe und nun will ich euch was sagen wir wollen das einmal anders machen als bislang das alte Ablauern hinter den Büschen ist auf die Dauer langweilig meine ich wir holen uns noch stücker 20 Mann und noch mehr dazu und dann reiten wir sie glatt über es muss doch mit dem Deibel zugehen wenn wir sie nicht unter die Füße kriegen der ober der ober man hatte eine andere meinung aber die übrigen waren alle dafür und so ging es los sie kriegten noch unterwegs an die 30 von ihren Leuten zusammen so dass sie ihre hundert und zähne waren machten sich alle die Gesichter schwarz und ritten los gödekengustel und zwei andere ritten voran die schweden zogen durch das jammertal wo nichts war als sand und krause fuhren als sie mitten in den heidbergen waren fielen die Bauern von zwei seiten über sie her die jungen bliesen auf den hörnern und klappen mit den langen peitschen die schweden hatten lauter zusammengestohlene pferde und die wurden verrückt als sie das anjuchen und das klappen hörten liefen einander über den haufen und brachen nach allen ecken aus und da taten die pistolen bleiknüppel und die barten ihre schuldigkeit bis der letzte reiter aus dem sattel war aber von den wehrwölfen hatten sieben man auch tüchtig etwas abgekriegt und am meisten schütte er hatte einen schuss mitten in die brust und starb nach einer viertelstunde sein letztes wort aber war kinder war das ein spaß mitten im jammertale lag eine kuhle da kamen die schweden alle hinein und seitdem hieß die stelle das schweden loch nicht weit davon lag eine flatt das nannten sie das große hunde beißen im hornung hatte da nämlich wieder ein trupp schweden gelegen 15 köpfe stark und die bauern wollten gerade hin und sie aus dem wege besorgen da kamen tedel und girt angeritten und meldeten dass von der anderen seite ein dutzend kaiserliche ankamen da sagte der oberobmann so da soll ein hund den anderen beißen er ritt nach der burg zog sich wie ein kaiserlicher an und dann ritt er so dicht an den schweden vorbei dass sie seine farben erkennen konnten sofort waren sie hinter ihm her aber sie verstanden sich auf das reiten in der hohen heide schlecht und so zockte sie der wolfsbauer den kaiserlichen in den hals und machte sich dann dünne die bauern warteten bis alles kops über kops unter ging und dann fegten sie das kaff von der dele da gab es dann jedes mal genug zu erzählen im dorfe und so wurde es frühling ehe man wusste wie es zugegangen war besser wurde es da auch noch nicht mit dem kriege aber die feldarbeit fing an und die leute wussten wozu sie auf der welt waren wenn sie sich auch wie die wölfe im bruch bergen mussten denn einmal zogen tag für tag die kriegsvölker hin und her und zweitens ging der schwarze tod und ihre häuser rein zu halten keinen hunger litten und mäßig lebten so schielte die seuche wohl nach dem dorfe musste es aber zufrieden lassen durch ihre arbeit kamen die leute über ihre ängste und sorgen am besten weg darum was draußen vorging scherten sie sich wenig sind wir nun schwedisch oder sind wir kaiserlich fragte der Burvog den prediger ich finde da nicht mehr durch Fieken Ludolf sagt der Regent weiß auch nicht wie er dran ist und darum hat er sich mit dem hessen zusammen getan und geht gegen alles an was hier nicht her gehört ganz so wie wir und das ist auch das einzig wahre er war mittlerweile ganz grau geworden das hin und her jagen in der heide und alles das andere hatten ihm den Kopf abgebleicht seine Stirne Kraus und seinen Mund eng gemacht sonst aber war er noch ganz der alte und zwölf stunden im sattel zu sein das machte ihm nicht viel aus bei allen wichtigen Sachen war er nun wieder das Haupt denn Fieken Ludolf war zu sehr doll und konnte das abwarten nicht vertragen wäre Wulff nicht gewesen so hätte der Rammlinger all lange unter der Erde gelegen denn als ihm einmal wieder die Hand vor der Zeit an zu jucken fing kam er zwischen vier schwedische Reiter und die deckten ihn so zu dass es meist aus mit ihm war aber da kam der Per Hubsler angedonnert und schlug dem Mann der Fieken aus dem Sattel stechen wollte das Genick ab und einem anderen schlug er den Arm ab und der dritte bekam eins vor die Stirn von dem vierten aber kriegte er den Säbel mitten durch das Gesicht ehe er ihn in die Heide schmiss das ist man bloß äußerlich altes Mädchen sagte er und schlug seiner Frau auf die Lände bind mir einen Lappen um und gib mir ein Honigbrot und dann wein auch nicht mehr da lachte die Bäuerin sie war ziemlich auseinander gegangen aber noch viel schöner als Mädchen die blankeste Frau war sie weit und breit und die lustigste auch und das war für den Bauern die Hauptsache denn der hatte oft seine düsteren Zeiten es ging ihm wie Drewes der jetzt den Großvater spielte denn seine Tochter hatte schon das vierte Kind wenn er sich mit den Kindern abgab da konnte er noch lachen dass man alle seine Zähne sah Löchern in der Stirn und Birkenbäume vor denen tote Männer hin und her gingen wie der Pendel an der Kasten Uhr dann ging er zum Prediger und ließ sich von dem die Knitten vertreiben mit solchen Gedanken hatte sich sein Eidam auch herum zu schlagen aber am meisten Sorgen machte ihm doch das was vor ihm lag 18 Jahre lang hatte er nun den Wolf spielen müssen er war noch tiefer durch Menschenblut gegangen als Dreves aber wenn es ihm bis an den Hals gestanden hätte er hätte sich nichts daraus gemacht wenn es endlich ein Ende damit gehabt hätte aber die Heide wimmelte und krimmelte von Takelzeug Schweden und Welsche Krabatten und Schlowaken das Fraß was der Bauer säte und Soff was die Bäuren melkte das Rauben und Plündern Sängen und Brinnen Schimpfen und Schänden Morden und Martern Es war das Ende davon weg So manches Mal hatte der Bauer den Gedanken hätten wir uns lieber nicht gewehrt dann liegen wir all unter der Erde und brauchten uns nicht zu sorgen So wie aber das Horn rief und die Hillebillen meldeten dass fremde Hunde auf der Straße waren langte er die Büchse hinter den Schapp her kriegte den Bleiknüppel oft erst nach Tagen hungrig müde nass vom Regen oder Schweiß nach Kien Post und Heide riechend wie ein Pferdehirt dann sagte er doch und er lachte ein bisschen dabei für dieses Mal haben wir sie noch über den Berg gebracht dann fiel er auf das Bett und schlief einen ganzen Tag wie ein Toter am anderen Tag aber wusch er sich von oben bis unten zog frische Leibwäsche und anderes Zeug an und dann erst spielte er mit den Kindern und nahm sein Wieschen in den Arm wer ihn dann zu sehen bekam konnte es sich nicht denken dass es derselbe Mann war der vor zwei Tagen einem kaiserlichen Offizier der ungnadebar zuschrie jawohl aber von dieser Art und damit schlug er ihn tot was sollte er auch machen ob schwede ob kaiserlicher womit der eine gekocht war damit war der andere gebrüht hier wurden die menschen im namen der heiligen maria tot gequält und anderswo wurden sie der reinen lehre wegen geschunden zu all dem elend starb noch georg eisenhand wie es hieß an gift das er in hildesheim bekommen haben sollte als er mit dem schwedischen general unterhandelte und nun war es als ob das land ganz in blut ersaufen sollte die bauern hielten die schinderei schließlich nicht mehr aus sie rotteten sich offen zusammen und halfen sich so gut es gehen wollte und ging es schief dann war es auch nicht schlimm wer tot war dem konnte das herz nicht mehr brechen über dem quälhaftigen leben ficken ludolf hatte geheult wie ein übergefahrener hund als ihm gemeldet wurde dass bei dachtmissen 200 bauern von den kaiserlichen hin gemordet waren denn er hatte mehr als einen freund dort gehabt und auch noch etwas anderes woran ihm noch mehr lag er ritt mit seinen leuten los aber er kam zu spät und bloß 20 man bekam er unter die Knie und sechs davon lebendig und der eine war ein Offizier er ließ sie allen mitten im Busche aufhängen als wenn es gemeines Raubgesindel war und als der Hauptmann dagegen anwollte schrie er dann behandelt den Herrn wie einen Offizier und hängt ihn an seinem Säbelkoppel auf und nicht an einer Wiede ja man sagte vorher hätte er ihm in das Gesicht gespuckt das musste wohl wahr sein denn bald darauf traf ihn die Strafe er musste freien bisher hatte er immer Glück gehabt aber wie es so kam Gödig und Gustls Schwester Trina von der hätte er die Finger lassen sollen denn in allem verstanden die Wölfe unter sich Spaß bloß nicht in solchen Dingen so ließ er dann das Maul hängen wie ein Rehbock der eine Ricke suchen geht als Gödig ihm eines Abends sagte unser Trina meint dass es bald Zeit wäre dass ihr beide freit zwei Wochen später war die Hochzeit es war eine lustige Hochzeit bloß für den Bräutigam nicht der sagte zu Grönhagen Christian ja die Frauens Leute da müssen sich mit vorsehen die nehmen gleich alles wortwörtlich er blieb auch hinterher zweiter Obmann denn er war froh wenn es draußen was zu tun gab diese ewige Knutscherei stöhnte er lieber Himmel klettern hat doch bloß so lange Sinn und Verstand bis so waren er und sein Brauner meist unterwegs denn es regnete jeden Tag ungeziefer was da nur herunter wollte auf das Land heute Schweden morgen Weimarana dann Hessen und dann fing es wieder von vorn damit an ihm aber machte solch ein Leben Spaß und wenn er nach Hause kam warf er eine Handvoll Thaler mit ein paar Goldfüchsen dazwischen auf den Tisch und sagte wenn es so beibleibt Trina denn so musst du deine Sparstrümpfe so lang bis ans Leib stricken aber als er einmal nach Hause kam und ihr ganz glücklich erzählte dass nun jedermann zwei Frauen nehmen dürfe oder drei denn der Krieg und die Pest hätten so viele Menschen geschluckt dass es ohne das nicht mehr ginge da machte Trina ein paar Augen wie die Katze im Herdloch lohnte Wesemanns Lotte ein ansehnliches Mädchen auf dem Fleck ab und nahm eine Mark die wie eine Wildscheuche anzusehen war er aber sagte zu Grönhagen ein Stachelschwein ist wie eine Kinderhand gegen meine Trina ach ja das oberste vom Bier schmeckt immer noch am mehrsten aber er kam nicht allzu viel dazu sich zu bedauern heute kam der Kaiserliche Oberst Heister daher gekrebst morgen morgste der Thorstensohn mit seinen Schweden im Lande herum rund um Zelle lagen die Bauern mit Weib und Kind hungerten und lauerten auf den Tod und stritten sich darum wer nun besser schmecken täte ein schwedisches Rippenstückchen oder ein gut kaiserlicher Lendenbraten denn so weit war es schon gekommen dass man offenbar Menschenfleisch fraß und auf Verabredung auf Menschenjagd auszog die Perobstler aber hatten es nicht nötig sie hatten noch allerlei Vieh und Wildbret gab es zur Genüge aber Pferdefleisch aßen sie hier und da doch wenn bei der Wehrarbeit in der Heide eine Kugel aus Versehen einmal ein Pferd statt des Reiters getroffen hatte und dann sagten sie Stutenkälber schmecken auch sie saßen den einen Morgen im Mai alle drei auf der Bank im Garten vor dem neuen Hofe die drei Obmänner Dreves Wulf und Fieke die Pfingstrosen waren am aufblühen die Schwalben flogen ab und zu die Immen waren zu Gange und die Kinder sangen Mai Käfer flieg der Vater ist im Krieg die Mutter ist im Pommerland Pommerland ist abgebrannt Mai Käfer flieg sie sangen und juchten und krejölten und sprangen hinter dem Käfer her der durch die Sonne flog dass seine Flügel wie Gold aussahen das ist wir als Kinder noch nicht gesungen ja die Welt wird jeden Tag neu der Perhubsler nickte aber nicht besser drebes ich glaube nicht dass ich es noch belebe dass es Frieden gibt der Rammlinger sagte ich bin der gleichen Ansicht bislang fand ich das soweit ganz lustig aber ich weiß nicht liegt es daran dass man älter wird oder ist es dass ich jetzt einen kleinen Jungen habe so Letzt wird es einem über wenn man einen über den anderen Tag den Bleibengel vom Haken lang muss in der Heide fing eine Wache an zu blasen und dann noch eine und eine hillbille war zu hören und noch eine harm und ludolf standen auf na dann hilft das nichts die Arbeit muss getan werden tschüss dreves bur ich bin bloß neugierig was jetzt wieder los ist und das bloß den schweden und den anderen zu gefallen tue da heißt es immer und jeden Tag na der schwede der wird wohl einen roten rock anhaben und mich soll nicht wundern wenn er wesemanns lotte heißt er kratzte sich hinter den ohren ja die frauens leute so weit sind sie ja ganz niedlich wenn sie mal nur nicht so legel maul hätten er gab einen seufzer von sich wie einen arm lang dreves aber lachte das schratt dir gar nichts ficken vor das ist dir sogar recht du doll hund wenn du eine frau hättest wie andere leute das arme tier könnte einen dauern auf ein steinpott gehört ein ebensolchiger deckel auf das ist die natürliche ordnung und ein katega und ein lorg das gibt ein schlechtes gespann aber nun sieht man gepasst und die hillbillen hatten einen langen atem gehabt die kaiserlichen machten dumme gesichter als das tuten und blasen und bimmel rundherum losging und erst recht als es überall knallte und doch kein mensch zu sehen war denn die wult war dick und das bruch nass so waren sie heilsfroh als sie erst wieder in der hellen heide waren und auch da hielten sie sich nicht lange auf denn zwischen den krausenfuhren und den machangeln war bald hier ein pferdekopf mit einem gesicht darüber zu sehen bald da einer und es wurden immer mehr gerade wie vor einem immen korbe wenn der specht daran herum arbeitet das sind mehr als hundert Mann sagte der offizier der mit dem ohr auf der erde gehorcht hatte der satan weiß wo die kerle herkommen vorwärts marsch so zogen sie dahin die gesichter alle augenblicke hinter sich hinter ihnen herritten die bauern hier drei dort zehn dann wieder ein paar und überall welche denen soll heute der atemkurs werden und pferdefleisch soll es sie auch kosten lachte wolf aber fiken ludolf ritt im galopp voran bis er auf hundert schritte heran war und dann stellte er sich in die bügel sah über den machangelbusch weg klappte mit der peitsche und schrie kiyu kiyu schladot schladot aldot 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 da war es als ob die wespen zwischen die leute da vorne gekommen waren der offizier fluchte und schlug zwei kerle mit dem säbel über die köpfe dass sie zum boden schossen aber es war kein halten mehr von hinten und von vorne und rechter hand und zur linken überall kiyu und in einem ende kiyu und dazwischen das peitschen klappen und das scheußliche schreien schladot schladot aldot 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 da schrie der offizier indem er beide arme in die höhe schmiss heilige maria und wollte hintendrein aber der bleiknüppel des oberobmanns traf ihn in das genick er fiel vorn über und erst als der schimmel in einen sohl stürzte fiel auch der tote man herunter na wie ist es gegangen fragte dreves als wolf und ludolf am nachmittag zurück kamen nass wie die frösche und hungrig wie die hüte jungs fein schrie der rammlinge sie laufen noch und werden wohl morgen noch laufen wir haben ihnen was zum laufen eingegeben aber etwas das gleich durch schlägt so bald werden sie wohl kinder habe ich einen hunger und einen durst wolf beuren jede arbeit ist ihres lohnes wert und dreschen macht einen langen magen aber hinsehen darfst du heute nicht wenn ich mich hinter den schinken kniewieschen ansonsten könntest du denken bei meiner tina kriege ich mal bloß halb satt vater dreves lachte und dachte wie oft er auch mit solch einem schlachter hunger nach hause gekommen war junge sagte er und goss den med krug bis oben voll junge man lebt ordentlich wieder auf wenn man dich so prahlen hört und wie es auch ist spaß macht es doch und wenn einem hinterher auch einmal graulich zumute wird wenn man in seinem bette liegt alles was recht ist wir haben doch gezeigt dass wir keine bählämmer sind und darauf wollen wir anstoßen hoch stand fiefahrt es lebe die freundschaft rund gehen aber als er ihn seinem eidarm gab musste er den erst anstoßen denn harmhorchte nach dem gasgarten hin wo die kinder ein neues spiel spielten und dabei sangen sie der schwed ist kommen hat alles genommen hat die fenster zerschlagen hat blei raus gegraben hat kugeln von gegossen hat alles verschossen alles ver schossen die schweden was die kinder gesungen hatten sollte bald wahr werden der schwede kam vor ihm ging die angst her hinter ihm die not und neben ihm die pest bet kinder bet morgen kommt der schwed morgen kommt der ostenstern der wird kinder beten lernen damit brachte man die kleinen zu bette sie lernten es und sangen es auf dieselbe lustige Art wie sie den Maikäfer und die Sonnenkälbchen das Fliegen lehrten so dass es den großen Leuten kalt über den Buckel lief überall wurde vom Frieden gesprochen aber kein Mensch glaubte dass es dazu kommen würde noch nicht einmal als Oxenstianer in Celle Aufenthalt nahm und von da nach Osnabrück reiste wo die anderen waren die das Fell des Reiches versoffen ehe glaubte man an das Ende der Welt und überall liefen Leute herum und schrien fürchtet Gott und gebet ihm die Ehre denn die Zeit seines Gerichtes ist gekommen selbst der Prediger ließ mitunter den Kopf hängen und sagte zu seiner Frau Margarete es ist schwer nicht an Gott zu zweifeln wenn man hören muss wie es zu geht der Fickenbauer hat erzählt dass die Schweden Kinder zum Spaß martern und bei dem Trostzuge den er zuletzt überfallen hat waren acht junge Mädchen vom Stande als Packträgerinnen und die Schweden schlugen mit dem Peitschen auf sie ein wie auf das Vieh doch das ist das wenigste was sie auszustehen hatten Gott mein Gott warum lässt du ein solches geschehen er hatte es sehr schwer denn die Bauern murrten wieder den Herrn was hilft uns das ganze gut sein hatte Schäfen Kasper gesagt wenn man aber er hatte doch geschwiegen als der Prediger ihm sagte schäme dich Kasper hast gesunde Kinder und eine blanke Frau und jeden Tag genug zu essen dem geistlichen Herrn ging es aber oft nicht anders als dem Hausmann und dem Wolfsbauern und allen übrigen ebenso sogar dem Rammlinger denn er war eines Tages angekommen und hatte gesagt ich habe es dicke ich will hinter dem fluge hergehen und abends mit dem Lütjen spielen aber nicht alle paar Tage lebendige Menschen umbringen er hatte sich bei kleinem an seine Trina gewöhnt besonders als hinter dem jungen ein Mädchen ankam denn ein schürzennah wie er einmal war hatte er sich darüber ganz verdreht vor Freude angestellt und wenn er eben Zeit hatte schleppte er sich mit dem Kinder ab auf seine Trina ließ er nichts mehr kommen sie hatte ihn einmal dabei getroffen wie er die Lütjen magt im armen nahm ihm eine grässliche schande gemacht und geschrien noch ein einziges Mal und ich gehe mit dem Lütjen ins Wasser da hatte er es mit der heiligen angst gekriegt und ihr hoch und teuer gelobt dass er die jungen schuhe ausziehen und sich wie ein Kerl aufführen wolle dörfern an männern mangelte so wurde es ihm sauer sein versprechen einzuhalten an einem schönen maimorgen ritt er mit einem der wildesten der jüngeren wehrwölfe schierhorns helmke durch das bullenbruch er hatte eine laune wie ein schneekönig denn er hatte es bei wesemanns lotte gut getroffen schöne luft von tage helmke sagte er und schlug sich seine pfeife an als kik zwei fremde reiter schweden oder so etwas wollen doch einmal ein bisschen hin und ihnen die tageszeit bieten was meinst du immer höflich sagte krähe und machte jedes mal einen diener wenn sie dem piwit ein ei aussoff schierhorn war gleich mit dabei sie hingen die bleiknüppel über die handgelenke zogen die pistolen und ritten in guter deckung den reitern entgegen zwei sondern ein ganzes dutzend schweden vor sich hatte und jetzt hieß es den hasen machen und aus den geulen herausholen was drin war es knallte zwar ein paar mal hinter ihnen her aber außer helmkes grauschimmel der den halben stert missen musste blieben sie heil als sie aber meist an ihr wohlt waren kamen ihnen zehn andere schweden in die möte und da konnten sie nicht anders als dass sie sich im Busche bargen die schweden suchten noch eine weile herum zogen dann aber ab unterwegs trafen sie zwei tatern weiber an bekamen aus denen heraus dass in der wult ein dorf lag beses leid die da wohnen her hübsches sagte die alte und die junge schmiss dazwischen machen alles tot was gutes leid ist soldaten und sie geiner der wachmeister sagte oh also da stecken die brüder na die wollen wir aber ausschwefeln er nahm die weiber mit und ritt spornstreichs nach fuhrberg wo graf königs mark mit viel volk lag und machte meldung mitten in der nacht wurden 150 man losgeschickt die so lange in der margetheider lagern mussten bis es schummerte es war noch ganz grau da hörte giert der mit bollesatze die wache vor dem bullenbrucher hatte sie herankommen er blies aber da hörte er es auch schon am kohlenbergetuten und bei der dornkuhle ging es auch los die schweden waren von drei seiten zugleich gekommen mit knapper not konnten die per hobstler sich und ihr Vieh in den wall bergen der letzte war der wolfsbauer und hinterher kam scheeves kaspar gewankt er hatte noch schnell das bild des herzogs aus der dünze mitgenommen und die gelbbunte katze damit die kinder doch was zu spielen haben während dem sagte er die schweden pürschten sich vorsichtig an das dorf heran alles war still bloß die hühner gackerten und die schwalben zwitscherten die gewehre in der hand machten die soldaten sich an die häuser heran kein mensch war zu finden sie suchten schuppen und keller nach alles war leer es wurde ihnen unheimlich zumute aber da kam ein reiter mit einem schwedischen mantel angelaufen den nachgesucht und eine ganze menge waffen und kleider wurden gefunden die ganz augenscheinlich totgeschossenen schweden gehört hatten und wenn ich ewig und drei tage suchen soll fluchte der hauptmann finden will ich sie und dann könnt ihr euch mit ihnen einen kleinen scherz machen leute die soldaten lachten aber nicht so ganz von herzen an die drei stunden dauerte es bis sie den Ringwall fanden und elf Mann stürzten sich dabei in den Wolfskuhlen zu Tode die anderen kamen heil hin konnten aber nicht sehen denn die Dornen lagen haushoch und waren fest ineinander gewrickt paar Mann auf die Bäume zusehen was da nun ist befahl der Anführer zwei Leute kletterten in die Tannen kaum waren sie so hoch dass sie den Mund aufmachen wollten da knallte es zweimal und beide fielen wie die Säcke herunter Schweinebande schimpfte der Hauptmann fort mit ihm Kram da die Soldaten zogen die Dornen weg mussten aber Stück um Stück losbrechen so fest saßen die ineinander aber dann horchten sie auf im Walle wurde geblasen unheimlich hörte sich das an als wenn die Katzen quarten und die Wölfe hinterher holten und dann fing es an zu bimmeln erst langsam dann immer schneller und hinter dem Walde fing das Tuten und das Bimmeln an drei Stellen zugleich an die Soldaten sahen sich um die Sache gefiel ihnen nicht so ganz besonders na wird's bald schrie der Offizier und schlug die Leute die bei dem Dornen verhau waren mit der Peitsche über den Rücken dass es klappte 30 Mann hierher aber ein bisschen fix die Soldaten arbeiteten dass es krachte ein Rabe flog über den Wall hin rief laut und machte einen Bogen der Schwarzspecht lachte und die Markwarte schimpften über den Lärm feste feste schrie der Hauptmann in einer Stunde müssen wir sie haben wollen dem Buschklepper mal zeigen was es heißt fromme schwedische Kriegsleute abzuschießen wie Rehböcke immer weiter je früher wir Fiekenludolf lachte oder auch nicht sagte er und sah den Wolfsbauern von der Seite an mit dem war der Tag schlecht Kirschen essen du treibst dich bei den Weibsleuten rum sagte er und wir können dafür den Buckel hinhalten eine Schande wert ist es ich habe es mir aber immer gedacht dass du uns noch einmal eine schöne Suppe anrühren wirst aber was hilft das alles jetzt heißt es keine Kugel unnütz keinen Zoll Fell gezeigt und alles getan was ich sage und wer sich danach nicht richten tut der soll es so haben wie er es verdient Fiekenludolf lief ein Schudder über als er den Mann da so stehen sah das Gewehr in der Faust ganz gelb im Gesicht blau unter den Augen und mit einem Mund wie ein Strich aber dann wurde ihm besser denn der Obmann Befall sorge dafür dass die Immen zur Stelle sind und die Frauensleute sollen Pech heiß machen und Wasser komm aber gleich wieder warte mal auch die Jungs sollen ein jeder ein Schießgewehr haben heute muss ein jeder helfen es geht um Kopf und Kragen und um noch mehr denn kriegen sie uns denn so lassen sie uns lange sterben die Dornen wurden durchsichtig man sah die Gesichter der Soldaten und Fieken Ludolf wollte schießen bist du verrückt schnauzte ihn Wulf leise an erst muss das Haupt fallen dann kommt das andere ran er sah durch das Schießloch ging zurück schob sein Gewehr durch zielte lange und schoss ein Gebrüll kam von drüben der lässt das prahlen für eine Weile sein flüsterte er dem Rammlinger zu Blattschuss er war weg wie ein sie sollen tuten und bimmeln so toll sie können wir müssen Hilfe haben hörst du und wenn ihnen das Blut aus den Ohren splitz blasen sollen sie oder ich blase ihnen was die Schweden standen um ihren Hauptmann der lag im Grase mit dem Rücken gegen eine Fuhre und jedes mal wenn er atmete sprang ihm das helle Blut aus der Brust ein ganz junger Offizier ein Junge meist noch kniete bei ihm und wischte ihm den Todesschweiß von der Stirn der Sterbende bewegte die Lippen der junge Mann bückte sich ganz tief nickte und sprang auf wir müssen unseren Herrn Hauptmann rächen freiwillige vor bloß ein Dutzend meldete sich voran der alte Wachtmeister lumpenpack schrie der Offizier bei den Weibern seid ihr Helden aber hier geht's Leute die sich nach hinten drücken wollten ihr da voran und wehe wer ein und soll zurück geht er hielt ihnen die Pistole vor die Augen die Männer murrten es waren alles Bluthunde schlimmster Art aber diese unheimliche Burg mitten im nassen Busche die Scharfschützen darin das sonderbare Tuten und Bimmeln in der Runde das klemmte ihnen die Hälse zusammen der Offizier rief zwanzig bei Namen ich zähle eins zwei drei und wer dann nicht im Graben ist der schluckt sein eigen Blut denkt an Gustav Adolf denkt an Breitenfelde denkt daran dass ihr Schweden seid und keine Krabatten also jeder zwei Pistolen in dem Brustlatz und das Finnmesser zwischen die Zähne und jetzt mit Gott für Schweden eins zwei drei er fasste sich nach der Brust und stürzte in das einen einzigen Blick schmiss der Wachtmeister nach ihm hin dann schrie er vorwärts marsch und sprang mit einem Satze in den Graben und mit einem Male war das Wasser voll von Schweden aber es war als wenn es kochend war so schrien sie alle auf einmal auf denn wie sie da waren ein jeder von ihnen war in die spitzen Pfähle gesprungen schießt sie doch wenigstens tot das ist ja schrecklich rief der Prediger aber der Obmann schüttelte den Kopf nein euer Ehren wir haben dazu keine Zeit und je länger sie da quietschen umso später trauen sich die anderen heran aber geht hin und sagt dass überall gut aufgepasst wird und das geblasen und gebimmelt wird und haltet euch zu den Frauen und den Kindern da seid ihr nötiger es war auf einmal ganz still man hörte die Finken schlagen und die Meisen piepen und ab und zu brüllte eine Kuh in den Stellen es hörte sich bald an als ob die Schweden abgezogen wären aber nach einer Weile hörte man Axtschläge haltet die Immen zur Hand sagte der Obmann zu Kaspar und das heiße Wasser und den Teer sie werden wohl eine Brücke machen wollen na viel soll ihnen das auch nicht helfen glaube ich er frühstückte behielt aber die Augen am Kuckloch und dann steckte er sich eine Pfeife an er hatte den Ärger über den Rammlinger hinter sich und außerdem hatten die Wachen gemeldet dass von zwei Seiten Antwort gekommen war und so dachte er es wird schon gut gehen aber dann ärgerte er sich dass er eine große Dummheit gemacht hatte einen kugelsicheren Kickturm hätte er in der Burg aufschlagen lassen sollen dann konnte er sehen was drüben gemacht wurde na dümmer werde ich da auch nicht von dachte er zwei Stunden hatte er so da gesessen dann ließ das Hacken drüben nach man hörte wie die Leute schleppten und stöhnten der Wolfsbauer schickte den Jungen hin sie sollen sich immen fest machen aber um den ganzen Wall und hier er drehte sich nach Fiken Ludolf um die Scharfschützen her aber erst geschossen wenn ich sage auch dann noch nicht wenn ich einmal schieße nach einer Weile standen 20 Popanzer rechts und links bei ihm die Bauern hatten die Immenmasken aufgesetzt die Tücher um die Hälse gewickelt dicke Röcke und drei paar Hosen angezogen und diese unten zugebunden alle hatten dicke Handschuhe an und jeder sein Schießgewehr vor sich stehen hinter dem Vorsteher und Fiken Ludolf lagen die Immenkörbe sie waren an lange Stangen gebunden und es brummte darin wie in einem Wasserkessel denn die Ausflüge waren verrammelt der Fuhrberger flüsterte ich habe einen frei der Obmann nickte denn man zu es knallte ein Schrei kam von drüben dann ein lautes Fluchen man hörte die Dornbüsche krachen eine Brücke aus Flurenstangen beurte sich durch und kam erst langsam dann schneller über das Wasser der Burvogt drehte die Büchse nach der Seite zielte und schoss drüben wurde wieder geflucht wer einen frei hat soll ihn totschießen befahl er aber Vorsicht wir haben keinen einen Mann über es knallte fünf mal die Brücke fiel in das Wasser ging aber wieder in die Höhe und wies eine breite und hohe Schutzwand aus Tannenhecke und Fuhrenzweigen auf wer will die immen werfen fragte Wulf kein verheirateter Kerl darf es sein du auch nicht Ludolf aber Helmke du Schierhorn kam und stellte sich neben den Oberobmann so befahl der jetzt so wie ich rufe ihr sechster so schnell wie es geht die Körbe offen Helmke die Stangen in die Hand gegeben und ihr anderen passt auf und sorgt dafür dass keiner ihm was tun kann und hat er Unglück gehst du an seine Stelle Hinrich und dann du Jochen und beileibe nicht die Immen in das Wasser schmeißen alle mitten in die Dornen die Leute auf der Brücke kriegen wir so schon klein in der Burg wierte eine Stute drüben fortet der Kuckuck rief ein gelber Schmetterling flog über das Wasser setzte sich auf den Kopf von einem der toten Männer in dem Graben und flog über die Dornwische er will die anderen auch holen flüsterte der Rammlinger und griente von drüben hörte man keinen Laut dann knasterten die Dornen und mit einem Male schoss die Brücke über das Wasser und stieß sich in dem Walle fest aufpassen ruhig schießen flüsterte der Obmann sechs Schweden liefen wie verrückt die Brücke entlang es knallte ein paar mal und bloß einer kam oben an ein junger Kerl mit Haaren so hell wie bei einem Kind nicht schießen rief Wulf lebendig fangen so wie der junge Mann über das Schutzdach wollte riss ihn Schierhorn herüber und warf ihn dem fieten Bauern zu binden schrie der Obmann und schoss und dann rief er Dämon Schierhorn der mit der Maske und dem vielen Zeug wie der leibhaftige Satan aussah stand gebückt hinter der Schutzwand den Bleiknüppel am Handgelenk und schielte über sich eine Hand packte in die Tannhecke der Bauer schlug mit dem Totschläger danach ein Schrei kam die Hand verschwand das Wasser quatschte und dann schrie es lange ein Schuss fiel wieder spritzte das Wasser auf ganz sachte als mache er das alle Tage so stellte sich Schevenkasper hinter den Elashäuser ließ sich einen Immenkorb geben riss den Boden ab stellte die Stange hoch und gab sie Schierhorn in die Hände der nahm sie wog sie und dann schrie er aufgepasst ihr da und kippte die Stange um und hinterher noch eine wieder liefen Schweden über die Brücke drei bekamen Kugeln vier kletterten über das Schutzdach aber Schierhorn und Kasper warfen sie in den Graben dann hörte man es drüben fluchen darauf schreien dann ging ein Summen und Brummen los das Fluchen und Schreien nahm kein Ende es wurde immer schlimmer damit man hörte wie die Pferde um sich schlugen und sich los rissen Hunde heulten auf das Brummen wurde immer gefährlicher die ganze Luft war voll von immen und hinter dem Wald stand ficken Ludolf und bog sich vor lachen krumm schlug sich auf den Schinken das ist knallte und rief ich geh tot ich geh tot der Wulfsbauer musste auch lachen dann ging er hin band dem Schweden die Hände los und sagte steh auf der junge Mann stand da kreideweiß um die Nase der Bauer griff ihn an die Brust kannst du Deutsch der Junge zitterte am ganzen Leibe ja brachte er heraus bist am Ende selber ein Deutscher der Mensch nickte woher er wirkte aus Sachsen der Bauer holte Tiefluft Schweinehund eigentlich solltest du sterben aber lauf hin und sage ihnen sie sollen machen dass sie fort kommen wir haben noch genug immen und unsere Freunde kommen all und wenn dich einer fragt wo du warst dann sag ihnen bei den Wehrwölfen du bist der Erste den wir lebendig fort lassen der Soldat zitterte so dass er kaum über die Brücke konnte und als er am Ufer ankam fiel er hin der Wulfsbauer hielt die Hand hoch sie tuten sich dir ein Schuss Junge das ist gut ich bin halb verdurstet er trank den ganzen Krug Dünnbier aus den der Junge ihm reichte und dann sagte er nun müssen wir es wieder zusehen dass unsere Immen ihren Ärger vergessen die werden schön falsch sein na prägen schülpen werden sie aber auch wohl alle haben und jetzt lauft hin und sagt den Frauens Leuten Bescheid aber sie sollen nicht herauskommen wenn sie ihre glatten Gesichter behalten wollen denn sonst kriegen sie Mäuler wie die Baum aften so und nun kann die Hälfte losgehen und sehen was unsere Mutter ihm gekocht hat aber lasst mir was über er horchte nach der Wohltin und nickte da fielen immer mehr Schüsse und das Tuten und Blasen hörte nicht auf der Bauer stand wie ein Baum da dann lachte er hörst du sie Ludolf der nickte ja unsere kühlen ihnen jetzt die imen quaddeln sagte er mit dem bleiknüppel das ist ja gut für der Wulfbauer ruft den Finger hoch unsere haben sie zwischen sich stille hörst es junge junge eine schande dass wir da nicht bei sind er zitterte vor Aufregung hör bloß wie sie bölken schlau du er er hielt die Hände neben den Mund und brüllte über den Graben hin schlau du schlau du all du all du all du dann kam es aus den Blockhütten heraus wie Gesang die beiden Bauern horchten die Frauen und die Kinder sangen nun danket alle Gott mit Herzen Mund und Händen es dauerte nicht lange da waren die Wehrwölfe da sie lachten und riefen über den Graben na die Hauptarbeit war ja schon gemacht wir hätten ruhig zu Hause bleiben können so nun wollen wir erst dieses dummerhaftige Dings wegnehmen und zu Feuerholz machen der Wolfsbauer schrie nee das können wir hier ganz gut brauchen bringt es nach der Brücke aber erst kann einer von euch herkommen und uns erzählen wie es geworden ist denn dass wir höllisch neugierig sind könnt ihr wohl über die Brücke Junge sagte der Fuhrberger und schlug dem Rammlinger auf die Schulter du hast dich aber fein gemacht willst wohl wieder früntchen gehen eine schande dass du nicht mit dabei warst wir konnten vor nachten meist nicht schießen ich glaube kein einer von ihnen isst in seinem ganzen Leben ein Honigbrot wieder du hättest mal sehen sollen wie die Pferde auskeilten und hinter jedem Machangel in der Heide sitzt einer und pullt sich die immen angeln aus der Pelle was haben wir gelacht der Wulfsbauer nahm die Maske ab schon heißt es erst die Arbeit dann das Vergnügen sagte er aber bei uns ist es umgekehrt holt mal noch ein paar Mann ran und Nägel und Wieden und Barten wir wollen hier schnell einen Turm machen damit wenn und was sollen die Kinder sagen wenn wir so mit dem Honig asen die Schweden kamen aber nicht wieder weder diese noch andere was kein Mensch für möglich gehalten hatte das schien wahr werden zu wollen es sprach sich bis in die Heidi hinein dass es nun bestimmt aber auch ganz bestimmt Frieden werden sollte man merkte es an allerlei Vorzeichen die Störche brüteten wieder auf den Dächern früher weg als vordem der Mäusefraß hörte auf man fand keine Sternschnuppen mehr die feurigen Männer am Himmel kamen nicht wieder die Pest und Sterbevögel waren wie weggeblasen die marode Brüder und Parteigänger zogen immer noch im Lande um aber ihre guten Zeiten waren vorbei wo sie sich blicken ließen lief das Volk zusammen und schlug sie tot und die Tatern und was sonst ohne Haus und Herd war des gleichen die Bauern kamen langsam aus den Büschen herausgekrochen und hingen die Kesselhaken wieder über die Herde wenn die Häuser noch da waren oder bauten sich neue so gut es ging hier und da wurde auch wieder gepflügt und gesät und die Toten kamen unter die Erde wie es sich gehörte und wurden nicht in einem alten Sack beigerodet aber so ganz traute man dem Frieden doch nicht es war ja auch gar nicht zu denken Frieden arbeiten und essen und schlafen ohne Angst und Bange keinen Feuerschein mehr am Himmel sehen kein Ach und Wegeschrei mehr zu hören wieder lachen und singen dürfen und spielen und tanzen und sich darüber freuen wenn ein Kind geboren wird wer das glaubt der ist unklug dem hat der Krieg den Verstand verrückt für den ist es Zeit dass man für ihn aufpasst denn es geht ja doch bald alles wieder los das kennt man ja nach dem Lübecker Frieden anno 1629 wurde es bloß noch schlimmer und das waren nun schon 16 Jahre her nein 17 und vor vier Jahren hatte der Herzog da nicht seinen Frieden mit dem Kaiser gemacht und was hat es geholfen gar nichts es wurde bloß noch einmal so doll aber zuletzt mussten sie es doch glauben es war wirklich anders geworden in der Welt Not und Elend gab es ja überall noch genug aber das Morden und Martern war doch nicht mehr so im Gange es blühten auch viel mehr Blumen Vögel sangen schöner denn je und die Luft war so ganz anders gar nicht mehr so als wenn es immer nach Rauch und Blutroch es musste also doch wohl stimmen was der Prediger in der Kapelle vortrug dass es dem Kaiser und den Fürsten ernst damit war sonst würde der alte Dreves nicht den Kopf wieder so hoch halten das will ich noch beleben aber dann ist es Zeit für mich sagte er er erlebte es noch es war Anfang November da kam Ficken Ludolf angejagt schrie wie ein Ungetüm sprang vom Pferde wie ein Junge drehte die Wolfsbäuerin herum dass man ihre halben Beine sah lachte wie unklug und rief ihr glaubt wohl ich bin besoffen keine Spur ich bin so nüchtern wie ein ungebörntes Kalb aber es ist Friede Friede für immer gewiss und wahrhaftig und wenn ihr es mir nicht glauben wollt hier lest oder der Prediger soll es vorlesen das habe ich von einem manne gekauft der mehr solche blätter aus zelle mitgebracht hat unserem herzog ein siegel darunter da euer ihren er fiel auf die bank und jappte und mit einem male fiel ihm das was aus den augen da sprang er aber gleich wieder auf denn der Wolfsbauer kam angelaufen er war im Graskarten gewesen und hatte das schreien und weinen und lachen gehört und nun stand er da und beberte an allen gliedern und sah wie eine frisch gekalkte wand im gesicht aus was ist los stutterte er der prediger hob die hand ich werde vorlesen alle falteten die hände bloß der Burvogt nicht er hatte keine Kraft dazu er stand an der Hauswand sah ganz elend aus hatte den Mund offen und ganz unglückliche Augen und holte so tief Luft als wenn er ersticken müsste der prediger hatte zu Ende gelesen alles lachte und weinte wie verrückt durcheinander mit einem male drehten sich alle um was war denn das der Wulfsbauer hatte ganz schrecklich aufgeschrien und jetzt stand er mit dem Kopf gegen die große Tür hatte die Hände vor dem Gesicht und weinte wie ein Kind dann drehte er sich um ging wie ein todkranker Mann auf seine Frau los nahm sie in den Arm und sagte Mutter bring mich zu Bett ich bin ja so müde die Frau fasste ihm unter dem Arm wischte ihm die Tränen ab und sagte ja ja ich bringe dich zu Bett mein Junge du sollst nun auch schön schlafen da lachte keiner von den Leuten mehr es wurde ganz still nur dass auf der Wiese die Kinder das neue Lied sangen das sie in der Schule gelernt hatten herzlich tut mich erfreuen die schöne Sommerzeit all mein geblüht erneuen der mal in wollust weit die lerch tut mich erschwingen mit ihrem hellen Schall lieblich die Vöglein singen dazu die Nachtigall die Heidbauern der Wolfsbauer schlief sich ordentlich aus er schlief drei und eine halbe Woche lang und er wäre wohl überhaupt nicht aufgewacht wenn er nicht so eine bären natur gehabt hätte denn er hatte das nervenfieber bekommen es warf zu viel für ihn gewesen auch hatte er zu tief durch blut gehen müssen erst bis an die enkel dann bis zu den knien bis er über die lenden darin gestanden und es immer höher und höher stieg sodass es ihn schließlich bis an den mund kam viel mehr hatte nicht gefehlt da lief es ihm da hinein und er musste ersticken schon längst hatte er es nicht mehr mit ansehen können wenn ein Schwein geschlachtet wurde Wurst die aus blut gemacht war aß er seit jahren nicht mehr und ihm wurde schlecht wenn sich eins von den Kindern in den finger schnitt aber er hatte das alles für sich selbst behalten zu keinem menschen hatte er darüber gesprochen weder zu Drewes noch zum Fickenbauer noch zu dem Prediger geschweige denn zur Bäuerin er hatte all seinen Ekel jeden Tag in sich hineingefressen wie der Hund seinen Unrat und er hatte darüber harte Augen und einen engen Mund gekriegt und vor der Zeit ganz graue Haare nun waren sie Schneeweiß geworden wo er knapp 50 Jahre alt war aber die 25 Kriegsjahre hatten doppeltes Gewicht er kam sich vor als wenn er schon 80 auf dem Puckel hätte er wurde wieder ganz gesund er ging dahin wie ein junger Mann er konnte arbeiten wie ein Knecht von 25 er hielt noch eine volle Sense mit einer Hand waagerecht er hatte kein Bisschen von seinem Gesicht und wie ein Drescher aber alt war er darum doch nicht dass er in der Arbeit nach ließ das war eher umgekehrt so wie er wieder auf den Beinen war ließ er auf der Wüste Bauholz schneiden denn den Wulfshof hatte er für seinen zweiten Sohn bestimmt er hatte den einen nicht lieber als den anderen aber Johanna und wenn sie ihm auch die liebste von seinen Frauen gewesen war sie war immerhin aus der Fremde gewesen und deshalb hatte er ihren Sohn auch auf den Namen Barthold taufen lassen denn so hieß ihr Vater den Jungen aber den er von Wieschen als ersten bekommen nannte er Harm wie jeder älteste Wulf gerufen wurde der bekam also den alten Hof und den alten Kesselhaken auf dem zu lesen stand Au Lll D O Barthold aber blieb Wolf sondern Niehoff und als Hausmarke nahm er zwei Wolfsangeln die über Kreuz standen auch in den Gemeinde Angelegenheiten ging der Burvog scharf ins Geschirr sein erstes war dass er für eine Kirche sorgte denn eine eigene Kirche waren die Per Hubsler nun einmal gewöhnt das gab viel Lauferei und Schreiberei aber Wolf setzte es zuletzt doch durch und als der Prediger fragte ja aber das Geld da sagte der Bauer ich gebe 5000 Thaler in Gold denn ich will es los sein und da wusste Puttfarken was das für Geld war außerdem war noch die Kette aus bunten Steinen und Perlen da die Scheven Kaspar seinerzeit den kaiserlichen Hauptmann aus dem Hosensack genommen hatte und die meist ebenso viel wert war und die anderen Bauern gaben auch nicht wenig denn die Allerletzt kam noch der Fiekenbauer zählte tausend blanke Thaler vor dem Prediger hin und sagte das ist vor den Schreck den ich euch allen durch meine Dummheit eingejagt habe und Trina meint überhaupt solch Geld das bringt doch keinen Segen und so bekam Ödringen die Kirche auch als es für den Herzog hieß Gelder für die Schweden zusammen zu kratzen und die schweren Schatzungen kamen mussten sich der Wolfsbauer gehörig rühren und mehrere Male ritt er nach Zelle bis er es fertig brachte dass die kleinen Leute nicht zu sehr mit den Lasten bedrückt wurden die Gräfin Meereshoffen lebte noch wenn sie auch schon ganz weiß und dünn war und ein Gesicht wie Wachs hatte sie ließ sich viel von dem Perhubsler erzählen und nickte und sagte ja es ging ein böser Wind damals hier sitzen wir sind noch keine 60 Jahre alt und sehen wie 80 über den Ohren aus aber er hat wenigstens seine Gesundheit und Frau und Kinder und ich habe nichts als ein bisschen Geld und allerlei dummerhaftige Erinnerungen aber verlasse er sich darauf die Sache kommt in Ordnung darauf hat er meine Hand als er ging sagte sie zu ihrer Nichte Georg Eisenhand und den da Brigitta mehr als einmal musste Harm beweisen dass er noch der alte war die kleine Arbeit hatte er dem Fiken Bauer und Schierenhorn Heimke überlassen und die seiften die Heide so gründlich ab dass sich kein Ungeziefer mehr darin halten wollte er lebte noch eine ganze Stiege von Jahren und konnte vielerlei Enkelkinder auf den Knien reiten lassen aber als Lust am Leben mehr er hatte seinen Teil Arbeit im Leben getan und mehr als das er war nicht mehr nötig auf der Welt seine Augen waren mittlerweile wieder etwas heller geworden aber sein Mund sah aus als wenn er Angst hatte dass ihm das Blut hinein laufen konnte er starb jedoch ganz sanft und alle seine Kinder und Kindeskinder waren bei ihm und der Fiken Bauer der noch immer und der Prediger der wie ein ganz alter Mann aussah es war eine Leiche wie man sie um das Bruch herum noch nicht belebt hatte alle Wehrwölfe gingen mit die noch am Leben waren und außerdem jeder der eben Zeit hatte so dass der Wolfshof schwarz von Menschen war es war ein dusterer Spätherbsttag als Harmwulf auf immer schlafen ging und während der Leichen Andacht auf der Dele nieselte es als aber der Prediger nach der Beerdigung von der Kanzel den Nachruf für den Toten hielt worin er ihn mit Simson verglich und mit Judas dem Makabär die ihre Völker von den Feinden bewahrten rot bis an den Hals vor Blut gewesen waren und doch gottwohl gefällig da kam die Sonne durch und alle Gesichter sahen hell aus und auch die Wehrwölfe bekamen blanke Augen und dachten an die schrecklichen und doch so schönen Tage da sie einen Tag um den anderen den Bleiknüppel über der Hand hängen hatten in der besten Stube des Wulfshofes zu Oedringen hängt heute noch der Bleiknüppel an der Sofawand unter dem kleinen Bilde mit dem alten Goldrahmen ein Museum hat sich viel Mühe um den noch um gute Worte her wenn der nicht gewesen wäre so wären wir auch nicht da sagte er wenn fremde Leute fragen was das für ein Ding ist dann zuckt er die Achseln und sagt das ist noch von früher seinen Söhnen aber hat er erzählt was er und sie dem alten Knüppel mit der Lederschlinge zu verdanken haben und warum auf dem ältesten Grabsteine der Wolfs nichts weiter zu sehen ist denn eine aufrechte Wolfsangel und jedes Mal wenn einer der Jungs zum ersten Male das Abendmahl nahm ließ er ihn in dem alten Kirchenbuche das lesen was der Weiland Prediger Putfaken über Harmwulf geschrieben hatte als er gestorben war und so heißt die Stelle er war ein Held vor seinem Volke und hat es getrefflich geschützet vor den Philistern da der große Krieg gewesen ist er ruhe in dem Frieden Gottes die hellen Augen haben sie wieder bekommen die Wolfsbauern die engen Lippen aber behielten sie als Erbe von Harmwulf so lustig wie er als Jungkerl war sind sie alle nicht aber seinen eisernen Kopf hat er ihnen nachgelassen einer von ihnen wurde in den Freiheitskriegen ein hoher Offizier und sollte den Adel bekommen mein Name ist mir so gerade gut sagte er über der missentür des Wolfshofes steht heute noch der Spruch im Balken helfe dir selber so helfe dir unser herre Gott danach haben sich alle Wolfsbauern gerichtet Hermann Wulf ist ein ernster Mann der nicht oft lacht und kaum einmal flötet aber an dem Tage als die Bruchbauern ihren Mann bei der Reichstagswahl durch bekamen lachte und als er nach Hause ging flötete er das Brummelbärlied Ende des Buches Um eine völlige Einheitlichkeit zwischen dem Stoffe und der Form zu erzielen ist in diesem Buche sowohl für den erzählenden Teil wie für die Gespräche die heutige Ausdrucksweise der Bauern der Lüneburger Heide gewählt die sich in der Hauptsache mit der Redeweise des Landvolkes von ganz Nordwestdeutschland deckt Ost- und Süddeutschen Lesern sind vielleicht die folgenden Erklärungen einiger Ausdrücke angenehm Die Heidbauern Pump ist ein Teich oder Tümpel Reet ist Rohr Plagge ist die Heidscholle Grall bedeutet frisch und klar Weifen ist schlagen Prägen ist Hirn auch Schädel Wiking ist Wittekind Rohes Mett ist gehacktes Fleisch Halsbeke ist Halsbach die große Fähre ist Pferden an der Aller Heidscher ist der Heidbauer Kopheister ist Kopfüber Sattelmeier ist ein Bauer der in Kriegsfällen ein Pferd zu stellen hat Anmeiern ist lehnspflichtig machen Kuhle ist eine Grube Beiroden heißt Eingraben Koppelweg ist ein Feldweg Sternschnuppe ist eine Gallertartige Masse entweder Gallert Flechten oder die Eileiter von Fröschen die von Eiltissen oder Reiern wieder ausgewirkt sind Schille Bolt ist eine Wasserjungfer Ein Buttervogel ist ein Schmetterling Pest und Sterbevögel unregelmäßig erscheinende nordische Vögel wie Kreuzschnabel Seidenschwanz Nuss Heer Brummelbeere ist die Brombeere das Brummelbeerlied ein bekanntes altes Lied das folgendermaßen beginnt es wollt ein Mädchen früh aufstehen wohl drei vier Stündlein vor Tag Die ist Brüllen Kriölen ist Kreischen Döllmer ist ein Dummkopf Lütjemarkt ist die Kleinmarkt Tatern ist der Zigeuner Koppelknecht ist ein Pferdeknecht Hille bedeutet schnell Quandt ist Derb Verklaren ist Erklären In die Möte Kommen heißt Entgegenkommen und die Butze ist der Alkoven Die Braunschweiger Böhren ist Heben Kolüt ist der große Brachvogel Fagelbund ist der Vagabund Lütjen ist Ludwig Masch ist die Marsch bei Zelle Hahnjökel ist Unfug Dietweg ist ein Volksweg ein unbefestigter Weg Holster ist eine Umhängetasche eine Jagdtasche Krüppelfuhre ist eine verkrüppelte Kiefer Prahlen überlaut reden Vertoddert verwickelt Brägenschülpen ist Schädelbrummen Beist ist ein Biest Mutter Griebsch ist scherzhaft für Hebamme Halbe Türe ist die Seitentüre von Halbe die Seite Dümpeln bedeutet Dämpfen oder Würgen Griebto heißt Greif zu ein alter Hundename Die Weimaraner Sich verjagen bedeutet erschrecken Kaff ist Spreu Altvater ist der Großvater Leibzucht ist der Altenteil Schummern ist Dämmern Holler ist Holunder Eller die Erle Abstich ist eine Torfgrube Flatt bedeutet Sumpf Anberg ist ein Hügel Adder ist die Kreuzotter und Schnake ist die Natter Die Marode Brüder Schlumpen ist Glücken Warnzinken ist ein Geheimzeichen Warbaum ist ein großer weitsichtbarer Baum Wiede ist ein gedrehter Weidenzweig Knickern das ist Kichern Klönen ist Schwatzen und Lork ist eine Kröte die Karkrähe ist eine Dole Sod ist ein Ziehbrunnen und Wohlt ist ein überwüchsiger Wald Thebe ist ein Hund Tedel heißt Theodor Die Bruchbauern Pattweg ist ein Fußweg Kremstern ist Räuspern Düssel der Baum an dem die Hälften des Tores angeschlossen werden Braken sind trockene Zweige Risch ist Riedgras der große Freie ein Gau zwischen Hannover und Burgdorf jedoch ein Weckruf Wiem ist der Boden Brödel eine Patsche Wurfboden das Wurzelwerk eines vom Sturme geworfenen Baumes Stuken ist ein Baumstumpf Markwart ist der Eichelheer Dele ist die Diele der Hauptraum im Hause Die Wehrwölfe Wietze ist ein Moorfluss Ständer ist der Hauptbalken Hausrichte ist das Richtefest Freundschaft ist Verwandtschaft Hülse Hülse ist die Stechpalme Knepe sind Witze Drückmichel ist ein Sauertopf Mumm ist schweres Bier Wolfsangel ein Zeichen das viel als Hausmarke gebraucht wurde Auskick ist Luk ins Land Ort oder Ortstein ist der Raseneisenstein Hornung ist Februar Stert ist der Schwanz Achtern ist hinten Buchholzer Hengst ist ein Grunspecht Witfrau ist eine Witwe Reihum der Reihe nach Christian ist Christian und Metz ein Messer das Vorjahr ist Frühjahr Hille ist ein Mädchenname Klapprose ist die Klatschrose der Feldmohn Danze Schatz ist eine Tänzerin Halsung ist ein Halsband Ilk ist der Iltes Fieben bedeutet Piepen Gibbern ist Gieren und die Beke ist der Bach Moormännchen ist der Baumpieper ein Vogel die Hainotter ist der Storch die Imme ist die Biene der Wind küselt bedeutet er dreht sich ist nicht beständig Brandrote die eisernen Stangen auf denen die brennenden Baumstümpfe liegen die Morgenzeit ist das Frühstück Krüsel sind Öllämpchen Grauhund ist der Wolf Adernadler ist der Schlangenadler Moorhuhn ist das Birkhun Himmelsziege ist die Heerschnäpfe die Bekkassine die Schnitter Ohlenflucht ist die Dämmerung Osterblume ist die Narzisse Dröge ist trocken Lüft ist die Verlobung Buschkater ist eine Wildkatze Tonbank ist der Schanktisch der Schneekönig ist der Zaunkönig Lüning ist ein Sperling Schütt ist ein Wagenbrett Rauch ist der Kollgrabe und Hallo der Racheruf Strosse die Gurgel Tüte ist der Goldregenpfeifer ein Vogel Sicht Zwillen bedeutet sich Gabeln Die Kirchenleute Benaut ist Beklommen Krähenaugen sind Hühneraugen Rotbrüstchen ist ein Rotkehlchen Katulle ist der Waldkauz und Moorox die Rohrdummel Der Fuchs Braut das heißt der Nebel steigt Holwis ist das Haltfest ein alter Hundenname Befreiet ist Verheiratet Schab ist der Schrank Dufsinn ist Unsinn Beschrien ist Verheiratet Ohrenstuhl ist ein Lehnstuhl mit Kopfstützen Friggetag ist der Tag der Frigga Freitag Burvogt ist ein Gemeindevorsteher und die Miste ist der Düngerhaufen Die Hochzeiter Atze ist Adolf Der bunte Stock ist ein Meldeknüppel durch den die Bauern zur Versammlung dem Bauernmale gerufen wurden Unbesonnen ist ohne sich zu besinnen Backen ist Kleben Betze ist eine Füchsin auch wie Metze für liederliches Weib gebraucht Bebern ist Zittern Wegbleiben ist Ohnmächtig Werden Gerd ist Vergerhard Olmig Mulmig Wurmstichig Aufhucken auf den Rücken nehmen Brut Lacht ist die Hochzeit Gnitte ist Gelse eine winzige Mücke Bleibengel ist der Bleiknüppel für einen Bauern kaufen zum Narren haben Dutten Dutten ist ein Knoten Dutsch ist dumm Flachtenwerk ist Flechtwerk und der Pottekehl ist ein widerlicher Mensch Faul Meulsch ist Maulfaul der Tachs ist der Dachs mit jemand Schindluder spielen ist ihn gemein behandeln und Schuddern ist Schaudern Die Kaiserlichen Wegzocken ist Fortlocken Stärke ist die Ferse eine junge Kuh Barte ist ein Beil Blank ist schön von Frauenzimmern gesagt Takelzeug sind verdächtige Menschen Hillebille ein an zwei Stricken aufgehängtes Brett das mit zwei Hämmern geschlagen wird und einen weithin vernehmbaren Schall gibt Knutschen ist zärtlich Drücken Kateka ist die Eichkatze und Sohl ist ein Wasserloch Die Schweden Einem eine Schande machen ist einen Ausschimpfen Piwit ist der Kiebitz Wriken ist Zusammenflechten Ineinanderwirken Immenquaddeln sind Blasen von Bienenstichen Frütchen gehen auf Liebschaft gehen Immenangel ist der Bienenstachel Beleben ist Erleben Ungebörnt ist Nüchtern Die Heidbauern Die Stiege ist eine Reihe Die Leiche ist die Beerdigung Nieseln ist der dünne Regen Missentür ist das Einfahrtstor Das